also es war übrigens ein harter kampf steph story zu bekommen weil da stand steph story es darf die sie kaufen oder irgend so was in der art dann bin ich drauf gegangen stand installiert aber ich musste das noch mal händisch aus der bibliothek runterladen obwohl es installiert war angeblich also ich weiß nicht ob es jetzt funktioniert ich habe noch nicht drauf gedrückt sind wir soweit ihr redet eh doch über essen ich gehe zu steph hast du life is strange season 1 gespielt ja hast du arcadia bay gerettet ja natürlich also alles andere wäre ja voll unverantwortlich warum fragt du mich warum fragen du mich das hat unterscheiden haben konsequenzen für steph und die menschen um sie herum ich dachte das wird voll viel gut und nichts schlimmes oh gott wie da war musik da war musik da war bestimmt musik gerade oder warte ich mach mal wieder meine playlist ne staff gegen bridge spricht man so aus ja das stimmt was für radioarbeit hast du schon gemacht das ist dann ihr beiden was habe ich noch nicht getan uniradio kleinstadt radio ein paar podcasts viel live mixing für meine band okay also kennst du dich in einer radiokabine aus ja total dein freund hat mir gesagt dass du für diesen job überqualifiziert bist ich dachte bloß er ist du weißt schon einfach gabe genau okay hör mal falls du das hier ohne viel aufsicht schaffst gehört der job dir mega teil deiner verantwortung ist die führung des plattenladens mit der ganzen einzelhandels erfahrung in deinem lebenslauf bin ich mir sicher dass das kein problem sein wird oh klar ja gar kein problem super dein freund meinte du bist aus seiner band ausgestiegen um hier zu bleiben darf ich fragen warum tut mir leid das ist vielleicht zu persönlich nein ist okay es gab keinen besonderen grund ich wollte nur ich lasse jetzt mal die musik ein bisschen weil es es war schon sehr ruhig eigentlich heißt es wavelength eigentlich heißt es so ich weiß nicht warum das da jetzt aber ihr wisst ich entscheide ich entscheide ach so wir haben wir haben es ja ausgemacht wir haben es ja ausgemacht ja ich mache es gleich ja ganz aus glaube ich dass also ich fand es jetzt nicht so doll ich war ich fand ich finde so mit worten ist irgendwie so beim zweiten platten von einem spiel okay so was wir jetzt die treuen aber so ich entscheide ja eh ein wenig zurücktreten naja mal wieder durchatmen das hier wirkt wie ein ort an dem ich es einfach genießen kann allein zu sein nun ich hoffe wir werden den erwartungen gerecht haven springs ist nicht ziertel hat sie nicht gesagt sie wollte ruhe ich denke ich werde es lieben okay die managerin hat mir für den ersten tag eine aufgabenliste da gelassen die muss hier irgendwo sein das ruckelt ne und was warum habe ich denn gar keine musik jetzt meine frage ne ich trete leute gerne warum ist also warum ist denn da null musik soll das so äh was bist du denn bist du das maskottchen der haven high school ist ein nienarbeiter sieht man doch jackpot hier ist die liste steffel komm zu deiner ersten schicht tut mir leid dass ich nicht dort sein kann hier die grundlagen stell dich vor spiel mit dem computer den auto dj ab lies alle anzeigen auf sendung vor die vorgaben liegen auf dem tisch es ist sehr unwahrscheinlich aber vielleicht ruft jemand an das muss ich wahrscheinlich nicht sagen aber falls jemand anruft geh ran viel glück die beatrice mich auf sendung vorstellen let's do it let's do it krass ich glaube ich habe das festnetz bisher nur benutzt um mein handy zu finden klebe dinos ich wette ich kann von hier das brett treffen und sie bleiben kleben und wieso darf ich nicht das muss ich erst einschalten ja ja jetzt chill doch mal ich will mir alles angucken warum ruckelt das denn so einer dieser knöpfe ist für das mikro das kann ja also das kann was werden hallo was ist das internet werte zuhörer in haven steff hier eure neue dj bei krct live jeden montag mittwoch und freitag und in zukunft vielleicht öfter wir haben tolle musik für euch am start also bleibt dran ihr hört krct ok ich habe gute musik versprochen also schaue ich mir als nächstes die playlist an kannst du bitte die glitzer lampe anschein ach so das soll havens beste indie rock playlist sein ziemlich mager auto dj v 4.5.2 heutige musik playlist kalender musik importieren top 50 des landes gesperrt neu veröffentlichung gesperrt einstellungen konto auf pro upgraden auf pro upgraden so schön toll ich glaube das sollte passen hallöchen hi sorry computer dj jetzt bin ich dran also ja gut paint me silver fall asleep home for oaks talking distance ich will das da ich will die farbmatscher du rittelst die dinge jetzt schon auf ging rich kriegen wir jetzt noch nicht heute noch ein paar songs spielen jetzt soll ich anzeigen vorlesen die müssen auch hier irgendwo sein haben wir jetzt eigentlich musik okay okay wir haben jetzt musik das heißt wir haben jetzt gleich musik zur liste hinzufügen kann ich bitte einfach alle zur liste hinzufügen werbung vorlesen werbung vorlesen black lantern auf jeden fall und jetzt eine nachricht von einem der sponsoren von krct die black lantern hier in haven ist die black lantern bekannt für hey toll die historische deko wo kann man sonst unter einer benutzten spitzhacke und einem einschussloch speisen ganz genau nirgendwo außer bei alex wenn man unter ihr ist probiert in der lantern die absurd scharfen jalapeno poppers hallo nur die stärksten mägen der welt wagen sich an jets spezialität geht heute noch zur black lantern und sagt steff schickt euch ich brauche eine pause ich gehe mal kurz vom pult weg warum denn ich will quatschen ich werde die playlist hier bei krct etwas aufpolieren also haltet eure ohren bereit für neue musik und bleibt dran das diesjährige frühlingsfest steht kurz bevor also äh meldet euch bei eleanor im blumenladen für ehrenamtliche aufgaben ich glaube die leute sind gar nicht genervt oder ihr hört gerade krct havens beste und einzige adresse für modern rock vor uns geht die allergie saison werte zuhörer in haven mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen dann gehen wir halt jetzt ich wollte schon lange mal mein dating profil ausfüllen bitte was steff gingrich das ist dein leben leitex auf jeden fall leitex baby ich bin ein unglücks bitte was auf jeden fall wir brauchen die gamerin da drin als nächstes muss ich mich als medien snob outen das wäre nur fair womit will ich eindruck schinden spiele und mit wonach ich suche runde ich das ganze ding ab gemeinschaft ich denke im laden gibt es auch noch arbeit für mich ich glaube auf dem tresen vorne lag ein zettel für mich atoroma was liest du denn das gruseligste an diesem buch ist die bedrohliche mahnung die ich jährlich von der bibliothek bekomme arcadia bay warte mal wie kannst du eine mahnung von der bibliothek in arcadia bay bekommen wenn ich doch arcadia bay gerettet habe tochter des spiegels poppy ember stadt bücherei arcadia bay die kundenakten waren da klar ah ok natürlich viel glück blumen oh süß eleanor weiß dass ich pflanzen umbringe sie hat die hier also ihrem tod überlassen kenn ich ich hab mich vielleicht dreimal mit eleanor unterhalten und sie schickt mir schon blumen ich verstehe warum gabe sie liebt steph viel glück auf diesem neuen abenteuer wir sind alle so froh dass du beschlossen hast hier zu bleiben bussi eleanor ach die lete das sieht wohl stark nach meinem abendessen aus ich will auch schokolade ich will auch gabe deine freundin ist zu gut für dich alter steph achso viel spaß mit deinem neuen job keine sorge die schokolade kannst du während der arbeit essen alles liebe charles ja dann nimm doch charles dann kann ich gelb haben wenn du mutig bist selbstlos und ehrlich kannst du eines tages eine richtige gitarre sein jan die kamikaze diebe ich hab grad da also 41 mutter von zwei kindern erkundet eine andere seite an sich ne also tschuldigung aber erstens sie hat zwei kinder zweitens also ganz ehrlich fürs erkunden bin ich nicht hier ja ich bin gefestigt in meiner sexualität ich möchte jemanden der auch gefestigt ist und ich bin nicht dein spielkindchen also ne tschüss bubbles diese person hat noch keinen slogan eingegeben wie geheimnisvoll ich mein könnte ein fake profil sein aber also wir geben mir eine chance oder ein für sich ist da gar nichts mehr fest ja wir versuchen es trotzdem mal das gefühl ist beidseitig ihr zwei mögt euch das wir wissen ich schreibe mal eine nachricht ich warte ich überlasse bubbles das reden fühle ich gut hallo slow hand also ich weiß nicht aber süße ist so ein ding was männer mehr sagen oder du bist ein bot oder wie gefällt dir das mal wetter im moment okay ja du bist eindeutig ein bot ja das ist mir das liebste wetter wir wollen kampf test durch okay es wird zeit für deinen volt kampf test du kannst rauchen wenn du magst es hat keinen einfluss auf den test es ist dein geburtstag jemand gibt dir eine geldbörse aus kalbsleder geht dir diese app nicht auf die näher nicht auch auf die nerven benutzer name nicht gefunden gib mir deine nummer damit wir texten können du wirst es nicht bereuen du bist nicht mal ein guter bot ich beleidige jetzt den bot ist mir egal heilige scheiße du bist nicht mal ein guter bot hallo scammer zentrale der hier ist kaputt prozent message 8 7 error reply unknown hallo süße okay sich eine stunde lang darauf abzufeiern mit einem bot zu reden ist süß aber bei zwei stunden würde ich mir sorgen machen mit einem scambot zu streiten ist vielleicht die traurigste art auf die ich je arbeitszeit verschwendet habe und ich habe mal eine pyramide aus neon röhren gebaut wie gefällt dir das wetter du verhaust jeden wurf den du gar nicht erst wagst sie mag katzen ja komm die caitlin da geben wir auch mal eine chance ne antworte die frage kann ich nicht komm okay dann sollte ich mal das eis brechen wieso ich ich bleib ach ich weiß nicht die sieht sehr sehr unsicher aus muss ich ihr jetzt erstmal zeigen dass ich also interesse habe oder muss ich jetzt eher so ruhig bleiben damit ich sie nicht verschrecke ich mach mal cool bleiben hey wie läuft's bei dir oh gott okay du wirst mich für das größte misstück der welt halten warum also ich habe versehentlich nach rechts gewischt du blöde kuh du bist auch nicht mein typ ich wollte dir eine chance geben weil ich nicht so oberflächlich sein wollte lol das sagst grad du ich mach die fertig das ist so komisch erzähl mir bitte wie das passiert ist kein plan ich guck ständig in meine einstellungen sie sollte mir kerle anzeigen vielleicht habe ich sie versehentlich umgestellt wie oft passiert das bevor du verschwindest ich habe gerade erst angefangen die app zu benutzen als eine die nicht auf kerle steht wie oft muss ich damit rechnen welche in meinem feed zu sehen ganz ehrlich keine ahnung alle meine freunde benutzen diese app und keiner von denen hat dieses problem ich glaube die bei smolder haben es auf mich abgesehen ganz sicher das riecht nach einem rache feldzug danke du wirst jedenfalls echt cool sorry dass du seltsam ist wische vorsichtig gut wishing hey wirf nächstes mal deinen blick aufs profilbild und die pronomen ja oh gott also chat ist mir scheißegal ist mir scheißegal was sie sagt ich nehme sie oh sie wollte oh nein sie wollte mich nicht ohne asiatin willst du kiffen und anime gucken boah ne tschüss das ist doch ein witz also ne also bei anime okay aber ne ne das profil noch versuche jo hey steff steff hier von drugstore make up was geht okay ich habe mit easy geredet und wir sind für einen auftritt zu haben einen halt zwischen slc und denver wäre gut irre ich kann es kaum erwarten dass ich hier spiele das wird euch gefallen hell yeah kann ich für ein paar tage bei dir unterkommen äh hast du nicht noch mehr konzerte scheiß ist was passiert nein nicht wirklich ich dachte nur vielleicht bleibe ich etwas länger in heaven als wir ursprünglich geplant hatten aber nicht beide von euch alter kann ich bei dir pennen oder nicht ja ja natürlich meld dich falls du reden willst ich glaube ich kann dir einen job in der stadt verschaffen falls du interesse hast dann musst du nicht mehr auf einer couch pennen und kannst dir deine eigene wohnung besorgen alter darüber müssen wir uns unterhalten mach das bier auf ich bin in zehn minuten da weißt du an deiner stelle hätte ich meine zukunft nicht auf ein spiel gesetzt indem ich so scheiße bin alter ich versuche zu schlafen du kannst schlafen wenn du tot bist wegen dem job im plattenladen okay ich geh zum vorstellungsgespräch danke gabe du bist der coolste freund den sich ein mädchen wünschen kann danke gabe jetzt lass mich schlafen verdammt hals und beinbruch kein ding ja ich bin halt nicht so der drogenmensch ne also außer die legitimen drogen die alkohol schokolade essen droge gabe ryan und charlotte bleib bei mir ähm willkommen wird doch zeit dass dieser gruppen chat weniger club für jungs wird jo danke für die einladung also filmabend für einen filmabend bin ich immer zu haben alter du bist immer für eine naturdoku zu haben sobald ich zu jurassic park schalten will gehst du stiften sie haben keine federn wo sind ihre federn gabe oh gott nicht schon wieder das naja nicht das schon wieder ha beim filmabend bin ich dabei wann bei mir freitag und ich denke es ist nur fair dass unser neuestes mitglied den film aussucht was dem habe ich nicht zugestimmt pech gehabt alter die entscheidung ist gefallen ich suche etwas echt seltsames aus okay wie seltsam echt seltsam hallo red pepper totenwins nicht so viel wow wer ist denn easy ach easy war doch mein band kollege ne hey bin sicher zu hause angekommen ich denke es wäre das beste wenn ich deine nummer blocke ist nichts persönliches ich denke bloß dass die versuchung dir zu texten zu groß wäre und ich will dass du da draußen mit allem was du tust weitermachst also lebe wohl dieser benutzer hat eingehende sms nachrichten von ihrer nummer blockiert ich habe nicht mal geschrieben du musst mich nicht blockieren wer ist denn jerry ne jerry wollte ich hey wir spielen am 25 im snothaus die golds ritz attacko lanterns ja die heißen attacko lanterns und ihr falls ihr dabei sein wollt alt wird nett selbst mitgebracht scheiße du hast es noch nicht gehört ich bin aus seattle weggezogen oh scheiße wann circa vor einer woche verdammtes easy bei dir nö sorry alter ich glaube nicht dass es dsm noch gibt verdammt fm chat fm chat der will einfach meinen chat manipulieren ja richtig locker also echt nichts gegen dich aber verpiss dich aus meinem leben no front ne aber wir wirklich hey chat ihr könnt euch doch nicht nicht von wie heißt er jerry wie könnt ihr euch denn von jerry manipulieren lassen eieiei ich hoffe wirklich dass dies die richtige nummer ist falls die person die das liest steff ist hey hey mikey hier mikey war doch auch der typ ne ist eine weile her heilige scheiße hey verdammt alter es ist ewig her wie hast du mich gefunden als wir uns das letzte mal getextet haben hatte ich eine andere nummer lol du bist im alumni verzeichnis im ernst ich weiß ich dachte auch es ist komisch man da spendest du einmal fünf kröten egal alter wie geht's dir wie geht's gut du weißt wie es ist ja eigentlich nein ich hab keine ahnung wie es ist lol nein ich schätze das weißt du nicht wandere immer noch herum hab's auf die hochschule geschafft das ist cool und du erstens das ist cool glückwunsch zur hochschule zweitens lol keine ahnung bin abgehauen wo echt wo bist du jetzt haven springs colorado ist das ein fort von dem war oder so haha siehst du das wäre ein guter ort für den umzug gewesen nein ist mitten im nirgendwo lang geschichte weißt du sie erzählen willst bin ich ganz ohr so was sind jetzt meine aufgaben also die musik fehlt echt ein bisschen kasias zettel erledige radio show aufgaben hör dir die musik auf deinem rekorder an ja kylie hat uns geschrieben da bist du bei mir aber an der falschen adresse was hey süße wir freuen uns dich kennst und wir sorry wer ist wir ich und braden ich nehme an braden ist dein haus hier leguan nein braden ist mein freund wir suchen nach einer dritten hast du unser profil gelesen hab ich nicht ja ne ich hab geswiped ohne nachzugucken das tut mir leid ach schon wieder hast du meins gelesen ja das hätte schlimmer laufen können ja habe ich suche nach leuten die mich mit der lebensszene in colorado bekannt machen oh sorry ha ha bitch anscheinend wirst du gehostet du kannst diesen benutzer dieser benutzerin keine nachrichten mehr schicken also ich weiß nicht so im dating game bin ich noch nicht so drin als nächstes klatscht in die pfoten für net king collie wir müssen echt mehr kunden hier reinholen das war keine lebensszene bitte was lebensszene ja der laden braucht echt ein update muss ich eigentlich also spiele jetzt noch musik oder nicht ich höre halt nix ist ja richtig blöd wir müssen eine nach ja eine nachlegen so austauschen ach lässt mich sehen tschuldigung 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 ich dachte es ist so ein ding da man lifestyle und so ich quatsch mal kurz falls ihr meine stimme hören könnt dann hört ihr krct ihr glückspilze ich mach mal wieder musik an also ich hab das gefühl es ist echt ruhig hallo rob dankeschön das im szene lebensszene es ist das gleiche okay es sind die gleichen buchstaben ich habe es halt ein bisschen umgedreht lehrmaterial die französische küche und du shredding auf der gitarre in 60 tagen e-mails für profis kapitel 1 das einschalten des computers hallo zum wasser ähm gönnt euch diesen valentinstag was ruft freds schneeräumung an what the fuck geil ich gönne mir mal heute ne schneeräumung und wann hat dich das letzte mal jemand benutzt also wenn es nicht in der zukunft wäre wäre es alex gewesen wen will ich eigentlich verarschen ich wäre so krass zu ihrem konzert gegangen wer ist sie zwei jahre lang kein kontakt und dann dieses geheimnisvolle paket musik ist ein bisschen laut ne well played mikey mach es mal so oh öffnen ein alter gm kran what the fuck mit mikey ist die nostalgie durchgegangen ich sollte das alles durchsehen ja moment also das machen wir gleich ich habe angst dass das was triggert ne oh da steht noch nicht das schlagzeug wenn ich die alle leer mache könnte ich eine mega krasse festung bauen aber das tue ich jetzt nicht eines tages wird schlechte clipart ein comeback erleben und wenn dieser tag kommt werde ich bereit sein ok kc 104,3 der berg heims bester indie rock sender ach notenblätter auch dieser laden kann sich echt nicht entscheiden hä warum musik ist musik ist wohl nicht das lieblingsmusical der inhaberin hm backseat bingo ein neues musical von horace grassley copyright 1970 null dollar du würdest der ladenbesitzerin einen gefallen tun ok ach die müssen wir dringend auffüllen rocky mountain record traders namenprodukt abgeholt private liste ich hatte diese melodie die ganze nacht um kopf wir brauchen mehr musik zum glück bin ich aufgestanden und hab sie aufgenommen ich hab voll vergessen wie sie klingt ich könnte sie mir anhören und sehen ob sie mir noch gefällt das geht doch mega ab ein upgrade von summen zu echter musik wäre ein guter nächster schritt 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 ok auf welchem instrument soll ich sie spielen wir haben musik wieder ich wette sie klingt als riff auf der gitarre cool ich bin so ziemlich im reinen mit meiner entscheidung die band verlassen zu haben händliche musik so ziemlich die szene in seattle die beste wochenzeitung der verregneten stadt leaping der örtlichen punker drugstore make-up kehrt zurück von bernard bernard nelson ist das problem wenn man nur zwei leute in der band hat sagt die sängerin izzy insurrection wenn man eine person verliert ist das die halbe band stammgäste der punk treffpunkte in seattle fragen sich nach monaten der stille vielleicht was mit der aggressiven musik und dem schwarzen lippenstift von drugstore make-up passiert ist nach einer veränderung der band besetzung musste izzy neues talent finden unsere neue drummerin ist eine punk rock granate das ist die irre energie die wir jetzt brauchen das ist cool von steph an george gingrich das ist doch ihr vater ah papa ja hallo dort in der ferne papa ich weiß nicht was fundierter sein soll als untote non warte mal ach da ok er hat mir geschrieben ich muss mal kurz runterscrollen es dauert nur 10 jahre und ist echt laut hey liebling stephanie hey liebling wie sieht es in colorado aus hast du schon elche gejagt ich weiß dank all der fristen gar nicht mehr wo mir der kopf steht ein kunde kam auf letzten drücker mit der rückmeldung dass sein trailer und ich zitiere sich mehr wie ein trailer anfühlen soll geht klar boss ich hab versucht mir die serie anzugucken die du empfohlen hast aber ich kann nicht über die untoten nonnen wegsehen hast du etwas mehr fundiertes für mich hab dich lieb george sie ist gut ne papa ich weiß nicht was fundierter sein soll als untote nonnen sie sind wortwörtlich unterm fundament vergraben hast du schatten und whisky schon gesehen es hat den noir flair den du so magst aber ohne die misogynie lol hab dich lieb ich ps hast du versucht den trailer mehr wie ein trailer aussehen zu lassen pps noch kein toter elch aber morgen ist auch noch ein tag aber es macht keine musik mehr nach das ist alles die musik achso ja das kenn ich schon und wenn dieser tag kommt werde ich bereit sein okay es kommt jetzt normale musik mein altes notizbuch papa muss es in meinem zimmer gefunden und mikey gegeben haben oh und ja ist ähm wie ist sie ist ihre story hat also nicht wirklich was mit der haupt story zu tun ist spät davor ähm lesen oh mein gott was für ein throwback nicht lesen muss ich jetzt schreien oder was warnung weiterlesen resultiert in charaktertod durch plötzliches und unerklärliches organversagen hallo hartfire halt so wührende typ namens papa elemen wolkenbrecher geschlecht männlich klasse zauberer stufe 14 biografie elemen zauberer des dritten zirkels und ehrwürdiger ratgeber von könig tiberius vernahm den ruf der magie schon in seiner kindheit als sohn von bauern in dem dorf herbstgräber versteckte er seine fertigkeiten jahrelang aus angst vor den dorf ältesten verstoßen zu werden als junger mann wurde elemen wagemutiger und verließ schlussendlich herbstgräber um in der legendären halle der zirkel unterrichtet zu werden nun bereist er die welt auf der suche nach wissen guter gesellschaft und etwas gold fähigkeiten kommunikation objekt bewegen astralprojektion geisterstoß ärgels säureschauer salz katan katalytischer feuerkegel und die gnomies feuerschlag der flamme ich bin gespannt darauf ich bin gespannt also ich kann mir noch nichts darunter vorstellen wie die da auch irgendwie so typisch live strange reinbringen wollen so von hey ist was schönes aber jetzt kriegst du voll kacke in dein gesicht geschmissen kampagnenideen unter schaum und gischt die dorfbewohner von krendels klamm kennen sich mit zwei dingen besser aus als jeder sonst auf dem witwenmeer wie man einen sturen herring angelt und wie dieser sture herring schmeckt wenn er über dem feuer geröstet wurde das leben hier ist simpel etwas behäbig und selten gefährlich bis das verschwinden der kinder begann es begann mit dem sohn des braumeisters dann die tochter des schmieds dann der neffe des jägers und danach weitere rufe erreichten die monsterjägergilden doch nicht viele leute reisen bis nach krendels klamm ein gutherziger einwohner krendels captain dennis salt regelte selbst zum rocken er segelte regel regelte segelte selbst zum rockenhafen brachte seine bitte dem gildenmeister vor damit wurde der hilferuf endlich erhört aber wird es genug sein kommt jetzt noch musik der ewige gefangenen okay niemand weiß wer die zelle im aschenzahn wald gebaut hat oder wie lange sie schon dort steht oder wie die steine verzaubert wurden man weiß nur dass ein mann in der zelle lebt allein und eingesperrt seit über 600 jahren erinnert sich nicht an seinen namen aber zu viel ähnigkeit mit der kampagne in der schwarzen mulde die perfekte stadt keine stadt in kerei konnte sich mit den geschäftigen straßen und glänzenden türmen von neu eden vergleichen es war nicht nur der reichtum die kunstfertigkeit reichturm von neu eden fand nein es war die völlige abwesenheit vom täglichen bösen krankheit hunger die bürger von neu eden hatten perfekte familien und perfekte leben benachbarte königreiche wollten verzweifelt allianzen doch neu eden blieb eigenständig in all seiner perfektion doch perfektion hat ihren preis rubine und feuer anwohner nennen ihn tochterflamme doch der berg hat ältere namen blutspitze karmesinfels und falls man es man den richtigen verunsteten historiker fragt kars das thron des ältesten er streckt sich bis in die wolken und verdeckt den himmel mit einem endlosen schleier aus ruß er zog auch viele reisende an die nach dem legendären schatz in seinem inneren suchten der ziegenkönig ozys baut die schatzkammer in längst vergessenen tagen und überließ ihre bewachung seinen zwei unsterblichen söhnen niemand konnte eine einzige münze ein einzigen juwel oder eine einzige krone stehen niemand der es überlebte lachend sterben der könig in nahr thomas potzby war zur lebenszeit kein lustiger geselle aber im tod nee das dämlich mit dieses anfang alles lesen ich brauche eine neue elamon kampagne in meinem alten notizbuch sollten einige ideen stehen die vielleicht funktionieren hatten wir die nicht gerade gelesen meike hat immer noch drauf aber elamon hat schon bessere tage gesehen das habe ich meike geschenkt bevor ich nach seattle gezogen bin ich frage mich ob ich überhaupt noch die hälfte davon verstehen würde ich fühle mich gerade wie auf so einem dorf fest wo einfach nur noch die die älteren leute sitzen und schunkeln und ihren alkohol trinken und die jüngeren sind alle schon weg königreiche und kavernen die m leitfaden zweite ausgabe gebiete nicht nur über armeen sondern über die essenz deiner geschichte in der nächsten ausgabe des weltberühmten tabletop rollenspiel ich nehme die perfekte stadt es ist alles schunkelt nehmt euch alle und dann okay jetzt viel pep dahinter es wäre echt toll wieder kontakt mit mikey zu haben ist echt ewig her aber bin ich auch bereit wieder gm einer ganzen kampagne zu sein ich denke ich würde mich gut mit ihr verstehen die musik ist richtig gut ich mag die sehr geehrte frau den rich willkommen in meinem laden der herr weiß dass wir frischen wind brauchen mein name ist kasia so wie es geht und ich bin eine alte eine alte ich bin ein alt danke ich habe gesagt auch vielen dank dankeschön dankeschön vielen dank danke für sehr vieles hat und dankeschön dunkel ist gut dunkeln das stimmt ich bin eine alte schachtel in einem altersheim in colorado springs record traders liegt mir sehr am herzen also weiß ich alles und ich meine absolut alles was sie tun können um den laden zu verbessern zu schätzen was sie tun können um den laden zu verbessern zu schätzen naja egal mit freundlichen grüßen kasia einige ideen bessere deko bessere musik her die musik ist voll gut belüftungsabdeckung reparieren fällt seit jahren ab das gleiche an der tank kommt ja ne also wenn ich das richtig verstehe lässt kasia mir im prinzip völlig freie hand damit kann ich arbeiten ich sehe mir mal die poster an vielleicht ist was dabei womit ich die wände verschönern kann was die musik angeht könnte ich ja mal die neu veröffentlichung aktualisieren die musik ist gut so wie sie ist sie bleibt so und da ist die belüftung schon mal hier bin kann ich sie mir ja mal ansehen richtig gut wir haben immer noch nichts neues ich kann das profil angucken ja wir ignorieren die blöde kuh haus jeden wurf den du gar nicht das wachs bloß der mädchen aus der kleinen stadt nach ihrem ritter ohne furcht und tadel sucht ich bin nicht für sex hier also ne warte mal rot mal die war so niedlich ach nee der ach tschüss bubbles niemand sonst können wir das profil updaten besser werden ich möchte gerade wieder äh 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 der truck simulator fahren ja der laden braucht echt ein update wollen wir nicht mit gitarre was machen alter ich kotze gleich wer hat denn auf den teppich gepinkelt analyse der sonaten hauptsatz form und ihrer beziehung zu musikalischer struktur und auswahl welcher pro zieht sich denn diese wälzer rein business barbie war cool all die jahre als bildnerin in der schule haben mich auf diesen moment vorbereitet ich brauche bloß ein paar schrauben ich glaube die holen wir erst noch das tier haust in den wänden oder sie kommt aus dem loch hey du ich bin nicht für sex hier kappa kappa das kappa ist da unnötig dankeschön wie vielen dank dankeschön ich komme morgen mit febräse und nem besen zurück also fass das als Warnung auf schleichwerbung shit das kommt aus der kabine mein erster anruf ich geh lieber ra hallo du bist auf krct radio und redest mit steph hey ist das der plattenladen kommt drauf an was du mit das meinst was also das ist eine radiokabine in einem plattenladen und die stimme mit der du sprichst ich bin eine dj die auch im plattenladen arbeitet doch dieser anruf ist wie zuvor erwähnt für das radio verstehst du äh nein kann ich dir einfach meine bestellung durchgeben und du gibst sie an wen auch immer weiter klar warum nicht nice ok also einmal goodbye means forever von kim snyder going our separate ways von the seagulls don't let the door hit you von robbie rooster oh man was gar nichts nur für wen sind die für meine freundin ich hab die auf ihrer wunschliste online gesehen und wollte sie überraschen du weißt ja support your loco dealer und so ja ja cool alter ich glaube nicht dass er checkt dass seine freundin sich mit trennungsmusik eindeckt ok hör zu vielleicht mag sie die lieder vielleicht investierst du ja einfach zu viel in diese beziehung schon mal an andere optionen gedacht was warum sagst du das ok man hör zu ich glaube echt dass deine freundin bald schluss macht alter woher willst du das wissen ne kein plan vielleicht kann ich hell sehen ja ja what ifs was danke dass du krct angerufen hast what ifs was das kann ich noch nicht was hat denn mikey hey 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 hast du das paket schon aufgemacht das ich dir geschickt habe hell yeah lass uns spielen du musik hast du dir gekauft also wie heißt sie das ist viel zu lang her ich kann es kaum erwarten elemann wieder zu meucheln typisch steff den rich tschüss aber das das fühle ich ein bisschen wenn man auf twitter schreibt dass man per e-mail bitte aufschräge haben möchte alle schreiben auf der twitter dings und ich habe twitter auf privat gestellt also ich muss gespräche annehmen und ich gucke sehr selten nach so viel deswegen habe ich gerade steff komplett verstanden wo kriegen wir denn eigentlich schrauben her die müssen wir dringend auffüllen wem gebe ich denn jetzt der hat doch bestellt was eine kuh hat ihn erschossen euch diesen valentinstag was ruft freds schneeräumung an was wenn wir keine neue veröffentlichung haben was haben wir dann gar nicht 17 90er oh mein gott lörker du hast halt recht ne okay wolfgang zeit für deine comeback tour ich wette das wird mega fame und dann muss ich mein pro wissen auf ein weiteres gebiet verlagern ich sag euch der mozart der würde uns den hocker unterm popo weg wehen muss ich nochmal hänger ein poster auf wenn die die radiosaufgaben okay okay was nehmann denn schön ist seht ihr da schon was pinkes eines davon könnte gehen schönen abend noch hart feier women of power ups i did it again wehe das wird dem mysterium nicht gerecht was muss das nehmen ups we destroyed the world ich wusste nicht ich sehe cool aus cool auch nicht schon wieder telefon man was dabei ist ein simulator ich fühle mich gerade wie bei gas station nur am hin und her rennen k-r-c-t steff hier hey bist du die hellseherin dein ernst ja das ist sie du hast vorher gesagt dass ich mit danny schluss mache bevor ich es tat oder also bist du hellseherin wo hast du weißt du was um etwas sendezeit zu füllen sag ich mal ja ich bin hellseherin ich sage zeug voraus das ist so cool okay also meine beste freundin tera die kenne ich schon mein ganzes leben sie und ich können beide auf die c u gehen aber dann habe ich es auf die uc geschafft das college meiner träume ich weiß ich soll immer meinen träumen folgen aber ich habe solche angst was passieren wird falls ich ohne tera aufs college gehe sie bedeutet mir alles das ist bist du sicher dass du mit mir darüber reden möchtest das haben wir doch schon geklärt oder hilfst du mir jetzt oder nicht okay gib mir einen moment alter wie sage ich diesem girl die zukunft voraus girl wir sind halt schon actually richtig mega sweet girl boys nicht diesen mädchen oh eine sechs bedeutet nichts gutes okay wie lautet also meine vorhersage bricht so cool okay ich denke ich habe etwas für dich bereit ja ja okay die gute neuigkeit ist dass du und tera definitiv in kontakt bleiben es ist nur dass aus besten freundinnen bedauerlicherweise todfeinde werden was warum nach einem jahr im college entdeckt ihr beide ein talent für die kunst des lyrischen ausdrucks auch bekannt als poesie ich liebe poesie aber es ist nicht immer alles rosig die welt der poesie magazine ist klein und ein haifisch becken bald beginnt ihr euch fast nur noch passiv aggressiv zu provozieren und anzumachen und dann aggressiv aggressiv anstatt die nächste emily dickinson zu werden seid ihr einfach nur mist stücke was ist das federding okay das ist alles was ich habe hoffentlich war es nicht zu heftig es war schon hart aber ich denke es ist eine gute vorbereitung auf das was kommen könnte danke steph ja bitteschön deswegen hat sie dann die tarotkarten ich hatte immer das gefühl dass ich etwas vergessen habe wenn ich den nicht in meiner hand hatte ich quatsch mal wieder kurz ein wetterupdate haven tja es war echt schön als ich zur arbeit gekommen bin das war das wetterupdate wir sind gut wir sind richtige radio die jaden cracks irgendwann sollte ich zurück in die kabine hä da war ich gerade radio voraufgaben warte jetzt eine anmerkung ich soll jetzt zurück in die kabine bis jetzt in die kabine herrn ich weiß nicht nur mhm 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 Ich weiß nicht zu schätzen, dass Haven Springs eine so besondere Ressource wie KRCT zur Verfügung steht. Nicht jede Stadt kann sich mit ihrem eigenen unabhängigen Radiosender schmücken. Ihr Programm lässt allerdings zu wünschen übrig. Samstag spielten sie während dem, was angeblich Classic Rock sein sollte, dreimal hintereinander Lonesome Ranch. Lonesome Ranch ist kein Classic Rock Song, sondern eine 60 Jahre alte Country-Western-Single. Und dreimal hintereinander ist der DJ eingeschlafen. Bitte stellen Sie jemanden Neues ein. Jeder, der eine Veröffentlichung aus den letzten 30 Jahren benennen kann, genügt. Mit freundlichen Gerüchen, Leslie Cole. Ich weiß vielleicht nicht, was ich hier mache. Aber das Gute ist, dass bestimmt eh keiner zuhört. KRCT-Zuhörer-Daten. Tägliche Zuhörer, Zuhörer pro Block. Willst du deine Einstellquoten verbessern? Hier ist ein Tipp dafür. Zuhörer lieben einen DJ mit einer Persönlichkeit, mit der sie sich identifizieren können. Und hier ein neuer Laden, über den ihr euch freuen könnt. Avalanche Ice Cream im Zentrum von Haven Springs. Die Auswahl an Sorten, die sie anbieten, wird euch mega krass umhauen. Ihr glaubt, ich mach Witze? Die haben ernsthaft und ich hoffe, ihr sitzt gerade nach Krabbenrangon schmeckender Eiscreme. Was denn Krabbenrangon? Also geht direkt zu Avalanche Ice Cream und holt euch eine Kugel von unseren guten Freunden... Sonny und Angela Anderson. Die besten Nachbarn, die sich eine hungrige DJ wünschen kann. Was weiß ich denn, wie die heißen. Die heißen bestimmt nicht Avalanche, nur weil ihr Dings Avalanche heißt. Reiß die Lantern an inklusive dieser Dinger, authentischer Atmosphäre. Gutes Essen. Hä? Oh. Klassiker wie Schokolade. Okay, okay, wir haben es richtig gemacht. Wir haben es richtig gemacht. Bitte nenn uns nicht so. Unser Nachname ist Anderson. Ich habe es richtig gemacht. Okay, good to work. Füllt seit 2002 Jobs für die Einwohner von Colorado. Wichtige Punkte, einfaches, intuitives Jobportal. Lizenzierte Karriereexperten. Die Kandidaten und Stellen aufeinander abstimmen. Wird von führenden Unternehmen Technologie und Unterhaltung benutzt. Kostnose Probemitgliedschaft mit dem Code KRCT. Okay. Und hier kommt etwas von einem unserer Sponsoren. Put2WorkColorado.com findet seit 2002 Jobs für die Einwohner von Colorado. Und zwar mit... Ist doch beides. Die haben doch beides. Die sind doch... Die sind doch ein Jobportal, dachte ich. Die euch helfen, die Spitze eurer Jobwünsche zu erreichen. Aber Steph sagt dir, ich bin ein einzigartiger Künstler mit hochspezialisierten Fähigkeiten. Nie im Leben haben die einen Job für mich. Dazu sage ich... Nicht mit dieser Einstellung. Ist eigentlich jeder ein Künstler in dieser Welt. Und nur für meine Zuhörer gibt es eine Gratisprobe mitgliedschaft mit dem Code KRCT. Gabe. Ich soll Gabe anrufen. Ey, du hältst dich super. Ruf mich nach deiner Schicht an, um den Tag zu besprechen. Oh. Danke. Ich beende, was ich tun wollte. Und dann ruf ich Gabe an. Ich bin fertig. Also, ich hab alles fertig gemacht. Ich bin raus hier. Tschüss. Ja, Tobi. Ich spiele nur Spiele, wo jeder Künstler ist. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Irgendwann sollte ich zurück in die Kabine. Hallo, Black Viper Army. Ach so, ich kann mit meinem Handy ja nicht telefonieren. Entschuldigung, ich muss ja das Telefon da drin nehmen. Danke, Dominik. Das ist nett. Ich kann ihn doch nicht anrufen. Krass. Ich glaube, ich hab das Festnetz bisher nur benutzt, um mein Handy zu finden. Ah, da muss ich Gabe anrufen. Ach so. Oh, lecker. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bin ich anrufer Nummer 12? Alter, der Job, den du mir besorgt hast. Ist mega? Es ist eher wie vier Jobs auf einmal. Und ich hab gerade mal ein kleines bisschen Ahnung von einem. Mann, wie hast du mich überredet, bei der Bewerbung so krass zu lügen? Du weißt schon, dass du auf Sendung bist. Vermeidet Situationen wie diese. Mit. Und to workcolorado.com Verbessert eure Jobaussichten noch heute. Nicht schlecht. Das war der erste Tag, was? Oder lass dir schmecken, Black Viper. Werte Zuhörer in Haven, heute ist der letzte Tag im Juni. Was bedeutet, dass wir noch einen Tag haben, um Pride zu feiern? Meine liebste Promotion diesen Monat? Was hat sie da rumgeworfen? Fügt was zur Pride-Bandmalerei hinzu und erhaltet 20% in der Silver Dragon Apotheke. Nein, nicht schade. Mir wurde gesagt, den Rabatt gibt's für eure Teilnahme. Kunstfertigkeit wird nicht bewertet. Aber nur für den Fall. So zeichnet ihr einen Regenbogen. Fangt an, einen Kreis zu zeichnen und hört auf. Und hier kommt mehr großartige Musik von Queer-Künstlern. Alter, wie sie schwitzt. Wartet mal. Ich habe eine Vision von der Zukunft. Von mir. Wie ich gleich eure Anrufe beantworte. Da muss so heiß drin sein. Fuckin' tot. Wie heißt das gleich? So reden. Das bin ich, wenn ich im Sommer streame. Okay? Okay, die Hitze ist keine Ausrede. Ich beantworte lieber den Anruf. Hey, du bist live. Was kann ich für dich tun? Hey, äh, ich... Ich glaube, ich habe es heute mit meinem Sohn echt in den Sand gesetzt. Oh. Okay. Was ist passiert? Ach, du wirst mich für einen echten Arsch halten, aber... Mein Junge Grady hat sich mit mir hingesetzt und, äh, ich glaube, die Bezeichnung ist... Er hat sich geoutet. Und ich hätte wesentlich besser damit umgehen können. Was meinst du mit... Du hättest besser damit umgehen können? Ich habe ihn jetzt nicht angeschrien oder so. Ich habe bloß dicht gemacht. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das war bestimmt hart für den armen Grady. Jedenfalls liebt er deine Show. Hört sie sich ständig an und ich dachte, du könntest vielleicht einen Song für ihn spielen. Nur damit er weiß, dass ich ihn verstehe und ihn liebe. Ich bin stolz auf dich, dass du versuchst, es besser zu machen. Jeder setzt mal was in den Sand. Das ist lieb von dir. Versuch, einfach ab jetzt immer für ihn da zu sein. Ein Queer-Kind zu haben, ist ein absoluter Segen. Mehr Väter sollten sich so verhalten. Warum ist das ein Segen? Ist nicht jedes Kind ein Segen? Ja, ganz sicher. Also außer meine Nachbarskinder? Es ist Feelings von Hayley Kyoko. Grady hat es für mich gespielt, bevor er mit mir reden wollte. Er meinte, es bedeute ihm sehr viel. Okay. Sehen wir, ob ich es auftreiben kann. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Platte irgendwo im Hinterzimmer haben. Okay. Bisschen, bisschen bei der Hand und Dorn Teufel. Deine Freunde bei Smulder haben bemerkt, dass bei dir gerade tote Hose ist, weil du im Verfluchten nirgendwo von Colorado wohnst. Möchtest du deinen Dating-Radius erweitern? Naja, was soll schon Schlimmes passieren? Berühmte letzte Worte. Schwule Punker, alle anderen Punker. Aber kann ich das Profil denn vielleicht angucken? Nee, ne? Ich kann das gar nicht angucken. Von mir aus. Nee, die nehmen wir nicht. Das passt nicht. Obwohl, ich gebe jeder eine Chance. Gurke. Maskuline Komikerin mit schlechten Haarschnitt und noch schlechteren Witzen. Komikerin. Mit schlechten, mit schlechten Witzen. Ich habe den Chat schon, aber okay. Mann. Keine Ahnung. Mann. Keine Ahnung. Ich heile dich, wenn du mein Tank bist. Ja! Ich beginne. Mit was für einem Opener starte ich diese Konversation? Ich verliebe mich oft in Theaterfernse. Oh Gott. Mir gefällt das Schwert. Das ist kein Schwert, das ist ein Katana. Ungelogen, das Polsterschwert war der entscheidende Faktor. Lol, dann gehörst du zu einer seltenen und wertvollen Art. Du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Völliger Schuss ins Blaue, aber stehst du auf TTRPGs? Auf Titten, auf... Hauptsächlich Fantasy. Ich habe früher viel Königreiche und Kavernen gespielt. Gutes altmodisches Elf- und Zwergzeug, weißt du. Es ist aus gutem Grund ein Klassiker. Bingo! Aber früher ist eine Weile her, seit ich gespielt habe. Ah, wie schade, glaubst du, du fängst irgendwann wieder an? Vielleicht, wenn du mich überzeugst... Hey, wenn du je eine Spielgefährtin brauchst, bin ich das richtige Mädchen für dich. Das, ähm... Ich meinte nicht... Oh Gott. Scheiße, das meinte ich nicht auf die sexuelle Art. Bisschen müssen wir. Bisschen müssen wir. Nicht ganz sicher. Ja. Es ist nicht, dass ich dich nicht hübsch finde. Das tue ich. Ich meine nur... Ich habe nicht versucht... Pfff... Lol, heilige Scheiße, das hätte ich aus der Bahn geworfen. Sorry, ich verarsch dich nur. Oh lol, ja, geht klar. Ist okay. Also, Haven Springs, das ist ganz schön weit draußen, oder? Einwohnerzahl von 1100. Warum weißt du mehr über Haven Springs als ich? Lol, das nennt sich Internet. Sorry, ist deine Angewohnheit von mir. Ich verliere mich in sowas. Das erste ist eine Frage, die stellt man nicht. Die stellt man einfach nicht, okay? Ich stelle sie trotzdem. Weißt du, ohne nachzugucken, ob du mehr als 10 Browser-Tabs offen hast? Oh Gott, du hast mich erwischt. Wahrscheinlich eher 50. Stört dich das? Ich weiß, das ist komisch. Nö, seltsam ist gut. Wenn überhaupt, ist die Abwesenheit von seltsam ein K.O.-Kriterium für mich. Oh, okay. Was für ein Glück, denn das ist nicht mal das volle Ausmaß meiner Seltsamkeit. Okay, also zurück auf Haven Springs. Hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht nach Denver zu ziehen? Sollte keine Beleidigung sein. Alter, das hatte ich vor. Aber ich habe eine Wette verloren. Nimmst du mir ab, dass ich eine Wette verloren habe? Lol, was? Kein Witz, ich habe eine Wette gegen meinen Kumpel Gabe verloren. Also bin ich geblieben. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Lol. Du solltest wenigstens mal vorbeikommen. Meinst du? Absolut, Denver ist nicht perfekt. Aber ich denke, es würde dir gefallen. Und ich würde mich freuen, dich zu sehen. Komm nach Haven! Oder lass mich was vorstellen. Du könntest nach Haven kommen. Es ist gar nicht so schlecht. Wir haben einen Plattenladen, eine irre kleine Bar und ein Indie-Kino. Und die Leute hier sind super. Das klingt nach Spaß. Oh, scheiße, vergessen. Ich spiele im Moment in einem Theaterstück mit. Wir haben dieses Wochenende unsere erste Aufführung und treten die nächsten drei Wochen auf. Also bin ich erst mal beschäftigt. Hey, das ist mega. Hals- und Beinbruch. Hey, danke. Na, dann komme ich nach Denver. Okay, wenn die einzige Option mit dir rumzuhängen Denver ist, dann komme ich nach Denver. Echt? Das macht dir nichts aus. Nee, es wird super werden. Wow, ich bin so aufgeregt. Warte, haben wir jetzt ein Date? Das war's? Na ja, gut. Aber da gibt es noch mehr. Ich möchte bloß neue Leute kennenlernen und Freunde finden. Aber sie steht auf Frauen. Wir könnten sie von uns überzeugen. Also. Wann Gott. Wir könnten sie überzeugen. Janice, bin ich lange auf diesem Kontinent. Ja, dann nicht. Was kurzfristiges will ich nicht. Mir wurde gesagt, ich rieche wie ein neues Buch. Auf jeden Fall. Also Entschuldigung, aber neue Bücher sind... Also. Soll ich die Unterhaltung beginnen? Es Ihnen überlassen? Okay. Was ist die beste Vorgehensweise? Ach so. Oh, Pronomen. Gut gekleidete Enby-Herz... Was ist denn jetzt Enby? Was ist denn jetzt Enby? Chat, kann mich jemand aufklären? Enby... Da steht aber Enby ausgeschrieben. Kann ich mich deiner homosexuellen Biker-Gang anschließen? Melde dich mit deinem übelsten Anmachspruch. Gut, dass ich es gelesen habe. Okay. Was ist die beste Vorgehensweise? Wirst du von der Polizei gesucht? Oh Gott, darauf muss ich mich mental vorbereiten. Leg los. Denn du siehst kriminell gut aus. Uff. Bist du eine Süßkartoffelpommes? Ich bereue es jetzt schon. Komm schon. Nein, ich bin keine Süßkartoffelpommes. Denn du bist unwiderstehlich und süß. Kapiert? Wie in... Mir ist danach zuzugreifen... Hä? Hä? Loll, ich kapier's. Ich kapier's. Welche Art Musik gefällt dir, Kolbi? Ein wenig von allem. In letzter Zeit bin ich auf einem Bluegrass-Trip. Verdammt ernsthaft. Aber hallo, ich hab mir sogar ein Bau-dein-eigenes-Banjo-Set bestellt. Aber es ist noch nicht zusammengesetzt. Loll. Mist, Handy schmiert gleich ab. Tschö. Ah, schade, falls wir nicht wieder reden, pass auf dich auf. Bin ich nicht nett. Verabschiede mich sogar. Bikerin, die auf Bikerinnen steht. Oh, für dich fang ich Bikern an. Selbst wenn mir das Geld egal wär, würde ich so einen Schwindel immer durchschauen. Du hast die maximale Anzahl Kandidaten für den Tag erreicht. Willst du weitere Gelegenheiten, jemand Besonderes kennenzulernen? Abonniere unsere Premium-Mitgliedschaft 16,99 für unbegrenzte Kandidaten. Weg weg. Ich gönne kein Premium, nee, nee. Es mag sie auch Musik zu liefern. Vom Lagerraum an die Massen. Ich mag Süßkartoffelpunkt eigentlich auch nicht so. Was war das jetzt? Kiyoko oder so, ne? Wollen wir mehr zeichnen lassen? Hm. Die Geschichte könnte eigentlich noch weitergehen. Soll ich noch etwas zeichnen? Aber ich glaube, beim Samsung war das vorinstalliert, oder? Also ich hab's nie runtergeladen. Necromant! Geben wir diesen Kindern etwas, wovor sie weglaufen sollten. Mega. Aber hat sie nicht gesagt, im Lager? Man kann über die 80er sagen, was man will. Synth-Bässe waren ein Geschenk an die Menschheit. Wo ist denn jetzt? Ich hab an ein paar Bösewichtern für diese Kampagne gearbeitet. Ich mag voreingenommen sein, aber... Sie sind echt mega. Bösewicht. Drachenkaiser Gravenrush. Gravenrush, der Herr über Himmel und Knochen herrschte, mit endloser Wut über die verbrannte Wildnis und verwandelte seine untertanen Mahlzeiten und... Und... Und? Ach so, das wurde durchgestrichen, okay. Der Kindszauberer. Viele Welten kennen den Namen Olberon. Er wird ausgespuckt wie ein Fluch oder angstvoll geflüstert oder unter Schmerzen geschrien. Aber er ist immer derselbe. Ein Name für etwas absolut Schreckliches. Etwas absolut Skrupelloses. Helden kämpften gegen und fielen durch Olberon. Ganz gleich, welche Form er annahm. Manchmal war er eine große Spinne mit tausend Mäulern. Manchmal war er ein schwarzer Hirsch mit feurigem Geweih. Doch in Kerae nahm Olberon eine harmlosere Gestalt an. Die eines Kindes im silbernen Gewand. In seiner Hand ein geschundener Stab aus Kiefernholz. Er betrat in Fahrt zur Herrschaft erneut und sammelte seine Kräfte während seiner Augen hinter dem zerzausten Haar der gefallenen Ritter des Lerchenhügels. Was? Ach so, es war... Okay. Mann, kannst du mal einen Satz fertig schreiben? Vorinstallierten Magist, ja. Durgaron, Minotaurus-Kriegsherr. Durgaron, geboren als Brecher von Stein und Zertrampler von Wurzeln, schloss sich der Truppe des Fahlenbischofs an, als er alt genug war, eine Axt zu schwingen. Er stieg dank seines Könnens auf dem Schlachtfeld in den Rängen auf und betrog schlussendlich den Fahlenbischof, um die Kontrolle über die durstlose Horde zu übernehmen. Das Königreich erkannte Durgaron als das, was er wirklich war. Ein Monster. Der Kriegsherr machte keine Gefangenen, ließ kein Feld unverbrannt zurück und schlachtete sogar Heiler bei ihrer Arbeit ab. Ein unverzeichnet Verbrechen in den Augen des Tribunals. Doch was Durgaron am meisten wollte, war eine würdige Herausforderung und in Ellemann sah Potenzial. Punkt, Punkt, Punkt. Die verlorene Priesterin, Sturmherr Quixby, verrückte Eule, Irrer, Federvieh, Nah, der einst anerkannte Chefingenieur Quixby, wurde unter einer Flut aus Beleidigung aus dem Himmelsrat verbannt. Sie konnten die Brillanz seines Plans nicht erkennen. Die Schönheit der Aufopferung. Quixby war der beste Ingenieur, den der Rat seit Generationen zu seinen Mitgliedern gezählt hatte. Sein Werk wurde im ganzen wandernden Horst angewandt, um das Leben seiner Bewohner zu verbessern. Die Sonnenglühbirne, Exoflügel, die List ist lang. Doch als er vorschlug den gesamten Horst für sieben Lebenszeiten dadurch anzutreiben, einen nicht weit entfernten Planeten zu zerstören, der kaum bewohnt war, verrückter schrien sie. Oh. Die sind doch süß. Auf Parship verliebt sich. Ja, ja, ein Single. Das Problem ist, Parship hat nur noch lesbische Werbung. Der große und edle Elamon hat viele Prüfungen überstanden. Er verlor mehrere Gliedmaßen, starb und wurde, wer weiß wie oft, wieder zum Leben erweckt. Zwölfmal. Doch trotz allem konnte sich Elamon immer auf eine Sache verlassen. Freundschaft. Die Liebe und Fürsorge eines geschätzten Freundes. Warte. Was? Das ist zwar schön, Steph, aber du weißt, dass Elamon alleine kämpft. Hat er immer, wird er immer. Ich rede von deinem Schwert. Oh. Erzähl weiter. Eine Woche, nachdem wir mit der Kampagne angefangen haben, hat Mikey diesen neuen Elamon ausgedruckt und ihn mir geschickt. Und er ist mega. Wuhu. Entschuldigung. Ich lasse es einfach in einer Metropole mit Millionen von Einwohnern spielen, sagte sie. Wie schwer kann das schon sein? Sie erinnert mich an Liza. Entschuldigung. Neu Eden, das Geheimnis von Lockenkopf Silber. Sie nennen es Neu Eden. Die größte, reichste und friedlichste Stadt aller Königreiche. Was stimmt damit nicht? Überhaupt nichts. Denn in Neu Eden ist Verbrechen nur eine verblasste Erinnerung. Krankheit ein Mythos, Schmerz... Ah ja, mit dem Ort stimmt so krass was nicht. Malkys Zeichenkünste haben sich seit der Schule von Irre zu überkrass gewandelt. Wie ihr seht, Reisender, sind diese grotesken Anschuldigungen, die ihr gehört habt. Nun, grotesk. Meint ihr die über einen dunklen Geist in einem unsichtbaren Turm oder die darüber, dass dieser mit einem rituellen Menschenopfer beschwichtigt wird? Beide. Alles davon. Es tut mir leid, dass ihr so viel Zeit und Mühe verschwendet habt, hierher zu kommen, Reisender. Nein, ich denke, das habe ich nicht, Frau Bürgermeisterin. Diese Kampagne war bisher, wage ich es zu sagen, episch. Ich bin so froh, dass Mikey mich zum Spielen animiert hat. Als Ausgleich muss ich mir den fiesesten Schurken ausdenken, den er je gesehen hat. Es sind drei Optionen übrig. Zeit mich zu entscheiden. Ich nehme den Kindszauberer. Schlimmer kann es nicht werden. Es ist viel Arbeit, Elamon, einen Schritt voraus zu sein. Die Versammlungshalle für Tunnel und Gemächer. Benutzer Drummer with a Beanie. Hey Leute, ich brauche Inspiration. Mein Spieler wird obszön gut darin zu erraten, wo ich eine Mimik versteckt habe. Truhen, Töpfe, Schränke, Waffenstände. Er weiß es einfach immer. Erzählt mir von euren besten Mimics oder Fallen im Allgemeinen. Ich habe gerade Mimik gelesen. Das heißt Mimik. Das ist mein Eindeslaster, okay? Lord Master of Gelshire. Ich habe mal eine Mimik in der letzten Schatzgiste der Kampagne untergebracht. Wortwörtlich in der letzten Truhe, die sie nach dem Sieg über den Bösewicht gefunden haben. Ein untoter Archimist, der den Mana-Strom der Welt vergiften wollte. Kann ich nur empfehlen. Ich brauche nicht zu sagen, dass die Gruppe angepisst war, aber sie haben es nicht kommen sehen. Walking Shadow Knight sagt, letztes Jahr wurde bei mir ein NPC, der eine Mission vergab, zu einer Mimik. Sein Kopf spaltete sich in Zähne auf und so weiter. Ich habe vermutlich einen Haufen Regeln gebrochen, aber das war es wert. XD. Von Orkish Booty Shorts. Mimik sind öde. Benutze einen verfluchten Spiegel, um sie alle in Schattenreich zu schicken. Macht echt Spaß, lol. Kirsti-T-Logo-Ideen. P-G-J. P-R-C-T, der Berg. Also, wenn den Berg. Okay. Wähle. Okay. Welcher dieser drei Schurken wäre die ultimative Herausforderung für unseren großen und mächtigen Elamon? Ich werde so Durgaron, ne? Ne. Olberon. Im Olberon. Der war fies. Ich könnte mir ja die Melodie anhören, an der ich rumgebastelt habe. Das ist kein Ups. Warte, es kommt gleich. Da. Hörst du? Kein Waschbär. Genau. Ciao. Gar nicht mal so schlecht. Etwas minimalistisch, aber mir gefällt es schon ganz gut. Das ist nicht minimalistisch, das ist schön. Aber irgendwie fehlt da noch was. Gesang. Song wiederholt sich. Ich denke, es braucht noch eine catchy Gehook. Aber wie soll die gehen? Wir brauchen Boss. Hymne. Ich will eine Hymne. Pop kann jeder. Ich wäre etwas Hymnenhaftes gar nicht so schlecht. Etwas, wobei man die Faust in den Himmel strecken will. Rechte Arme heben wir nicht. You are my fire. Ernsthaft, falls es so schlecht ist, wie Kaja sagt, muss ich es einfach hören. Wenn du mit dem gesamten Internet wetteiferst, musst du aggressiv sein. Okay. Okay. Okay, Katzendeckerli. Ich habe es wirklich gern gemacht. Liebe Steph, danke, dass du mir hilfst, meinen Comic zu verkaufen. Ich freue mich wirklich, dass es gut läuft. Und ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Alles Liebe, Ethan. Und Char. All diese Labels geben mir Flashbacks an meine undankbare Zeit als Stage-Manager an der Highschool. Ich habe echt gedacht, Katzen wären pflegeleicht. Meine Katze hasst mich. Was nun? Ein Leitfaden für neue Besitzer. Leckerli fürs Kätzchen. Du willst deiner Katze ein Leckerli geben, um ihr Vertrauen zu verdienen? Für erstmalige Besitzer ist der häufigste Fehler, dass sie versuchen, das Füttern der Katze gemäß ihren eigenen Bedingungen, anstatt gemäß denen der Katze zu gestalten. Tipp. Versuche einen ruhigen Ort mit wenig Fußverkehr für das Futter und die Leckerli deiner Katze zu finden. Dort kann sie sich sicher fühlen, während sie frisst. Vielleicht kann eine Handvoll davon die Katze aus den Wänden locken. Wo platziere ich die am besten? Ich könnte ja hier ein paar Leckerlis hinterlassen. Katzen lieben Fensterbänke, richtig? Oder vielleicht hier? Ist eine schöne, ruhige Stelle. Betrachte es als Friedensangebot. Yum, yum. Yum, yum. Nicht das effizienteste Kühlungssystem. Aber in dieser Hitze bin ich mit allem zufrieden. Viele haben mich für die gelobt. Aber so gut wie niemand hat sich so richtig dafür interessiert. Oder einen mitgenommen. Was gibt's diesmal? Chefkoch Bettys Kochunterricht für Senioren wird ja immer beliebter. Oh, ich will auch Kochunterricht. Ich will eigentlich nur essen, aber hey. Wäre der Sommer ein Girl, würde sie sich ganz sicher Reggae anhören. Auf dem Witz. Und ich wäre so krass, wenn sie verknallt. Ich glaub, wie C, C zwar ist stilles Örtchen, aber hmm. Das echte Haven Teenager signierte Ausgaben von Thaynor kaufen, ist der crazyste Shit überhaupt. Harman H. Comics, Ausgabe Nummer 1. Thaynor, Monsterjäger. Und der Helm von Nava Dune von Ethan Lambert. Diese ganzen Anglizismen, ne? Meine letzte Aufgabe für heute ist, die Pride-Deko wegpacken. Irgendwann hole ich dich noch ein, Chef. Oh, war immer das laut gerade. Ich muss immer noch das Ergebnis des Spiels von gestern Abend eintragen. Mann, das war ein krasses Spiel. Wie automatisch notieren. Du bist besser. Diesmal muss ich mich vielleicht echt anstrengen. Nein! Streng dich an, so viel du willst. Dieses Mal gewinne ich. Hochmut kommt vor dem Fall, Stephanie. Was immer du tust, denk nicht an Jet in Windeln. Nein! Ich kann nicht! Alter! Ich will dich! Ich sagte, denk nicht daran. Guckuck gugaga, Steph! Lass mich dir etwas von meinem besten Gesurf einschenken. Ich hör nicht zu. Uäh! Steph! Wo bist du hin? Verdammt! Ich hab noch keine Objektpermanenz entwickelt. Na? Wie läuft's als Fake-Hellseherin? verdammt was ist passiert ich dachte du wolltest dich anstrengend meine hände schwitzen meine auch schlechter handwerker gibt dem werkzeug die schuld die mine wieder ich kann die mine übrigens unabhängig vom spiel spielen jetzt kein großes ding draus da sollen ja noch weitere folgen tote tischfußball wie ohnehin touche gäbe jetzt werde ich dich vernichten hat der mir das geschickt oder habe ich das gemacht wer auch immer ich hasse dich du kannst du nicht die arme da sollte ich vielleicht öfter rein was 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 hübsch das ist ja riesig mega nur die schlechte und liebten wer jetzt wirklich schuld ich habe gewonnen ich habe gewonnen ne mäuse okay geheimnisvolle wandkatze verdient ihr deinen unterhalt befreie sie was gebe denn da toll die cd die sich der typ gewünscht hat ist da drin eingeschlossen und statt einer kombination habe ich vier zeichnungen lieber dave der zukunft wir mussten die schlosskombi ändern damit der dave der vergangenheit nicht liqueur über die seltenen parten kippt hier ist ein hinweis ashley und luca der vergangenheit saint patrick's day 09 gut die zeichnungen sollen ein hinweis sein ich sehe mich mal lieber im laden um verdammt vergangenheits dave geist stern auge eis ich wette du hast schon so einige üble frisuren gesehen oder oh gut ich hatte schon angst dass uns die kisten ausgehen oh man das lasse ich lieber hier oder ich spiele es auf sendung bis ich gefeuert werde das sind nicht mal ansatzweise genug aufkleber da steht 09 das sind nicht mal ansatzweise genähtes d9 d ja ist ne o was war da unten vielleicht wird es zeit für etwas plattenladen archäologie muss ja eine echt wilde party gewesen sein so bis musik ist jetzt rocky mountain record traders jazz rock'n'roll rhythm and blues folk country western dann kommst du unserer großen neuer öffnung 1. juli 1968 von 10 bis 20 uhr oh wow cradle snake ich glaube mein dad hatte ihre platte gegründet 1968 rocky mountain records traders kaja hat den laden ja eine ewigkeit geführt sind herzlich eingeladen zur ruhestandsfeier von kasia zubieski im rocky mountain record traders am 13 august 2004 um 20 uhr nur mal so eine frage sind das einfach nicht die kombination erraten ich meine es gibt ja nur zig millionen möglichkeiten ok nur normale zahlen ich dachte schon vielleicht ja ich guck ja falls ducky sein bobby darren album nicht abholt opfere ich es den big band göttern habe ich mein schlagzeug immer noch nicht ausgepackt weil ich mich schuldig fühle die band verlassen zu haben oder bin ich nur faul du bist nur faul keine sorge die sehen wie geister aus the battle of me great ruins mann die gitarre hat einiges durchgemacht immer immer diese klugscheißer typisch gibt keine zig millionen nur 10.000 gefühlt alles ortiger humble beginnings ich glaube ich gehe mal ganz kurz pipi und hole mir auch ein dingsbums ähm ein waifu die sonnenbrillen sind zweifellos sternförmig es ist schrecklich dass ich das lustig finde okay also was haben wir denn ich frage mich ob die sich auf etwas im laden beziehen vielleicht platten wenn ein verkaterter dave was gelöst hat kann ich das sicher auch ja danke ich wollte nur gucken welche reihenfolge meine güte aber dann bringen mir die wolken gar nichts was hier waren die sehen wie geister aus genau die geister auge und eis gibt es überhaupt auge und eis okay dann haben wir zwei von vier wahrscheinlich oder oder das wird ja langsam was okay 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 so richtig bedarf für noten gibt es nicht warte mal was fehlt denn auge und eis könnte auch sein dass dann was anderes ist ne auge ich sehe was was du nicht siehst und das hat fünf augen also wenn das keine eiswaffel ist war ich mein leben lang verwirrt aber zählt es jetzt als drei weil drei kugeln oder zählt die waffel als eis also augen drei drei zwei vier eins oder drei so ich weiß hier gleich pipi deswegen kann die musik kurz ruhig lauter sein also ist die musik generell sehr laut leider vielleicht kann ich die kombination erraten ich meine es gibt ja nur zig millionen möglichkeiten ne frage hat die eigentlich also hat es vielleicht einfach ja gut es hat ein anderes einstellungs ding jo jetzt regelt die doch nicht immer lauter nein vier fünf falsche kombi mit drei schockierend ich kann endlich mordor zerstören und mit meinem tag weitermachen oh mega da ist sie ja dieser grady hat echt geschmack ist das miley cyrus feelings hayley kioko ich kann endlich zurück in die kabine und die platte abspielen falls es überhaupt jemanden interessiert einstellungen audio ich mache es noch mal ein bisschen so mir ändert das nichts an der musik habe ich das gefühl aber hey so hier ich gehe kurz pipi machen viel spaß viel spaß mit steph sie guckt euch an her ich habe doch gesagt sie holen noch wild food was denn mit euch dankeschön ich will auch kühlschrank auf dem klo ich habe die platte let's do it zurück zur kabine um sie zu spielen ja gleich da war trockener rand wie oft noch ist haben wir wild food geholt jetzt mal ganz ehrlich guck mal andere stream sie brauchen nur beim pipi noch länger okay also jetzt hier ich glaube es hackt ich habe meinen darm noch so unter kontrolle dass ich kacka mache das nackt was das heute unbedingt alle drei anzeigen vorlesen nicht im stream kacka mache so das hat mehr zu bieten als die jukebox in der black lantern gerade so platinator mir geht es gut eine echt steile lernkurve aber ich kann das wie sind denn jetzt meine radi sind es 60 ja ne ach keine ahnung ich sitze in einer kabine und rede mit mir selbst über pride von der außenwelt abgeschnitten ist eine untertreibung aber die nachricht war echt lieb ich hasse euch ich hasse euch so sehr ne von das pride programm hi staff langzeit zuhörer hier ich wollte dich dafür loben dass du über pride und die lgbtq geschichte auf sendungen sprichst das ist ein thema mit dem ich mich leider nicht so gut auskenne wie ich es eigentlich gern würde diese stadt fühlt sich manchmal ein wenig abgeschnitten von der außenwelt an und neue stimmen wie deine bringen frischen wind rein mit freundlichen grüßen ätna ätna b bricht aus wir haben schon wieder keine musik mehr wir machen jetzt machen jetzt was 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 sentimentales weil er sich ja bei seinem sohn entschuldigen will nicht wahr hallo hallo ja ne trinkmahlzeit so kann ich also kann ich meinen magenknurren beseitigen ohne dass ich euch was vorkauen muss ähm lagerraum steff eins nach dem anderen ein vöglein hat mir von deiner hellseermasche erzählt was für eine aktion ich wünschte das wäre mir eingefallen als ich noch in der kabine saß du solltest dich pro minute bezahlen lassen wie die profis was den lagerraum angeht du hast meinen segen und mein beileid nur der herr weiß was sich dort findet es war mal eine art mausoleum in dem ich produkte versteckte für die ich mich zu sehr schämte sie ins regal zu packen das war damals als ich noch in der lage war mich zu schämen mit deinen zähnen in einem glas auf dem nachttisch aufzuwachen verändert eine dame lass mich wissen wie es läuft k also oh es war die antwort auf hey kase ich wollte ihn nur kurz schreiben um etwas wegen des lager raums zu fragen er ist irre voll gestopft und ich habe darüber nachgedacht zu entrümpeln gibt es etwas worauf ich achten sollte hallo zucker place hast du schon aus dem store runter geladen also das war mein problem weil ich hatte die deluxe edition und es hieß ich habe es installiert aber ich musste noch mal im store nach dem dlc nach also ich habe nach wavelength gesucht und dann musste ich noch mal runterladen wo es stand dass ich es installiert ist ähm was ist eigentlich mein wie ist alle anzeigen von ihm zwei anrufe an oh jemand hat uns geschrieben die violett auf die punker hoffnungslos romantische betonung auf hoffnungslos ich stecke in der hölle voller schie kumpels fest jemand soll kommen und mich retten test bestes album der video da ist dies los die unbekannte platte das wird echt hoch nicht klingen aber sie haben eine schallplatte aufgenommen bevor sie bei coffin litt unterschrieben haben und ich schwöre der scheiße mega leise bad intentions näher war gut geraten es hat ein echt dämlichen titel also trifft mich keine schulden monster ist keiner was monster ist keine aus und nimmt frankenstein if you think about it super dämlicher name aber zutreffend was dein beruf ich werde dich etwas echt langweiliges fragen und du kannst auf nicht langweilige art antworten lol ok was dein beruf im sinne meiner leidenschaft oder im sinne von ich muss die miete bezahlen deine entscheidung barista am tag video collagen künstlerin bei nacht man jetzt hört auf gar nicht langweilig leute anke du bist dran hm tagsüber radiodj natürlich schlaftornteufel noch einen schönen abend wünsche ich dir arbeite ich als dj für einen sender im ort wow das ist so cool mein sender reicht ungefähr sechs nachbarschaften also mir gefällt es und bei nacht gm äh momentan kein plan ich habe früher für königreich und kavernen gespielt darf ich total peinlich sein und zugeben dass ich nicht weiß was das ist haha nein kein ding muss hier nicht peinlich sein ist ein tabletop rpg oh das mit den würfeln lol unter anderem du solltest mir mal beibringen wie man spielt ha ich muss erst muss es erst selbst wieder lernen wow es macht echt spaß mit dir zu reden ah scheiße ich tue es schon wieder lol mir macht es auch spaß stef du entmutigst mich nicht ich denke es ist nur fertig zu waren du bist nicht die erste person in die ich mich direkt übelst verknallt habe das ist sozusagen mein ding falls du nicht damit nicht klarkommst verstehe ich total sag einfach und ich versuche mich zurück zu halten ich habe zeit ich denke ich komme damit klar ist das nicht sinn dieser app sich mega intensiv zu verknallen bist du sicher ich will dich nicht verschrecken verknall dich so sehr wie du willst dass partei a erlaubt partei b hiermit sich mit einer intensität zu verknallen die partei b für angemessen hält oh hey warst du dieses jahr auf dem pride festival in denver ich habe kein auto und arbeite die ganze zeit also habe ich verpasst wie war es gut unterhaltsam oh aber nicht zu unterhaltsam total überbewertet du hast nichts verpasst was ist schlimmer kollagen ist das nicht was ich 50 plus frauen das gesicht wird aus dem es gibt genug 20 jährige das machen meine meinung dazu ist hier mach was du selbst willst nicht hilfreich sorry ich würde es helfen wenn ich dir den flaschenöffner gebe den ich als andenken vom bierwagen bekommen habe kommt darauf an wie derb und wie regenbogen ist er extrem beides dann ja das würde helfen ich meine du kennst das pride ist pride die teile die super sind sind super die teile die scheiße sind sind scheiße erzähl mir von den teilen die scheiße war kommt gut dass du erst 16 bis richtig richtig ist der für zweifel dran da ich kann mir denken was scheiße war aber es ist mir trotzdem die üblichen teile überteuertes bier mein sonnenbrand das haschverbot autohersteller die plötzlich so tun als interessierten sie sich für queer leute dasselbe zeug das jedes jahr scheiße ist es war trotzdem schön es klingt gut ich sollte mich für die arbeit fertig machen es war super cool dich kennenzulernen schade dass du so weit weg wohnst von hier bis havens springs sind das fast zwei stunden ich meine wir sind ja nicht fest okay also nur weil wir mit der einen gut klar kam heißt ja nicht dass wir die andere nicht mal treffen können oder weißt du was scheiß drauf wenn du dich mal auf einen kaffee treffen willst finde ich einen weg bis zu dir zu schaffen das wäre toll bist du sicher dass dir nichts ausmacht weil wir sind die erben eines vermächtnisses von einsamen homosexuellen die stundenlang gefahren sind um einander zu sehen es ist meine pflicht gegenüber jenen die vor uns hier waren deine hochachtung für unser unser nobeles vermächtnis hat mich inspiriert wenn es dir lieber ist fahre ich gerne bis nach haven ja komm nach haven dann solltest du unbedingt vorbeikommen havens springs ist cool ich denke es wird dir hier gefallen okay das ist deine verabredung tschö äh oh gott bitte was es tut mir leid schneit es verflucht nochmal ja gestern waren es 32 grad oh das kommt mir bekannt vor das ist colorado baby ich hasse es warte einen tag moment erklär mir das ende machine cult ja alter der film ergibt keinen sinn lol stimmt aber das ist ja so toll daran aber der typ er verfüttert das baby an der maschine warum er den ganzen film lang versucht das verdammte baby zu beschützen das klingt nach life is stranger 1 ich weiß nicht alter es ist eine metapher wofür es ist nicht eindeutig es ist tonal es geht darum die dinge loszulassen durch die du dich definierst das ist doch mist lol magst du keine normalen filme nicht wirklich lol ok das ist mir jetzt doch ein bisschen zu schnulzig ne können wir dann doch mal bitte wieder ähm mehr so mehr so mehr so alter wie lang noch sag mal lol jett hat gerade das google genannt das ist nicht was das google sagte süßer textest du uns jetzt immer wenn jett einen boomer moment hat um fair zu sein er hat es verdient lol lass mich kurz das gute alte google befragen bestes schnurrbart wachs wurde versendet nein nein dad ist ein loyaler kunde von geliebte des kapitäns luxus pomade ist das echt nie im leben es ist echt google es sorry frag das google ah lol was zum teufel das magisch ok verliere ich den verstand du gehst mit mir aus also klappe sie es da herzen oh gott hört auf dieser typ taucht in meinem posteingang für kommissionen auf oh oh warte warum oh oh vertrau mir die geschichte verdient ein oh oh er meinte kannst du ein porträt von mir und meiner frau anfertigen und ich sage natürlich kannst du mir ein bild von euch beiden schicken und er sagt oh nein ich bin noch nicht verheiratet okay das passt schick mir ein bild von dir und deiner verlobten er meint ich habe keine verlobte und jetzt wird es seltsam so richtig seltsam äh hab's ja gesagt dann meinte der typ aber ich weiß wie meine zukünftige frau aussieht ich hab sie in einem traum gesehen nein heilige scheiße okay aber es wird noch seltsamer dann meinte er ich denke 50 dollar ist fair und ich sage ihm nein tut mir leid aber ein farbporträt kostet 200 dollar oh gott ich sehe wo das hinführt und dieser kerl sagt oh nein ich meinte 50 dollar ist ein fairer preis den du mir zahlst damit ich dich in meine vision von der zukunft einweihe scheiße himmel schau das ist wow ich habe sehr verflucht doch mal gesagt ich glaube ich drehe durch also zahlst du ihm die 50 mücken die du ihm schuldest oder ist der kurze bei seinem vater jepp hat mich gerade er hat mich gerade verabschiedet wie geht's dir oh mir geht's gut es wird etwas einsam wenn Ethan bei Liam ist aber es ist nur ein monat ich werde es überleben klar wirst du das du bist ein champion aber falls du in der zwischenzeit eine saufkumpane brauchst um dir die zeit zu vertreiben kann ich dabei helfen du bist meine heldin donnerstag irre was willst du trinken wein rot billig aber nicht zu billig ein mädel nach meinem geschmack frohes pride festival step oh ich kann ja antworten danke wie bäh wie bäh ja danke ich um meine beste Stimmung beizubehalten ja keine große lgbtqia plus szenen in haven Springs Colorado man sie an du hast all die buchstaben richtig ich streng mich an oh ich fühl das ja tschüss hallo ryan hier ryan luco lol hallo steffi alec ich bin froh dass du zur gruppe gehörst es ist schön sich nicht immer wie das dritte rad für Gabe und Char zu fühlen. Meine Güte. Oder, oder, wir sind beide das dritte Rat für Gabe und Char. Verdammt, wenn es doch bloß ein Wort für ein weiteres Ritzes Rat gäbe. Ich kann sonst nirgendwo antworten, ne? Nö, gut. Ich muss Werbung vorlesen. Äh. Okay. 4. Juli Pool Tournament. Now selling Popsicles. Barkroll. KRCT wird euch unter anderem von unseren Sponsoren der Black Lantern präsentiert. Dieser Sommer ist echt brutal heiß. Also besucht die Lantern und entkommt der Bullenhitze mit Neuem Wassereis. Wassereis. Eure Kinder können ihre Zungen lila färben, während ihr Dats spielt und ein kühles Bier genießt. Und wenn das noch nicht reicht, um euch in die Kneipe zu bringen. Billardturnier. Dann tut es das Billardturnier am 4. Juli. Alle sind eingeladen zu spielen und gegen Ducky Geld zu verlieren. Geht heute in die Black Lantern und sagt ihnen, Steph schickt euch. Alter, bin ich heute Fame. Ich sollte den Anruf lieber mal annehmen. Danke für den Anruf. Du sprichst mit Steph. Yo, yo, was geht? Neue Freundin. Sorry, kein Plan, wo das herkommt. Was kann ich für dich voraussagen? Ich brauche dringend deine hellseherischen Fähigkeiten. Nächste Woche werde ich zum ersten Mal mit meiner Freundin und meinen Eltern zu Abend essen. Das kann einem schon Angst machen. Ich habe Erwachsene wegen weniger weinen sehen. Ja, und ich bin bloß ein Teenager und komme überhaupt nicht klar. Ja, ich sehe, dass du dringend eine Voraussage brauchst. Ja, wenn du mir einfach sagen könntest, dass das Abendessen perfekt abläuft, wäre das echt toll. Dann befrage ich das Schicksal mal. Bin gleich zurück. Und mit Schicksal meine ich meinen W20. Mir fällt mein Waifu nicht um. Drei? Das ist echt bitter. Ich kriege nur schlechte Sachen, oder was? Okay. Reality-Check. Ich will ihre Laune nicht versauen. Aber ich will auch nicht, dass sie sich Hoffnung macht. Naja, der W20 sagt ein Desaster voraus. Ich sehe vor mir deine Familie beim Abendessen. Okay. Ich sehe, wie das Essen mit der Familie in Flammen aufgeht. Fuck, echt? Im wahrsten Sinne. Das Essen verbrennt, qualmt ohne Ende und löst den Rauchmelder aus. Deine Eltern geben aber nicht auf und bestellen chinesisch. Eine leckere Auswahl von General Zoos, Huhn und gebratenem Gemüse rettet den Abend. Und der Rauchalarm ist ein guter Eisbrecher. Meine Freundin liebt chinesisches Essen. Du kannst den Glückskeks noch auf ihren Lippen schmecken, als sie dich zum Abschied küsst. Nicht dein Ernst. Wie fühle ich mich jetzt etwa darauf... Ich dachte, wie soll ihr... Das ist der Spirit. Danke für den Anruf. Ich dachte, es wird eine Katastrophe. Warum... Ich starte heute eine neue Show. Ich nenne sie die Date-Beraterin ohne Dates. Was steht diesmal auf der Liste? Okay. Äh, ähm... Örtliche Zeitungen sind mit Themen beschäftigt, die tatsächlich Einfluss auf das Leben in Haven haben. Wir dienen der Gemeinschaft von Haven und keine Geschichte ist zu unwichtig. Okay. Werte Zuhörer, es wird Zeit für eine kurze Werbepause. Habt ihr es satt, nur Neuigkeiten aus weit entfernten Großstedt zu hören? Dann lest ihr sicher nicht die Rocky Mountain Gazette. Die Reporter der RMG sind so regional... ...dass sie in eurer Wohnung sind. Direkt hinter euch. Genau jetzt. Hä, da stand nix. Oh, Snacks futtern. Und weil diese Reporter in Haven leben... ...sorgen sie sich um dieselben Sachen wie ihr. Sie kaufen auch in denselben Läden ein... ...und verfluchen dasselbe Schlagloch wie ihr. Falls ihr auf der Suche nach fairem Weltklasse-Journalismus seid, seht in euren Hinterhof. The Rocky Mountain Gazette. Ja, wer an die Snacks geht, der kriegt auf die Finger gehauen. Soundeffekte? Nichts schreit so sehr nach hochqualitativer Radio-Show wie ein nerviges Soundeffekt-Pult. Ich wette, das kann ich voll gut auf Sendungen benutzen. Babe? Okay. Wie viele Sponsoren braucht es, damit wir uns eine Klimaanlage leisten können? Okay. Evelyn. Für diese Woche dachte ich, wie wäre es mit einem Radio-Drama? Nein, ich habe keine vollständige Geschichte dafür, also kannst du dir einfach was ausdenken. Doch es soll um Aliens gehen, die in Haven einfallen und Ice Cream rettet uns irgendwie. Selbst dann bitte einfach du selbst und erwähne unsere Auswahl an Sorten und die zwei zum Preis von einem Sonntag. Und jetzt eine Nachricht von unseren Sponsoren. Eure Freunde bei Avalanche Ice Cream möchten... Moment. Was ist das? Was ist das? Bleibt dran, Leute. Ich versuche zu beschreiben, was ich sehe. Ich glaube, da ist noch ein Ruf von Plan. Ich bin in den Kartenladen gelandet. Okay. Da ist eine Tür. Sie geht auf. Die Aliens kommen raus. Es sind zwei. Sie gehen geradewegs auf den Eisladen zu. Was geht denn jetzt ab? Sie sind Laktose-Into... Mann, Lörker... Hast du das schon gespielt? Die Aliens lieben die Eiscreme. Einer scheint voll auf die Keks-Mafioso-Waffel abzugehen, während der andere von einer Kugel Schweinchen im Schlamm geflasht ist. Die Aliens steigen wieder in ihr Schiff. Und sie heben ab. Das war aufregend. Ich bin echt froh, dass Avalanche Ice Cream uns gerettet hat. Warum schaut ihr nicht dort vorbei und zeigt dir Dankbarkeit? Lörker-Spoil hat wirklich voll. Das war das Letzte, das ich fürs Radio tun musste. Ich muss aber noch die Pride-Deko wegpacken. Du hast recht, du hast recht. Also, es könnte sie davon abhalten, die Welt zu erobern. Wenn ich irgendwann mit Prokrastinieren fertig bin, sollte ich mal die Kiste für die Deko holen. Muss ich nicht hier weiter? Halt dich fest, Gabe. Ich hole mir den Thron noch. Auf jeden Fall. Seit wann ist Dominik Mott? Der Laden sieht super aus. Keine Ahnung, zu lang. Ich habe da mal so eine Verlosung. Mit Leispreis. Seit Jahren. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Alles Gute hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Alle Pride-Dekorationen müssen abgenommen werden. Don't feed animal within... Oh. Wow! Izzy hat mir das für meinen Esstisch gekauft. Unser erstes gemeinsames Pride-Fest. Ich dachte an letzte Woche, als der Kellner rüberkam und wir plötzlich aufhörten, Händchen zu halten. Scheiße. Es fühlt sich so gut an, sich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn es nur für ein Wochenende ist. Echt? Die Luftballos müssen nicht weg und kriegen. Eine kleine Oase, einmal im Jahr, in der du dich nicht fühlen musst, als hieße es Du gegen die Welt. Die waren so mega. Unser Schriftzug ist top. Ist es nicht komisch, dass das Event, auf das wir uns das ganze Jahr freuen, darauf hinausläuft, dass wir den ganzen Nachmittag im Gras sitzen? Und viel zu viel Geld ausgeben? Und coole Leute treffen? Und meine ganze Seele wieder aufladen? Genau. Okay, die Schilder sind trocken. Gehen wir. Also Pride steht eigentlich für... LGBTQ und alle Buchstaben, die noch drangehängt werden wollen. Bewegung, eigentlich der Stolz darauf, anders zu sein. Der Stolz, dass man akzeptiert, das Anderssein, sowas. Scheinbar Basato. Jedes Mal, wenn ich mir das ansehe, habe ich das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Warum feiern wir? Warum ist es so wichtig? Über Generationen hinweg mussten wir uns verstecken und verheimlichen, wer wir sind, um uns zu schützen. Selbst heute leben queere Leute in Angst. Und genau deswegen feiern wir, um der Welt zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir uns nicht schämen. Aber LGBTQ kennt man doch, oder? Allein den Mut zu haben, hier zu sein, in dieser Welt wir selbst zu sein, das ist ein Akt der Rebellion, des Widerstands. Ich will unbedingt so sein wie Sie. Ich auch. Ich auch. Ich habe es nicht mal erkannt, dass es eine Flagge ist. Ups. Pride ist nicht vorbei, bis die Flagge weggepackt ist. Die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ja, was ändert es denn, wenn du die... Oh Mann, echt. Leute haben immer Angst, die zu nehmen, die Chloe gemacht hat. Leute haben immer Angst, die zu nehmen, die Chloe gemacht hat. Chloe? Chloe? Oh, hallo Missy. Wuskehle ich, dass du da bist. Gute Nacht, schlaf gut. Leute haben immer Angst, die zu nehmen, die Chloe gemacht hat. Chloe? Shit. Seht ihr all die Stände an, die einen Monat lang pro Jahr so tun, als interessierten sie sich einen Scheiß für uns? Ja, voll. Ach, komm schon. Es ist absolut lächerlich. Es bedeutet uns so viel. Wir haben unser Logo in einen Regenbogen verwandelt. Wir geben uns Mühe, alle zu belästigen. Hetero oder Schwu. Würdet ihr zwei Mädels gerne stolze Besitzerin einer neuen Kreditkarte sein? Ich werde sie so krass verarschen. Nein, nicht. Chloe, ich schwöre. Es ist so komisch, dass Chloe... Also, die Stimme... Nee. Die ist nicht Chloe für mich. Das sind Erinnerungen-Basator-Einnerungen. Können wir sie jetzt mit... Gibt es immer noch was? Pride ist nicht vorbei, bis die Flagge weggepackt ist. Räum doch selber auf, Mann! Ich räum nicht mal bei mir auf. Warum muss ich bei dir aufräumen? Es ist schon irgendwie schade, die ganze Deko wegzuräumen. Ach, da oben. Irgendwann hänge ich die über meinem Schlagzeug auf. Happy Pride, Seattle! Vielen Dank, dass ihr heute hier seid, um das LGBTQIA-Jugendheim zu unterstützen. Alter! Ich wollte nur sagen, dass ihr das alle zum besten Pride ever gemacht habt. Mega! War es das jetzt? Darf ich jetzt die Flagge nehmen oder muss ich nochmal suchen gehen? Wir haben noch einen für euch. Dieser Song heißt Campen Cafeteria. Eins, zwei, drei, vier! Ich glaube, das war alles. Oh, Gott sei Dank. Außer der Flagge über der Tür. Es gibt so viele Flaggen. Ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Gender Queer Pride, Bee Pride, Pan Pride, Lesbo Pride, ähm... Bär Pride, glaube ich. Ich sehe aus wie ein Normalo. Ich hätte etwas Cooleres tragen sollen. Steffi, du siehst aus wie eine 14-Jährige auf ihrem ersten Pride-Festival. Genau wie alle anderen hier einst. Und sie alle finden dich toll. Sei einfach du selbst. Du bist genau da, wo du hingehörst. Was zum Teufel tue ich hier? Ich kenne mich übrigens auch null mit den Flaggen aus. Ich glaube, ja, Lörfer. Was weißt du, dass du mit mir reden kannst, oder? Über alles. Wenn es bloß etwas zu überreden gäbe. Ich meine, du bist in letzter Zeit nicht du selbst. Du arbeitest viel zu lange und ignorierst Anrufe. Wir sind deine Familie. Ich glaube, ja, Lörfer. Ja, das weißt du doch, oder? Zuhörer von Haven, Finger weg von den Knöpfen. Ich habe den ganzen Abend lang eine richtig geile Show für euch. Natürlich spiele ich für euch die beste Musik im ganzen Land. Natürlich beantworte ich eure Anrufe und sehe in eure Zukunft. Und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden über die Teufelskatze des Plattenladens und meinen vergeblichen Versuch, ihr wildes Herz zu zähmen. Aber zuerst... Mikey, nein, annehmen! Aber zuerst einen Song. Okay, Arbeitsmodus, los! Ich habe gerade echt versucht rauszufinden, ob ich jemand schon das DLC durchhat. Weil ich wissen will, ob es sich lohnt, das heute in einem durchzuspielen oder ob es sich noch lohnt. Ich bin noch ein bisschen gästlich, das Spiel, sorry. Was soll ich machen? Wie ist alle Anzeigen vor dem 2-Anrufe hingegen? Erledige Plattenladenaufgaben, hört ihr dann eigene Song an, zählt die Kicker-Siege, füge Itens-Zeichnung etwas hinzu. Was? Ah, die Nehmer, oder? Ich kann nicht. Ich kann nicht, da steht Fitness. Oh, die Rita ist ja eine Hübsche. Ja! Ganz ehrlich, mir ist gerade wirklich nicht nach Spielchen. Warte, warum nicht? Äh. Erst mal Profil angucken. Schweren wir nicht die Zeit der anderen. Ich langweil mich leicht und bin selten beleidigt. Wir wissen beide, warum wir diese App benutzen. Die weiß, was sie will. Ich weiß. Ich sollte ein Lächeln aufsetzen und nett sein. Aber Mann. Ich weiß nicht, ob ich die Energie dafür habe. Echt sein. Eine Warnung im Vorfeld. Du wirkst echt cool und ich bin für eine Unterhaltung zu haben. Aber ich habe echt miese Laune. Falls ich seltsam rüberkomme, liegt es nicht an dir versprochen. Blom, 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 blom. Moment mal. Du weißt nicht, ob es nicht an mir liegen wird. Vielleicht verschlechtere ich deine Laune nur. Ich schätze, das Risiko gehe ich ein. Mutig. Also warum bist du so verkorkst? Es ist bloß der Jahrestag von etwas Beschissenem. Und ich sitze auf der Arbeit fest. Alleine. Und ich bin die einzige Queer im Umkreis von einer Million Kilometer. Und meine einzigen echten Freunde sind zwei Hetero-Kerle. Wie können sie es vage, hetero zu sein? Und meine Ex hasst mich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mein Leben mit meinem Umzug hierher ruiniert habe. Aber davon abgesehen ist alles gut. Leute, verdammt okay. Okay, das ist eine Menge. Sorry, aber du hast gefragt. Erzähl mir, wovor du Angst hast. Okay, willst du etwas Echtes? Erzähl mir etwas Echtes über dich, Rita. Wovor hast du Angst? Dem Verfall der Gesellschaft. Fühle. Du, und ich haben sehr unterschiedliche Prioritäten. Hör mal, ich bin nicht stolz darauf. Aber ich habe keinerlei praktische Fähigkeiten. Ich habe ein... Hallo. Bachelor für Verflucht das Marketing und bin sechs Monate von meinem Master entfernt. Ich weiß, wie man Leuten Mist verkauft. Falls ich hier in eine Lage gerate, in der ich selbstlos zu einer Gemeinschaft be... Nee, in der ich selbstlos zu einer Gemeinschaft beitrag... Ach, beitragen und etwas von Grund auf aufbauen muss, bin ich gearscht. Ich habe nie gelernt, wie. Es ist nie zu spät anzufangen. Ich denke, das ist es. Du bist dran. Erzähl mir, wovor du Angst hast. Das sind keine Übertreibungen, das ist Gefühl. Weißt du? Ähm, bäh. Na gut. Ich habe Angst, dass ich einfach nicht in der Lage bin, zufrieden zu sein. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Egal, wie gut das Objektiv gesehen läuft, es fehlt immer etwas. Und bis es mir auffällt, sitze ich bereits in einer Ecke fest. Und dann ist die einzige Option, alles in die Luft zu jagen und von vorn anzufangen. Also, was fehlt? Ich wünschte, ich wüsste es. Vielleicht hast du recht. Vielleicht wirst du nie zufrieden sein. Bitte hör auf. Warum bist du so ein Arschloch? Hör mal, ich verstehe, dass das ein Rita-Ding ist. Das Ganze mit brutal ehrlich etc. Aber ich komme mir damit gar nicht klar. Kannst du etwas nachlassen? Ich dachte, du hast Spaß. Hatte ich. Äh, scheiße. Es hat am Anfang Spaß gemacht. Und an einem anderen Tag wäre ich vielleicht dabei. Du hast mich am schlimmsten Tag überhaupt erwischt. Das war mir nicht klar. Willst du bei mir vorbeikommen? Wie bitte? Willst du bei mir vorbeikommen? Mich besuchen? Nach all dem? Das musst du nicht. Äh, ich kann nicht glauben, dass ich das tue, aber ich melde mich, wenn meine Schicht vorüber ist. Abgemacht. Wer hat das Lame in Ram-A-Lime-Ding-Dong gefangen? Ey, die ist drin. Hört ihr meine Synthwave-Projekt Witch Holiday an? Na klar. Reiß dich zusammen, Steph. Zeig dich von der besten Seite. Ich warte. Du schaffst das, Tori. In der Zeit machen wir weiter. Cece. Kein Slogan. Raus. Oh Mann, aber die ist auch so hübsch. Die hat eine Katze. Wir müssen. Fick dich, App. Fick dich, App. Gut. Viel Spaß euch, ne? Oh Gott, wie viel schreibt er denn? Jo, willst du nachher immer noch reden? Steph, okay, ich nehme an, du bist beschäftigt. Melde dich, wenn du das hier siehst. Ist ein paar Tage her, alles okay? Alter, ich mache mir Sorgen und ich möchte echt mit dir reden. Besonders, weil du weißt, was morgen ist. Melde dich. Haben wir irgendwen umgebracht? Oh Gott, wir haben irgendwen umgebracht, oder? Wo ist denn die Werbung? Oh. What the fuck? Bäh, verfluchte Valkyrie. Diese scheiß Katze. Slag, was Sascha-Träumerschönes. Mehr und zahlen in wenigen Sekunden. Hä, das kann die Jugend von heute. Bitte, Herr Trotz. Auto, Zufall, der Name verliest. Mir wurde gesagt, dass mein seltsamer Aufhänger keine Kunde in den Laden bringen. Also halten wir es diesmal einfach. Kurz gesagt, wir haben an Halloween geöffnet. Wir verteilen gratis Eis an Kunden. Okay. Ich mache das schon, ne? Steht eine wichtige Entscheidung an? Oder ein nervenaufreibendes Ereignis? Und wollt ihr wissen, wie es ausgeht? Mit einem einzigen Anruf könnt ihr das. Meldet euch bei mir und ich sage euch live euer Schicksal voraus. Ist definitiv billiger als eine Lebensversicherung. Oh Gott, ich hasse die Dinger. Die sind so schlimm. Wirklich, das geht nicht. Ein neuer Tag. Same shit. Boah, ich hasse solche Dinger. Kann ich irgendwas mit Soundeffekten machen? Nein, schade. Okay. Hier ist ein Angebot unseres treuesten Sponsors. Avalanche Ice Cream. Sie haben an Halloween für euch geöffnet. Falls Mama euch zwingt, unterm Prinzessin im Kleid einen Mantel zu tragen, könnt ihr bei Avalanche vorbeischauen und euer verschwitztes Gesicht in die Tiefkühltruhe stecken. Sie verteilen Gratiseiswaffeln an alle, die ein Kostüm tragen. Also, naja, staubt euren Dracula-Umhang ab und schlagt eure Krallen in eine Kugel Schwarzwälder Kirsch. So oder so, checkt es aus. Was? Was denn? Hey, du bist live on air mit Steph. Hey, cool. Danke, dass du meinen Anruf angemst. Bedank dich noch nicht. Was kann ich dir voraussagen? Naja, ich weiß auch nicht. Ich bin drei Wochen lang für die Brandwache hier draußen. Ich hätte einfach gehofft, mich mit irgendwem zu unterhalten. Oh. Alter. Drei Wochen allein in einer kleinen Kiste? Und ich dachte, ich wäre schon krass, sechs Stunden Schichten in meiner zu überleben. Was soll ich sagen? Ich bin ein Level 90 Einzugänger. Und was ist mit dir? Ich bin wahrscheinlich eher so Level 10. Aha. Okay, Feuermann. Da dies immer noch eine Wahrsagereishow ist, wie wär's damit? Du kannst meine Zukunft vorhersagen. Ich bin kein Radio-Hellseher. Aber ich versuch mein Bestes. Was möchtest du denn gern wissen? Wie stehen die Chancen, dass ich auf ewig allein bleibe? Hm. Okay. Ist das eine Angst oder ein Ziel? Ein Ziel? Oh, ganz sicher ein Ziel. Absolute Freiheit. Niemandem etwas schulden. Klingt für mich perfekt. Ich hab keine Kristallkugel, die ich benutzen könnte. Aber ich kann dir das sagen. Von allen wegzukommen, ist ganz klar der einfachste Part. Manchmal ist es sogar zu einfach. Ja, damit kenne ich mich aus. Das dachte ich mir. Ich habe das auf die harte Tour gelernt, aber die Vorstellung, allein zu sein, kann viel ansprechender sein als die Realität. Und so oft sind es genau die Leute, die unbedingt allein sein wollen. Die am Ende bei einer Radioshow anrufen, nur um die Stimme eines Fremden zu hören. Aber das war jetzt nicht wirklich Wahrsagerei, oder? Ah, du hast mich erwischt. Ich werde mir nächstes Mal mehr Mühe geben. Danke für die Unterhaltung. Nächstes Mal? Und danke, dass du dir KRCT anhörst. Wie nächstes Mal? Schreibt einfach keiner. Werte Zuhörer in Haven, ihr habt von mir zuvor ja schon alles gehört, wofür die Black Lantern berühmt ist. Tolles Essen, tolles Bier, tolle Bedienung und die tolle Atmosphäre. Worauf wartet ihr? Etwa noch einen Grund? Dann hört zu. Happy Hour. Happy Hour? Ja, in der Happy Hour sind das tolle Essen und das Bier noch günstiger. Aber nur für eine Stunde. Was ein Deal. Und wenn ihr denkt, es könnte jetzt nicht besser werden, könnt ihr euch auch hierauf freuen. Live Musik jeden Montagabend. Oder war es doch Sonntag? Falls ihr sonntags vorbeikommt und es spielt keine Musik, wisst ihr, dass es montags ist. Schaut heute vorbei und sagt ihnen, Steph schickt euch. Okay, das war jetzt nicht so schrecklich. Das gefällt euch nicht? Beschwert euch bei der Teufelskatze. Warte, hä? Ach, Brotzeit. Naja, fast. Ähm, los. Ich improvisiere. K-R-C-T wird euch präsentiert von Grimleys, äh, Auto... Werkstatt. Grimleys Autowerkstatt. Haven Springs zuverlässigster Name für Fahrzeugmechanik. Reden wir kurz über Grimleys Bilanz. Sie dienen unserer Community voller Stolz, weil sie das Spiel lieben. Welches Spiel? Das Autospiel. Das Community-Spiel. Egal welches Spiel. Sie lieben es. Und deswegen sind sie in diesem Geschäft. Wenn ihr oder jemand, den ihr liebt, ein Auto isst, solltet ihr einfach mal bei Grimleys vorbeischauen. Ich hab noch was im Laden zu erledigen. Ich geh lieber hier raus. Mann, es ist fast so, als wären wir ein echter Radiosender. In letzter Zeit bin ich irgendwie nicht so ganz in Topform. Ach, Kacher. Du bist immer noch megacool. Oh, Kacher. Egal, Kasia. Muss kurz mal runterscrollen, ihr wisst ja. Hey Cash, hoffentlich stört's dich nicht, aber ich hab im Lagerraum einen Haufen Fotos und Flugblätter und so gefunden. Es ist so schräg, dass der Laden früher mal solche Dinge auf die Beine gestellt hat. Wir sollten versuchen, mehr Events zu veranstalten, die guten alten Tage wieder heraufzubeschwören. Äh, ich hab ein paar davon eingerahmt und eine Art Ruhmeswand erstellt. Meinung? Was zum Teufel K-Pop ist? Ah. Eine fantastische Idee, ganz ehrlich, und ich bin froh, dass du etwas mit dem alten Kram anstellst. Vorsicht beim Buddeln da hinten. Einiges von dem, was wir da versteckt haben, sollte nie zu Tage gebracht werden. Ob du das glaubst oder nicht, der Laden war mal ein richtiger Treffpunkt. Ich schätze, niemand bleibt ewig angesagt. Wo wir gerade bei angesagt sind, kannst du mir erklären, was zum Teufel K-Pop ist? Ein paar Kinder der örtlichen Highschool sind in der Grabstätte, äh, ich meine im Alter, sind vorbeigekommen, um uns Fossile zu besuchen. Und das Kind, das mir zugeteilt wurde, hat nicht aufgehört, davon zu reden. Mit Bezug dazu, was bedeutet es, ein Elf zu sein? Oh! Ich schwöre, ich weiß. Oh! Ich hatte irgendwie auf Steph 2 gehofft. Das ist aber ein bisschen alt. Das ist Super Junior-Zeit. Super Junior-Zeit. Äh, dein Pol-Kritter-Ergebnis ist hier. Liebe Steph, danke, dass du Pol-Kritter benutzt. Vergiss nicht, deinen Freunden zu sagen, dass Pol-Kritter die schnellste und einfachste Art ist, herauszufinden, was dein Publikum denkt. Und es ist komplett gratis. Das Ergebnis deiner Pol-Kritter-Umfrage siehst du weiter unten. K-R-C-T-Zuhörer. Helft Steph, der Teufelskatz, seinen Namen zu geben? Valkyrie? 45%. Wurst? 21%. Prinzessin Messerfinger? 13%. Ghost? 11%. Scream? 6%. Willseboop? 2%. Steph? Die zweite. 2%. Ich finde Wurst gut. Können wir sie Wurst nennen? Dann komm mal, im Lagerraum ein Haufen Fotos und... Autsch. Hätt ich mir den Kett, weil die nicht lieb ist. Das Name, den gibst du nicht irgendwas verhasst. Ich hab die Aufgaben auf meinem Laptop. Mal sehen, was noch erledigt werden muss. Oh Gott, Fiona. Okay, w-w-w-stopp. Was ist mit Fiona? Ich heile dich, wenn du meintest... Ach, das ist die Fiona! Hey Fremde, ist eine Weile her, aber ich brauche einen guten Rat, wie man ihn nur von Steph bekommt. Soll ich für eine Aufführung von eine Weihnachtsgeschichte vorsprechen? Die Gesellschaft ist echt experimentell und seltsam. Also stellen sie vielleicht was Cooles mit den Geistern an. Aber in dem Stück gibt es im Prinzip keine coolen Rollen für Frauen. Mach's einfach. Klar, warum nicht? Ich wollte schon lange mit dieser Gesellschaft arbeiten. Aber ich will echt nicht das super heteronormative Mädchen, das Scrooge, das Herzbrauch spielen. Vielleicht wäre es was anderes, wenn ich einer der Geister sein könnte? Ich denke, ich würde einen guten Geist abgeben. Du wärst ein guter Geist der zukünftigen Weihnachten. Du wärst ein guter Geist der vergangenen Weihnachten. Du wärst ein guter Geist der gegenwärtigen Weihnachten. Zukünftig! Gibt es da wirklich eine Wahl? Es muss der künftige sein. Lol, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich meine, du darfst einem reichen Sack sagen, dass niemand ihn nach seinem Tod vermissen wird. Ich wusste auch, dass du das sagen würdest. Ja, sorry, dass ich so vorhersehbar bin. Lol, Himmel, alles okay? Du klingst wie ich, die sich für alles und nichts entschuldigt. Okay, bei mir kommen gleich ein paar Leute für einen Spieleabend vorbei. Also muss ich das Handy weglegen. Reden wir später? Ja, klar. Wir haben wirklich gute Laune. Ah ja, ich sollte das Ergebnis von gestern aufschreiben. Das Spiel hat mich echt fertig gemacht. Aber gut, das tun sie alle. Mhm. Sieh zu und lerne, Steph. Der Meister macht sich jetzt ans Werk. Oh, niedlich. Du glaubst, du bist der Meister? Prove me wrong. Was? Prove me wrong. Hey, du hast was im Gesicht? Ah, nein, warte. So sieht dein Gesicht einfach aus. Was, du Arschloch? Weißt du? Und du siehst aus wie ein Verlierer. Ach nein, warte, du bist ein Verlierer. Halt einfach die Klappe. Es ist ein Ausdruck tiefer Scham, nachdem du mal wieder gegen mich verloren hast. Ups. Vielleicht mag deine Katze einfach keine Verlierer. Haha! Hey, Gabe. Woher kommt der Kratzer auf deiner Hand? Halt den Mund. Was? Dein Ernst? Wurde Gabe Chen nach all dem Gelaber in seinem eigenen Heim gedemütigt? Weißt du, Schadenfreude ist nicht sehr sportlich. Aber mich zu beleidigen? Ich krieg dich noch, du Arsch. So. Die Litz. Wow. Bist du süß. Verdammt, du solltest zur Blonden Witwe kommen. Was ist die Blonde Witwe? Die ist jetzt groß in die Litz. Äh, Blonde Witwe? Die Bar. In Cololordo Spix. Colodrado Sprix. Sprix. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Oh ja, cool. Ich seh dich dort. Echt? Nee, eher nicht. Mist. Gehst du oft betrunkene Profile durch? Gefallen dir gut? Natürlich. Manchmal. Gehst du allein in dieser Bar trinken? Ich bin mit Trisha und Lulu hier. Aber... Äh, Lulu. Die ist mit mir da. Äh, ich soll... Aber die haben Freundinnen und mir ist langweilig. Bla, bla, bla. Summer hat gesagt. Bla, bla, bla. Nina hat gesagt. Klappt das hier? Kommt hier eine für ein Treffen vorbei? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Na dann, viel Glück. Hä, ich bin voll der Arsch. Oh Gott, Violette hat auch geschrieben. Äh. Oh Gott. Bitte, wie weit? Äh. Mh. Öh. Öh. Äh. Hm. Hey, ich wollte dir bloß sagen, dass ich sicher zu Hause angekommen bin. Gut. Vielen Dank für dieses Wochenende. Mir war ja bis jetzt nicht klar, wie sehr ich es brauchte. Nein, ich danke dir. Ich glaube, ich habe das auch gebraucht. War es echt okay, dass ich das ganze Wochenende über deine Wohnung belegt habe? Pff. Als ob ich nichts davon gehabt hätte. Lol. Im Ernst. Ich hatte Spaß. Ich auch. Hey, wie hieß dein Freund in der Bar nochmal? Gabe? Nee, der ältere Typ mit dem Hut. Lol. Ducky. Nicht Reginald. Äh, das ist dein richtiger Name. Warum? Okay, ich schneide für eine Collage alte Werbeclips aus den 90ern zusammen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das er ist, der eine Dauerwerbesendung für den kugelsicheren Küchenmixer moderiert. Schick es mir. Sofort. Bitte. Lol. Ich schick's dir per E-Mail. Heilige Scheiße. Das ist eher eindeutig. Das dachte ich mir. Ich bin total fasziniert von dem Kerl. Er muss ein Dutzend Leben gelebt haben. Ich werde einen dieser kugelsicheren Küchenmixer auftreiben. Und dann mache ich mir einen Smoothie aus Münzen. Lecker. Äh, was für ein beschissener Abend. Ah, Mist. Was ist passiert? Und was ist passiert? Nicht sicher, dass du den Nerv dafür hast? Ich arbeite und bin vielleicht zwischendurch offline. Aber ich sehe nach, wann immer ich kann. Okay. Ich hatte gerade das mieseste Date überhaupt. Sie war desinteressiert von der Sekunde an, in der ich mich hinsetzte. Sie hat mir ein einziges Mal in die Augen gesehen. Sie hat gefragt, ob ich ein Goldstern bin. Verdammt nochmal. Was? Das geht sie aber gar nichts an. Danke. Was ist denn ein Goldstern? Jedenfalls habe ich den ganzen Abend nur daran gedacht, dass ich viel lieber mit dir zusammen wäre. Ich dachte daran, wie scheiße Dating ist und wie viel Glück wir hatten, uns kennenzulernen. Und ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir die... Was sind wir? Unterhaltung führen? Also, was sind wir, Steph? Hey, es tut mir so leid. Ich war einfach überfordert und überwältigt. Ich hätte nicht einfach so verschwinden sollen. Du warst plötzlich beschäftigt? Genau dann, als ich versuchte, mit dir über unsere Beziehung zu reden? Ich weiß, wie es sich anhört, aber es ist wahr. Ich muss für eine Weile abschalten. Ich hätte es dir sagen sollen. Okay, wir sind jetzt hier. Was ist deine Antwort? Was sind wir, Steph? Ich glaube nicht, dass ich sagen kann, was du brauchst. Es tut mir leid. Tschüss. Ja, mir auch. Kann ich nachfragen, was glaubst du ist es, was ich brauche? Ich weiß nicht. Nicht kaputt? Ha. Jeder ist kaputt. Vielleicht? Es tut mir leid, Violet. Ich denke, wir sollten uns eine Weile lang nicht unterhalten. Ich hoffe, du wirst aus dem Scheiß schlau. Ich brauch dein Mitleid nicht! Gibt es von mir, Patrick? Mir auch. Oh, was denn jetzt noch? Wie viele schreiben denn, Fiona und Shana? Don't ask about my disability. Und du warst? Ach so, ja, okay. Die, die wir eh am Ende nehmen. Ich kannte in der Schule eines der... Sie war die positivste, fröhlichste Person aller Zeiten. Klingt nervig. Klingt unerträglich. Wie bist du damit klargekommen? Ha, komm schon, sie war lieb. Nichts Falsches an etwas Positivität. Ja, du hast recht. Nur weil ich nicht fröhlich bin, heißt das nicht, dass es auch sonst niemand sein kann. Hey, ich verstehe es. Ich bestehe auch nicht aus Sonnenschein und Regenbogen. Aber ich weiß Leute zu schätzen, auf die das zutrifft. Okay, na gut, kein Trübsal mehr. Erzähl mir von etwas, zu dem du eine positive Einstellung hast. Hm. Ich habe vor kurzem meine Kindheitsliebe für Paläontologie wiederentdeckt. Ah, du warst da ein Dino-Fan. Echt cool und irre, beliebt bei meinen Klassenkameraden? Ja. So viel hat sich verändert, seit wir Kinder waren. So viele neue Arten wurden entdeckt. Wir wissen so viel mehr. Es ist faszinierend. Du bist dran. Etwas, zu dem du eine positive Einstellung hast. Meiner Katze. Ich mag die nicht. Die mag Positivität. Ich hasse Positivität. Nun, ich sage meiner Katze, aber sie gehört niemandem. Und sie hasst mich nur geringfügig weniger als alle anderen. Und ich habe keine Ahnung, wo sie im Moment ist. Und ich bin mir recht sicher, dass sie mich zurückgelassen hat. Ich habe den Eindruck, vielleicht hast du den Kern des Stichwortes nicht beibehalten. Okay, ich muss mich langsam schleichen. War schön, sich mit dir zu unterhalten. Von einem Gerichtskramm zum anderen. Ich verabschiede mich. Das frage ich doch nur nicht nach einem Date. Gleichfalls. Gute Nacht. Sofiona. Komm. Warte, es tut dir leid. Hey, Steph, es tut mir so leid. Bitte sei nicht sauer. Was hast du getan? Verdammt, Fiona. Ich weiß, du wolltest nur helfen. Aber warum konntest du dich nicht einfach raushalten? Also, ich weiß, dass du in Haven wirklich einsam bist. Und ich dachte, dass ich vielleicht helfen kann, wenn ich weiß, was los ist. Oh Gott. Also habe ich mich auf Social Media umgesehen und mir deine Freundesliste angeschaut. Oh, diese Stalkerin. Und viele Leute sprechen über das, was in Arcadia Bay passiert ist. Scheiße. Ich wollte nicht schnüffeln. Ich wollte bloß helfen. Aber dann habe ich all den Kram gesehen, der mich eigentlich nichts angeht. Kein Wunder, dass diese Jahreszeit schwierig für dich ist. Ja, Tobi, ich hasse Positivität, aber man braucht sie manchmal. Scheiße, ich schätze, damit weißt du, warum ich jetzt so verkorkst bin. Geht es dir gut? Ich will nicht wirklich drüber reden. Okay. Nun. Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Vielleicht ist es nur fair, wenn ich dir das hier sage. Ich weiß nicht, wie ich mit so etwas umgehen soll, wie ich dir helfen kann. Vielleicht kannst du es nicht. Ich weiß, das ist es, was ich versuche, dir zu sagen. Machst du mit mir Schluss? Nein, ich glaube nicht. Oder vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist nur, du kennst mich. Ich benutze es als emotionaler Anker für andere. Ich habe vor allem Angst und kann nur schlecht zu tun als stark. Vielleicht bin ich im Moment nicht das, was du brauchst. Und vielleicht ist das Netteste, was ich für dich tun kann, ehrlich deswegen zu sein. Bitte pass auf dich auf, okay, Steph? Ich glaube, dieses Dating ist nichts für mich. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ist schon ein bisschen peinlich, dass Jay bis jetzt unser bester Bewerber ist. Jay Lowell. Ich bin die A-Typ, bei dem Leute sich pudelwohl fühlen, wenn sie mit mir reden. Ich höre eine Menge Musik und das auch im Radio. Wenn ihr mich als DJ einstellt, werdet ihr es nicht bereuen. Camp-Berater zwei oder drei Jahre, Canary-Kaffee, liefer junge Hunde. Aber eine Weile darüber nachgedacht, Rideshare-Fahrer zu werden. Ich schreibe auch Songs, Kompetenzen, Musik hören, über Musik reden, Erste Hilfe, was auch immer ihr braucht. Verweise. Achso, Verweise auf Nancy Lowell, Chad Smith, Eugene Wicks. Nicht kontaktieren. Wow. Das lasse ich mir so krass einrahmen. Danke, dass du mein Modell warst. Du warst zu beschäftigen mit dem Jukebox-Spiel, um es zu bemerken. Hab dich lieb, Chad. Ach, aber das ist Kunst, ja? Aber das ist Kunst. Gut. Sieht aus wie vor der Zweijährigen, aber ja, klar. Ja, toll. Brian sagt, jedes Geschäft ist gesetzlich dazu verpflichtet, Pflanzen zu haben. Und ich weiß immer noch nicht, ob er lügt. Lörker, ich weiß nicht, ob das hilft. Ich hab wegen diesem verdammten Relikt 20 Jahre Beweglichkeit im Kreuz eingebüßt. Der Typ hing drei Stunden hier rum und hat nichts gekauft. Und das Tolle ist, dass er mir den ganzen Scheiß zum Aufräumen dagelassen hat. Wir haben echt gute Laune, glaube ich. Chefkirchen Betty hat dank des schwarzen Bretts einige Kunden dazu gewonnen. Ich denke, ich sollte meinen Anteil in Risotto fordern. Ich find's immer noch krass, dass wir jetzt Comics verkaufen. Props an Thaynor, dass er so viel Interesse erweckt. Der erste Schritt meines grandiosen Plans, die Jugend zu verderben. Country besteht aus einem gebrochenen Herzen, etwas Alk und einer Geige, die richtig rockt. Warum ist hinten im Lagerraum Michael Myers? So weit ist es also schon gekommen. Ich besteche meine Katze mit Drogen. Das ist doch langsam geworden. Kann man so sagen, ja? Ich war vielleicht ein klein wenig zu optimistisch, was deren Nachfrage angeht. Boah, das sieht schon viel besser aus. Legenden erzählen von vergangenen Zeiten, in denen mehr als eine angestellten Jacke hier hing. Ich weiß immer noch nicht, warum meine Snare so schnarrt. Warum bist du Michael Myers? Wieso kann ich es nicht angucken? Oh Gott. Jetzt reiß dich mal zusammen, Misty. Bitte was? Toge Pui? Oh Mann. Ich bin bloß 20 Jahre zu spät. Haven Springs heimgesuchte Heuwagenfahrt. Gesponsert von Rocky Mountain Record Traders. Vom 2. Oktober bis zum 1. November 1998. Vielleicht ist doch eine Schnee. Dich werde ich so krass mit Stickern vollkleben. Den habe ich in einer Ecke im Müll gefunden. Hoffentlich sind die Kabel noch in Ordnung. Boah, eine Miniküche. Die Kampagne liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Die kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich kann ja auch nicht alle guten Sachen den Kunden überlassen. Klage für Angestellte. Backseat Bingo. Warum kommt mir das bekannt vor? Alter. Kacher wie in Kacher? Zaubernde Kasia. Ein Lied aus dem erfolgreichen Musical. Backseat Bingo. Geschrieben und aufgenommen von Horace Grassley. Aha. Violet schenkte mir den auf unserem ersten Date. Sie wollte wieder gut machen, dass wir das Pridefest verpasst haben. Damals hat es geklappt. Oh, scheiße. Das muss ich zurückgeben. Aha, wiederholend ist gestohlen und so. Fiona war auf der Bühne unglaublich. Horace Walshesteres Grausamkeit des Sommers. Eine Komödie in zwei Akten. Präsentiert von der Bergsteiger Theatergesellschaft. Finde auf unserer Webseite. Mehr über die Saison 2018 heraus. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Fiona. Natürlich wollte Fiona eine Bardin sein. Natürlich. Und dann lässt sie uns sitzen? Königreiche und Kavernen. Charakternamen Goral Zwillingsstimme. Spieler Fiona. Volk, Zwerg, klasse Bardi. Gewandtheit 10, Intelligenz 16, Weisheit 13, Charisma 16. Da fehlt die Stärke. Das ist in den neuen Jahren, ne? Stärke 9. Wieso fehlt da Stärke? Hoffentlich hat die letzte Person, die die benutzt hat, sich ausgestempelt. 15 Jahre Überstunden können wir uns nicht leisten. In die Stechuhe beim Stechen. Los vollstönen. Ja, ja, ja. Jetzt wird mir... Die besteht zu 95% aus Twizzler-Verpackungen. In die Hände gespuckt. Ich kann den putzen, so oft ich will. Ich krieg den Geruch einfach nicht raus. Ich sollte lieber aufhören, mir meine täglichen Kalorien von diesem Tisch zu holen. Das ist ne Banane, das ist gesund. So, jetzt zeichnen wir was zu Ethans Zeichnung dazu. Was gibt es denn da Schönes? Doch, warte. Da ist noch mehr. Ich denke, ich mache Ethan mal eine kleine Freude. Mal sehen, was Ethan damit anstellt. Soll das Bob Ross sein? Das ist Bob Ross, oder? Das soll wirklich Bob Ross sein, oder? Okay, gut. Wir haben Bob Ross gemalt, wie Bob Ross malt. Manchmal stehe ich hier und lästere über mich selbst. Gibt es Schlimmeres? Wieder ein eigenes Song an. Oh Gott, aber ist der noch da hinten? Oh Gott, äh, boh. Ich kann nicht glauben, dass sie die ins Lager gestellt haben. Wo sie doch so gut hier reinpasst. Die war eine Woche lang dem Ausdrucken voll. Also eigentlich was Gutes. Bestimmt. Ich bin so froh, dass ich diese Monstrosität behalten habe. Laserdisc. Wie war das Laserdisc-Abspielgerät? Nein, Ryan. Das bedeutet verbleibende Spieler, die ebenfalls ein Drachenei ausgebrütet haben. Alter. Ich habe es eben gesagt, aber warte, da ist mehr. But wait, there is more. Das Geheimnis der Drachenhöhle. Falls zwei oder mehr Spieler zur selben Zeit ein Drachenei ausbrüten, darf der Spieler mit den meisten Drachenei-Karten den Drachenältesten zuerst beschwören. Falls dieser Spieler die Mana-Kosten nicht zahlen kann, besucht der Drachenälteste die verbleibenden Spieler im absteigenden Anzahl von Drachenei-Karten auf der Hand. Die Regeln sind recht eindeutig. Ich verlange ein Rückspiel. Krass, wie es wohl war, während der Beatlemania in diesem Laden zu arbeiten. Wie lange es wohl gedauert hat, den Geruch von Haarspray und Jack Daniels aus dem Laden zu bekommen. Mann, die 90er müssen eine wilde Zeit für trendige Gothic-Trottel gewesen sein. Protest gegen Dr. Blasphemous Abenteuer... Äh, Albumveröffentlichung 1994. Achtung! Moms Against Satanic Songs, Mass. Werden vom Rocky Mountain Record Traders demonstrieren. Am 17. September 1994. Der Record Traders hat beschlossen, das neue Album des Rock'n'Roll-Künstlers Dr. Blasphemy Aber hey, wenigstens seid ihr brandneu. Ja. Den Rest überlasse ich dem neuen Angestellten, falls ich einen bekommen sollte. Es ist eine Weile her, seit ich an meinem Song Dingens gearbeitet habe. Wie, Pop-Hook? Ich warst du schon seit einem halben Jahr daran rum. Aber ich habe immer noch keinen Plan, was daraus werden soll. Ich habe mich gegen Pop entschieden. Aber ich finde es ganz nice. Bis jetzt. Ich habe mich für Hymne entschieden. Du kannst mir doch jetzt nicht Pop reindrücken. ein Break wäre doch mega nice. Oh. Und richtig fresh focus. Oh Gott. Dann machen wir düster. Vielleicht kann ich ja wirklich im Break eine düstere Atmosphäre etablieren. Jetzt ist eh schon alles scheißegal. Wirklich beschwucht. Und Blasphemie ist es auch. Das wird eine Menge Arbeit. Aber ich habe gerade einen Lauf. Ja, da ist doch Pop durchgestrichen. Fresh. Rittert ist rechts. Ich checke nur ein paar Optionen aus. Mammoth Job Search. Neueste Suche DJ Jobs in Chicago, Illinois. DJ für die Nachtschicht. The Wasteland sucht nach dem nächsten großartigen DJ, der unsere mondbeschiedenen Radiowellen mit herausragendem Musikgeschmack beherrscht und mindestens fünf Jahre Erfahrung bei einem Radiosender hat. Schwierig, hä? Eine Nacht des Andenkens. Bitte schließt euch unserer jährlichen Kerzenmahnwache für Arcadia Bay an, um der Leben zu gedenken, die dem tragischen Sturm 2013 zum Opfer fielen. Gemeinsam stehen wir ein, für die anhaltenden Bemühungen zu heilen, wieder aufzubauen und uns zu erinnern. Mal sehen, was noch zu erledigen ist. Oh, gut. Alles davon. Yay! Aufgaben für mich, weil ihr sonst keiner arbeitet. Comics bei der Musikstation wegräumen, Müll aus dem Hinterzimmer rausbringen, neue Alben, Neuveröffentlichungen einräumen. E-Mail erbeten, eine CD für Andy finden. Okay, nur noch ein paar Aufgaben übrig. Und jetzt klingelt das Telefon, toll. Hallo, Skopi. Hallo? Hallo? Du redest mit Steph. Oh. Ja, also... Ich brauch deine Hilfe. Ich hab Ärger mit der Personalabteilung. Was hast du angestellt? Ich hab voll verkackt. Ich hab mich mit meiner Kollegin übers Fitnessstudio unterhalten. Wir sprachen über Beinarbeit und sie meinte, sie will an ihrem Unterkörper arbeiten. Jetzt kommt's. Was hast du gesagt? Ich sagte, ihr Hintern ist gut, so wie er ist und sie soll sich keine Sorgen machen, was ein Fehler war. Ja. Du glaubst, es ist ein Fehler, über ihren Hintern zu reden. Ich weiß. Aber muss man da so ein großes Ding daraus machen? So ein Typ bin ich nicht wirklich. Aber jetzt dreh ich voll durch. Was meinst du, was wird die Personalabteilung machen? Ich sehe, was ich tun kann. Heutzutage ist alles gleich schrecklich, oder? Zehn. Keine Zahl auf dem Würfel sagt weniger aus. Eine Unterhaltung mit der HR-Abteilung. Der Wurf hilft mir jetzt nicht gerade weiter. Was hat dieser Typ verdient? Ich bin zurück. Bereit, die Suppe auszulöffeln? Bringen wir es einfach hinter uns. Wow, Dominik. Du sitzt auf einem harten Wartezimmer-Plastikstuhl in der Personalabteilung. Und neben dir ist ein Halt-Durch-Poster aus den 80ern. 45 anstrengende Minuten lang bläuen sie dir jedes Wort der Firmenrichtlinien zu sexueller Belästigung ein, beschließen am Ende, dass du dich bei ihr entschuldigen musst. Bist du sicher? Denn sie hat gelacht und sich sogar bedankt. Es sind unsere Kollegen, die so ein großes Ding daraus machen. Echt? Echt jetzt, Alter? Es tut mir doch leid. Es ist nur, dass jetzt alle so tun, als wäre ich plötzlich ein Perverser oder so. Betroffene Person findet es voll okay, sagt danke, aber alle anderen finden es scheiße. Toll. Okay, entspann dich. Niemand nennt dich einen Perversen. Ich weiß, dass du ihr kein Unbehagen bereiten wolltest. Aber das hast du leider. Vielleicht hat... Hä? Anstatt also einer Radio-DJ zu erzählen, dass du verkackt hast und ein echt netter Typ bist, warum beweist du es nicht und entschuldigst dich bei ihr? Ja, du hast recht. Bitte richte alle weiteren Fragen an die Personalabteilung. Danke für den Anruf. Es tut mir leid, dass ich gesagt habe, dein Hintern ist gut und bitte arbeite dran und geht noch einiges richtig. Also Wurstfachkompliment verstehe ich. Das geht dann doch ein bisschen zu weit. Aber komm, also... Weiß nicht, wenn die Person nicht mag, dann soll sie es sagen und dann entschuldigst du dich und sagst, okay, komm nicht mehr vor. Aber wenn die Frau damit nicht mal ein Problem hatte, scheinbar, warum machen dann andere so ein großes Ding draus? Charlotte und ich haben diesen Buchclub gegründet, für den wir die schlechtesten Krimis lesen und dann besprechen, wie toll wir sie finden. Fimian und Blut, Tyler Christian. Kürbis hier. Steph-Auswahl. Verstehst du? Wie? Chef-Auswahl. Ryan hat mich gezwungen. Warte. Welcher davon ist nochmal von Gay? Äh, ist es Ryan in der Mitte? Steph-Auswahl. Verstehst du? Ach so, das war es okay, ja, ja. Chef-Auswahl. Ja, ich hab's was an, danke. Ich hab schon versucht, seinen Bauch zu reiben. Danke. Was hab ich gotta do? Normal, dass Leute sich mehr über was aufregen, als ob drauf nicht. Leider ja, leider ja. Leider wirklich. So, ich verstehe ja, dass man, also, manchmal sind Leute halt so, dass sie Hilfe brauchen, weil sie sich nicht trauen, selbst was zu sagen. Aber das ist nicht immer so. Jason? 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 Ich bin kein Knubbelwärter, aber hallo. Oh oh. Komm schon, Gingrich. Stopp, ich bin nur nicht da. Ja, locker. Aber das ging ja die ganze Zeit schon so ein bisschen. Ne? Danke, dass du KRCT anrufst. Du sprichst mit Steph? Hey, hi. Ich, ähm, das ist mein allererster Anruf, also, naja, kriegt mir leid, wenn ich es falsch mache. Na. Keine Sorge, man kann es nicht falsch machen. Sag mir, was dich beschäftigt. Klar, äh, danke. Oh, American ist der Mädchen, immer gut. Ich hab letztes Jahr im Fußballteam der Oberstufe gespielt, weil alle Freizeitliegen hier nur bis 16 Jahre sind. Und dieses Mädchen in meinem Team ist einfach, ach, die Schlimmste. Ich mein, ich weiß, dass ich manchmal weird bin. Ich bin nicht cool oder so. Aber das ist doch kein Grund, mich so zu quälen, wie sie es tut. Ich will nicht mit dem Spielen aufhören. Fußball ist das Einzige, in dem ich je gut war. Ich denke, was ich wissen will... Ist das nicht eine Streamerin? Ich will mich ja wehren, aber... Wird es gut gehen? Oder soll ich einfach aufhören? Das ist doch eine Streamerin, oder? Das ist ja total scheiße. Ich schau mal, was ich sehe. Das klingt wie eine Streamerin, die andere. Also, das Fußballmädchen. Ach, fünf. Nicht so geil. Mobber sind das Schlimmste. Besonders, wenn sie etwas ruinieren, das du liebst. Was sage ich ihr? Das war ein echt schlechter Wurf. Okay. Bereit für deine Zukunft? Ja, wie sieht sie aus? Das Gute ist, es wird viel besser. Dank dir. Ihren hasserfüllten Schwachsinn hörst du irgendwann nicht mehr und alles verändert sich. Das... Das hab ich ja versucht. Sie findet immer einen Weg unter meiner Haut. Ich weiß nicht, wie das einfach an mir abprallen soll. Du findest heraus, was du von dir hältst. Ihre Meinung ist bedeutungslos. Ihre Sticheleien tun nicht mehr weh, denn du weißt, dass es... Bullshit ist. Leichter gesagt als getan. Ich weiß, es ist nicht leicht. Aber es ist es wert. Ich glaub bloß nicht, dass das wirklich passieren kann. Naja, ich hab sowas schon erlebt. Echt? Ja. Grundschule, Highschool. Ich dachte, ich müsste wegziehen, damit's aufhört. Kinder wie dieses Mädchen... Und dann kam der Sturm. Und es hat sich gelöst. Sie spüren es und fahren ihre Krallen aus. Doch wenn du herausfindest, was das Weirder an dir ist, es akzeptierst und es für dich nutzt, nimmst du es ihnen weg. Und damit auch ihre Munition. Bei mir war es mein Outing. Bei dir? Wer weiß. Doch was immer es ist, das dich weird macht, macht dich auch krass. Vertrau mir. Danke, Steph. Das hilft. Sogar sehr. Gern geschehen. Tschööö. Danke für den Anruf. Die Zukunft wird mitgetränkt. Das ist schön. Das nehm ich. Das find ich gut. Wie wird es beim Eishockey regelt? Ein neuer Tag. Same shit. Aber hab ich das nicht alles gemacht? Ich denke jetzt nicht an diese scheiß App. Hab ich das jetzt nicht? Also, bin ich nicht fertig? Sex mit Hackfleisch möchte bitte was? Ach, bring den Müll raus. Finde Annis CD. Müll. Müll. Wo steht denn der Müll? Müll. Müll. Okay. Hackfleisch brät man an. Mom! Die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. Er trifft unser Haus bald. Ich suche mir Unterschlupf, aber ich hab dich lieb, okay? Mom! Mom! Ich werde jetzt nicht zusammenbrechen. Ich werde jetzt nicht zusammenbrechen. Letzte Aufgabe. Na dann mal los. Verdammte Ninja Katze. Ich hab's gerade erst aufgefüllt. Erkanne ich's nicht wieder? Hm. Ach, äh, da steht aber Wassernab. Aber das ist wahrscheinlich gar kein Wassernab. CD finden. Eine CD finden. Wir sind keine CDs. Wo waren denn die CDs? Ah, CD-Bereich. Da ist es ja hoch. Na, hab nicht. Mett. Mett ist, also, das niedersächsische Mett ist schon anders als normales Hackfleisch. Oh, sag's beste, Mett. Oh, ich mach mir heute einen Mett-Simmel. Geil. Es ist wie jeder andere Tag. Atme nicht so laut. Und andere verfickte Tag. Gabe. Ja, gehackt ist auch verwendbar, aber Mett schmeckt noch mal anders. Er hat... Turing damit, ja. Wenn ich hier fertig bin, schließe ich die Kabine ab und rufe ihn an. Ich weiß nicht, also so, zum Beispiel in Niedersachsen und ich glaube in Thüringen auch, ne? Ähm, da ist halt, die haben so eine Gewürzmischung und die Gewürzmischung ist so geil, die macht, oh, geil. So, in Bayern, wenn du das willst, dann brauchst du halt so Hackfleisch. Also, dann nimmst du wirklich Hackfleisch und dann machst du Pfeffersalz drauf und frische Zwiebeln. Es ist geil, aber ganz ehrlich, also, Mett ist eine ganz andere Liga, was das angeht. Schließe die Kabine ab. Auf geht's. Muss ich nicht erst mal irgendwie beenden oder so? Wir reden ja auch nicht über Thüringen, wir reden über Mett. Hör zu, ich will trinken, bis ich nichts mehr fühle. Ich denke, du kannst mir dabei helfen. Bin gleich da. Na, das Gewürzte von Hackfleisch, das du sprätst, ist anders als Mett. Gewürz, wirklich. Wirklich. Von Mikey. Ich verstehe es. Ich verstehe es, okay? Ich weiß, wie es mit dieser Zeit des Jahres ist. Wenn die Erinnerungen dich überfallen und du nichts mehr willst, als sie auszuschließen. Ich weiß, du würdest alles geben, um den Abend heute durchzustehen. Ohne an Arcadia Bay oder den Sturm oder mich zu denken. Aber nur für den Fall. Ich bin für dich hier und werde es immer sein. Ganz egal, wie beschissen diese Nacht jedes Mal ist. Es tut mir kein bisschen leid, dass du weiterhin Teil meines Lebens bist. Und ich weiß, dass du dasselbe fühlst, auch wenn du unterirdisch darin bist, es zu zeigen. Jedenfalls weißt du, wo du mich findest und ich könnte etwas Ablenkungen vor meines Spiels gebrauchen. Kein Druck, ehrlich. Aber ich bin hier, Mikey. Hätte sie danach auch so krasse, emotionale Dings, wenn Chloe tot wäre? Ach, fuck. Ey, wirklich, in jedem Life is Strange werde ich dafür gerügt. Danke dir noch mal Ordnung und Schlafguttreume ist schönes und wirklich vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Träume ist schönes. Und einen schönen Start ins Wochenende wünsche ich. Endlich Gameplay. Endlich passiert mal was. Endlich Story. Ich freue mich echt, dass wir heute was machen. Diese Zeit des Jahres ist für mich... Naja, du weißt schon. Ja. Mann. Warum bin ich so depri? Komm. Sehen wir, welche Monster anfallen du diese Woche für Elamon vorbereitet hast? Geht klar. Ist das ein Daddy? Ich muss nur noch ein paar Sachen vorbereiten. Ist das ein Big Daddy? Okay. Wo waren wir? Dann viel Erfolg dabei, Ordnung und dass du es erfolgreich durchfühlst. Die M-Trennwand. Die Trennwand habe ich in unserer virtuellen Kampagne kaum gebraucht. Aber ich habe sie gern dabei. Falls ich morgen draufgehe, ist dieses Notizbuch die umfassendste und verwirrendste Aufzeichnung meines Lebens. Ich check mal meine Notizen. Hey, lass dir Zeit. Spielen wir jetzt, oder was? Sch, Wells kommt. Penis! Chloe und Rachel spielen ja Higgens-Spiel. Nein, nein. Gib mir die Nerd-Würfel. Die was? Gib mir den W20, W10 und W4, bitte. Klar doch. Ich schlag der Hydra den Kopf mit einem ihrer anderen Köpfe ein. Du schaffst das. Penis. Danke, Ossim, für deinen krassen Beitrag. Danke für 100 Pits. Dankeschön. Ich weiß, Chad, das ist genau euer Niveau. Ich weiß, ich weiß. Ist alles okay? Nur Erinnerungen. Gute oder schlechte Erinnerungen? Macht's nur Unterschied? Ich weiß, was du meinst. Die Erinnerungen an die Zeit vor dem ganzen Scheiß sind meist die schmerzhaftesten. Ich glaube, das ist irgendwie besser gesagt. Es war so dumm, eifersüchtig auf Chloe und Rachel zu sein. Ich dachte, was sie hatten, wäre perfekt. Und jetzt? Nur Wut. Als ob ein Teil von mir schreien will, bis ich einfach keine Luft mehr kriege. Nein, Tobi. Ich würde euch niemals unterstellen, dass ihr Niveau habt. ist hier zu sein, aber die anderen nicht. Sprichst du noch? Mit Chloe? Nein, ich hab gehört, sie ist untergetaucht, wie ich. Die zwei heimatlosen Weirdos. Hör mal, Steph. Das, was du fühlst. Chloe und Steph. Es könnte passen, oder? Ich bin mir ganz sicher, dass Elamon in einer besseren Position war. Jetzt chill, ich muss gerade überlegen, ob Chloe und Steph zusammenpassen würden. Das Ding wird mit jeder Session größer. Mein Informatikprofessor nannte das Scope-Creep. Pff. Schmiede so viele Pläne, wie du willst. Letzten Endes entscheiden immer die Würfel. Ich glaube, Elamon wollte gerade den geheimen Bunker der Bürgermeisterin betreten. Klingt gut. Aber ernsthaft? Zweit? Ist das nicht langweilig? Also Singleplayer bei sowas stelle ich mir halt echt so ein bisschen unspektakulär vor. Wie viel Penis. Fuck. Da kommt Wasser rein. Würfel für Wahrnehmung. Der Strom ist biblisch. Warum hat Drew noch nicht zurückgerufen? Hast du was von deiner Mom gehört? Ihr geht's gut. Unser Haus ist sicher. Aber weißt du, was nicht sicher ist? Deine Position. Du bist von verzauberten Skeletten umgeben und deine HP sind am Boden. Jetzt Würfel. HP Baxter? Ja. Fuck. Sorry. Das war eine Scheißidee. Ist cool. Keine Aufhören. Ja. Nein. Ich weiß nicht. Wie gehst du mit den Gedanken um, die einfach nicht weggehen? Was meinst du? Du weißt schon, wie es beinahe uns getroffen hätte. Achso, nein. So, ich dachte... Oh, wie es wohl wäre, wenn es uns erwischt hätte. Klar. Die ganze Zeit. Neben meinem Bruder zerquetscht zu werden. Oder einem der Autos, die zerfetzt wurden. Manchmal fühlt es sich so echt an, dass ich aufwache und überrascht bin, dass es nicht passiert ist. Ich habe Mom in meinem Geiste tausendmal sterben sehen. Wie sie in den Keller rennt, ihren Rosenkranz umklammert und vor Angst schreit. Es ist jedes Mal ein wenig anders. Die Unterschiede sind das Schlimmste. Aber... Vielleicht hilft es darüber zu reden. Ja. Vielleicht. Du weißt, wir müssen auch nicht weitermachen. Versuchen wir es. Trotzdem war es die richtige Entscheidung. Trotzdem werde ich in jedem Life is Strange dafür geohrfeigt. Wobei, Life is Strange 2 war positiv. Wohl am Anfang nicht. Na dann los. Und das sind minus 5 HP. Komm schon. Wie kannst du von Seattle aus ein noch fieserer GM sein? Bestimmt der Regen. Hey, hör mal. Du weißt, nächste Woche ist der... Na ja, du weißt schon. Der Jahrestag. Ich hab mir gedacht, komm doch einfach vorbei. Es wird... Du weißt schon. Es wird mega abgefuckt sein, aber... vielleicht etwas weniger, wenn wir beieinander sind. Ja. Das klingt gut. Warum tust du das? Hey, wir können doch aufhören. Nein, ich meine, warum tust du das? Ich hab dich ignoriert. Schon wieder. Wenn ich Leute ignoriere, gehen sie weg. So läuft das doch. Aber du nicht. Warum? Was glaubst du denn? Schlaf gut, Red Pepper. Träume schönes. Baby, in alten Zeiten. Das glaubst du doch selbst nicht. Fuck. Steph, ich hab schon viel Scheiße von dir gehört, aber das... Ich brauch dich. Deshalb komm ich immer zurück. In der Highschool wusste ich nicht, wer ich bin, außer Stephs bester Freund. Und wenn wir heute was unternehmen, fühlt es sich an, als würde ich mein altes Ich wiederbeleben. Ich brauche dich, weil ich nicht stark genug bin, ich selbst zu sein, wenn du nicht in meiner Nähe bist. Das ist alles. Ziemlich abgefuckt, oder? Liegt nicht an dir, ist kein mir. Ich zieh das mit allen ab. Ist es nicht. Aber erzähl weiter. Es ist so seit Arcadia Bay. Sobald mir jemand oder etwas wichtig ist, ist es... nur eine Frage der Zeit, bis ich was finde, das nicht stimmt. Und gehe. Schlaf gut, Berto. Träume schon ist. Vielleicht ist das okay. Ist vielleicht dein Schicksal, ein heimatloser Weirdo zu sein. Wie bei Elamon. Das Abenteuer wird dich immer finden. So habe ich das noch nie gesehen. Na ja. Darum bin ich hier. Ich verdiene dich nicht als besten Freund. Aber ich gebe mir Mühe. Versprochen. Denn die Wahrheit ist, ich brauche dich auch. Und jetzt... Was? Was? Was sehen wir emotionales gerade? Und was macht meine Playstation 5? Nee, kein Bock mehr. Das Ende war ich jetzt ein bisschen blöd. Als der Fortfahrene ist es doch. Verstehe gar nicht, was du meinst. War doch ein gutes Ende. Also ein spannendes Ende. Die kann er leider nicht skippen. Och. Ich freue mich echt, dass wir heute was machen. Diese Zeit des Jahres ist für mich... Naja, du weißt schon. Ja. Mann. Warum bin ich so depri? Komm. Sehen wir, welche Monster anfallen du diese Woche für Elamon vorbereitet hast. Geht klar. Ich muss nur noch ein paar Sachen vorbereiten. Okay. Wo waren wir? Die Trennwand habe ich in unserer virtuellen Kampagne gekauft. Das Ding wird mit jeder Session größer. Falls ich morgen draufgehe, ist dieses Notizbuch die umfassendste und verwirrendste Aufzeichnung meines Lebens. Ich check mal meine Notiz. Wir machen das. Wir kriegen das schon hin. Hey, lass dir Zeit. Ja, ja, ich lass mir Zeit. Danke, Mikey. Spielen wir jetzt oder was? Sch, Wells kommt. Penis! Wenigstens haben wir den Penis nochmal gehört. Wir und Rachel spielen ja ein Higgins-Spiel. Nein. Nein. Gib mir die Nerdwaffe. Mann, jetzt gibt es doch einen Furcht. Gib mir den W20, W10 und W4, bitte. Klar, da. Ich schlag der Hydra den Kopf mit einem ihrer anderen Köpfe ein. Du schaffst das. Ist alles okay? Ja, 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 alles gut. Danke. Nur Erinnerungen. Gute oder schlechte Erinnerungen? Macht's einen Unterschied. Ich bin jetzt direkt noch, wo gibt's keine Unterbizze. Ja, also ich weiß, also... Die Erinnerungen an die Zeit vor dem ganzen Scheiß sind meist die schmerzhaftesten. Ich hab's echt versucht, weißt du? Es war so dumm, eifersüchtig auf Chloe und Rachel zu sein. Ich dachte, was sie hatten, wäre perfekt. Scheichlörker. Und jetzt? Nur Wut. Als ob ein Teil von mir schreien will, bis ich einfach keine Luft mehr kriege. Niemand verdient, was ihnen passiert ist. Aber sie waren nicht niemand. Sie waren so... wunderschön. Hör mal, Steph. Das, was du fühlst. Mir geht's gut. Komm. Spielen wir. Ich glaube, Elamon wollte gerade den geheimen Bunker der Bürgermeisterin betreten. Klingt gut. Es gibt immer noch niemanden, der es gelockt hat. Chloe und ich waren keine besten Freunde oder so. Aber sie war für mich da, als es zählte. Sie hatte keine Angst. Vor gar nichts. Genau wie Rachel. Sie hat immer gesagt, Chloe hat ihr das Leben gerettet. Aber ich bin mir sicher, dass das gegenseitig war. Und wenn sie es gekonnt hätte, hätte Chloe vor nichts Halt gemacht, um Rachel zu retten. Denn sie war unglaublich stark. Ruhe in Frieden, Chloe. Ruhe in Frieden, Rachel. Fuck. Sorry. Das war eine Scheißidee. Ist cool. Wir können aufhören. Warum ist Chloe jetzt tot? Welche Stadt? Die sind alle tot. So will ich nicht spielen. So will ich echt nicht spielen. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Das ist doch richtig kacke jetzt. Das ist nicht vorgesehen, dass du Chloe rettest. Warum machen das dann 90% der Spieler? Also Entschuldigung, selbst wenn es abschmiert, dann sollte es sich doch merken. Diese Zeit des Jahres ist für mich... Das ist... Naja, du weißt schon. ...was ich entschieden habe, oder nicht? Ja. Mann, warum bin ich so depri? Komm, sehen wir, welche Monster anfallen du diese Woche für Elamon vorbereitet hast. Geht klar. Mach das, vielleicht kann ich dann weiterspielen. Okay, wo waren wir? Ich check mal meine Notizen. Hey, lass dir Zeit. Spielen wir jetzt, oder was? Schuss, Wells kommt. Penis! Ist okay, Herr Datenschutz. Chloe und Rachel spielen ja Penis-Spiel. Nein, nein. Gib mir die Nerdwürfel. Die was? Gib mir den W20, W10 und W4, bitte. Klar da. Ich schlag der Hydra den Kopf mit einem ihrer anderen Köpfe ein. Du schaffst es. ist alles okay castix dankeschön für die raid hallo an alle wie war es schön was habt ihr schönes gemacht hallo habt ihr auch life is strange das dlc gespielt wenn wenn nicht dann also nicht dass dass ihr euch spoilern lasst ne hallo präsident dankeschön vielen dank hallo dr mokop wir haben hier nur gerade so ein kleines problem und weil es nicht gespeichert hat was ich ausgewählt habe am anfang und das also was ich in life strange entschieden habe und das ist ein bisschen blöd aber sonst gothic gespielt gothic habe ich auch nie gespielt ich hoffe ihr hattet einen schönen abend und hat ganz viel spaß und dankeschön noch mal vielen dank also wie gesagt das ist das dlc von life is strange 3 hallo ist der juki falls ihr nicht gespoilert werden wollt dann solltet ihr besser gehen weil die es vielleicht noch selbst spielen wollte oder eben noch nicht den anfang davon kennt es ist spoiler warnung draußen aber ansonsten dankeschön wenn ihr jetzt geht wenigstens weiter dass ihr noch mitgekommen seid und euch noch einen schönen abend ich weiß was du meinst die erinnerungen an die zeit vor dem ganzen scheiß sind meist die schmerzhaftesten es war so dumm eifersüchtig auf chloe und rachel zu sein ich dachte was sie hatten wäre perfekt und jetzt nur wut als ob ein teil von mir schreien will bis ich einfach keine luft mehr kriege niemand verdient was passiert ist aber sie waren nicht niemand sie waren so wunderschön das was du fühlst mir geht's gut komm spielen wir wieso fragt mich das spiel am anfang eigentlich was ich getan habe wenn es dann jedes gegenteil nimmt ich glaube elamon wollte gerade den geheimen bunker der bürgermeisterin betreten klingt gut ist es okay wenn wir jetzt einfach damit weitermachen ich finde es ja kacka aber ich habe auch keine lust den ganzen miss noch mal zu machen nur wenn es weiß was du entschieden hast kann es die entscheidung ignorieren du hast recht chloe und ich waren keine besten freunde oder so gut unsere entscheidung ist egal mich da als es zählte sie hatte keine angst vor gar nichts genau wie rachel sie hat immer gesagt chloe hat ihr das leben gerettet also ja rachel okay die ist tot aber chloe lebt und wenn sie es gekonnt hätte hätte chloe vor nichts halt gemacht um rachel zu retten denn sie war unglaublich stark ruhe in frieden wie einfach dass die jetzt die plötzlich chloe getötet hat fuck sorry das war eine scheißidee willkommen zurück berita ich hoffe das hat dir alles gut geschmeckt was auch immer du bestellt hast ja nein ich weiß nicht ich habe mich hinten versteckt weißt du ich hätte eigentlich nach dir sprechen sollen doch mir ist klar geworden dass ich von da oben alle ansehen müsste chloe mutter rachels eltern die halbe stadt es ging einfach nicht also bin ich weg ich habe es verstanden ich habe die menschen um das haben alle ich frage mich wie du es geschafft hast ich mich auch ich habe es einfach getan wenn ich an chloe und rachel denke verliere ich den bezug zur realität die leute die mir wichtig sind alles was ich mag ist es nicht bedeutungslos was für eine welt ist das in der so ein scheiß passiert wenn ich es rauskriege sage ich dir du weißt wir müssen auch nicht weitermachen versuchen wir es klingt lecker wäre ich das klingt lecker das war der wind ich glaube die würfe sind mir nicht gewogen sehen wir mal welche furchtbaren überraschungen die stadt tot na dann los es fühlt sich so falsch an jetzt ne es fühlt sich so falsch an das ist nicht mein das ist doch nicht mein spiel gerade das sind minus fünf hp komm schon wie kannst du von seattle aus ein noch fieserer gm sein bestimmt der regen die einzige entscheidung die man in life's strange eyes treffen konnte und du ignorierst die spiel naja du weißt schon der jahrestag ich hab mir gedacht komm doch einfach vorbei es wird du weißt schon es wird mega abgefuckt sein aber vielleicht etwas weniger wenn wir beieinander sind ja das klingt gut nur zwei mal das spielladen das mike wir können doch aufhören nein ich meine warum tust du das ich hab dich ignoriert wir kennen es ja schon ne wenn ich heute ignoriere gehen sie weg du musst bedenken eigentlich ist nur chloe gestorben dafür dass die ganze stadt wieder lebt aber du nicht also ich hab eigentlich schon relativ viel gut gemacht was glaubst du denn vielleicht stirbt dann mike hier und der welpe vom zweiten teil kommt wieder warte ich hab sentimental vielleicht kannst du die schulzeit einfach nicht hinter dir lassen ich bin deine menschliche zeitkapsel der guten alten zeiten das glaubst du doch selbst nicht aber ich hab ja die frage gestellt ich hab jetzt ne antwort ja es ist genau eins zu eins das gleiche nur dass sie halt um chloe traut ich hab schon viel scheiße von dir gehört aber das ich brauch dich deshalb komm ich immer zurück in der highschool wusste ich nicht wer ich bin außer steffs bester freund und wenn wir heute was unternehmen fühlt es sich an als würde ich mein altes ich wiederbeleben ich brauche dich weil ich nicht stark genug bin ich selbst zu sein wenn du nicht in meiner nähe bist kochbanane als lasagne plattenersatz das ist alles ziemlich abgefuckt oder ja mega krass aber das kommt mir so vor als ob ich das schon kennen würde mikey es tut mir leid ja das weiß ich es liegt nicht an dir ist kein trost aber ich zieh das mit allen ab ist es nicht aber erzähl weiter es ist so seit arcadia bay sobald mir jemand oder etwas wichtig ist ist es nur eine frage der zeit bis ich was finde das nicht stimmt und gehe vielleicht ist das ok vielleicht ist es dein schicksal eine unzuverlässige nerdige punk lesbe zu sein das letzte mal hast du was viel netteres gesagt denn Dollar nicht so hab ich das noch serontan da fast ja darum bin ich hier ich verdiene dich nicht als bestem freund ja aber ich gebe mir mür versprochen denn die wahrheit ist Wir haben den Punkt drüber, ne? Schlaf gut, nach der Träume schon ist. Irgendwelche Fähigkeiten? Nicht wirklich, nein. Okay, in der letzten Stunde hatten wir keine Anrufe. Also feiert ihr entweder alle oder schlaft. Ich respektiere beides. Und falls ihr Silvester noch nie eingesperrt in einem kleinen Raum im Dialog mit euch selbst verbracht habt, ich kann's nur empfehlen. Mal ehrlich. Vielleicht mache ich das jedes Jahr. Hey, du bist live auf KRCT und ich bin nicht allein im Universum. Wer ist da? Hey, hier ist Gabe. Jedermanns liebster Barkeeper! Also, wie sehen deine Vorsätze aus und wie viele hast du schon gebrochen? Ja, ich hatte gehofft, deine Meinung zu einem davon zu hören. Geil. Ich lege einen Song auf und ruf dich dann an. Nein, nein, ähm... Ich rufe an, um mit der Hellseherin zu reden. Oh. Okay. Was liegt dir auf dem Herzen? Es gibt... ...jemanden in meiner Familie, der im Moment vielleicht einsam ist. Ich hab überlegt, ob ich mich bei ihr melde. Das Ding ist... Es ist sieben Jahre her und ich hab nie den Kontakt gesucht. Vielleicht warst du noch nicht bereit. Hättest du was zu bieten gehabt, wär's vielleicht trotzdem schiefgegangen. Nein. Schau mal, die Wahrheit ist, dass ich Angst davor habe, mit ihr zu reden. Ich weiß nicht, was sie durchgemacht hat. Ich weiß nicht mal, ob es ihr gut geht. Ich hab mega Angst, dass sie mich hasst, aber ich glaube wirklich, dass ich damit klarkomme, wenn ich es vorher weiß. Also wollte ich dich fragen, was passiert, wenn ich mich bei ihr melde? Was wird sie sagen? Dir ist klar, dass ich keine echte Hellseherin bin. Oder? Hey, 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 chill. Ruinier's nicht. Okay. Warte kurz. Ach, zehn. Weißt du was? Es sieht gut aus. Im Ernst? Was würde Gabe am meisten helfen? Du meldest dich. Und ihr zwei habt eine echt schwierige Unterhaltung. Ihr redet zwei Stunden lang. Sie sagt all die Dinge, die du befürchtet hast. Sie hat hart dafür gearbeitet, ohne dich klarzukommen. Jetzt hat sie Angst, sich zu öffnen, denn sie könnte wieder verletzt werden. Und das soll was Gutes sein? Als du auflegst, bist du erledigt. Emotional fertig. Aber du bist auch dankbar. Denn jetzt weißt du genau, was wieder aufgebaut werden muss. Du kannst die Ärmel hochkrempeln und anfangen. Du gibst zu, dass du es versaut hast. Und versuchst nichts zu erzwingen. Nach und nach textet sie zurück. Einmal die Woche. Zweimal die Woche. An jedem Morgen. Bis sie eines Tages ein Screenshot ihrer Anrufliste schickt. Es sind nur Anrufe an Gabe. Bis ganz unten. Und dir wird klar, dass sie dir damit sagen will, dass sie glücklich ist, dich zurückzuhaben. Und dann kam der Stein. Danke. Danke, dass du angerufen hast. Wie läuft's in der Kabine? Bist du einsam? Ehrlich gesagt, nein. Hier läuft's echt gut. Okay. Dann ist bald. Jetzt alle und feiern mit ihr. Oh. Anzeigen vorlesen, Songs spielen, Anrufe annehmen. Ich bin eine vollautomatische DJ. Och komm, ich will nicht nochmal arbeiten. Mann, die letzte Show 2018. Ich weiß, ich sage das jedes Silvester, aber das war echt ein crazy Jahr. Hör dir deinen fertigen Song an, aber das heißt, es ist fast... Oh Gott. Ich will die haben. Nee, die macht mir zu viel draußen Sport. Das ist mir zu anstrengend. Ähm, nehm ich... Nehm ich auf jeden Fall. Entschuldigung. Nein, Sport. Lass mich in Ruhe. Ja, nehm ich. Wir bewirken wie gemeinsam etwas Gutes. Ist okay. Nee. Habe auf jeden Fall. Ich steh auf Teufelchen. Oh Gott. Die vermöbelt mich. Okay. Das ist dann wohl das Zeichen, mich von der App zu verabschieden. Hä, keiner will mit mir schreien. Okay. Äh, oh Gott, wie viel schreiben die denn? Alter, hast du mal eine Kopie von Schatten und Licht? Oh, ja, habe völlig vergessen, dass ich es mir geliehen habe. Oh Gott sei Dank. Das ist technisch gesehen nicht meine. Sie ist Ethans. Und er kommt morgen von seinem Vater zurück und wird angepisst sein, wenn wir nicht zusammen spielen können. Lol, ich komme nach der Arbeit damit vorbei. Du bist meine Heldin. Beste Punkband, schieß los. X-Race Bags. Lol, so falsch ist es offensichtlich. The Misfits. Was sagt der Normalo? Bester Cartoon-Charakter. Los. Hot Dog Man. Korrekt. Bestes Essen fürs Frühstück. Biskuits und Bratensauce mit ganz viel scharfer Soße. Wie kannst du Pancakes nur so behandeln? Schüttelt den Kopf. Hör mal, ich mag Pancakes und verdrücke jederzeit gerne einen ganzen Stapel, aber machen wir uns nichts vor. Pancakes sind ein Dessert. Ich verstehe den Punkt, aber Biskuits mit Bratensauce? Was? Ich weiß nicht mal, mit wem ich hier rede. Sie sind süß, sie sind klebrig, sie haben keinen Nährwert. Oh, sorry, und Biskuits und Soße sind Superfood? Egal, du kennst die Regeln. Wir können jedes Thema nur für 30 Sekunden besprechen. Beste Ort in Haven für ein Picknick. Los. Der Park. Der Pier. Komm schon, Mann. Oh, okay, ich ändere meine Antwort. Lol. Okay, Auszeit, ich muss mich für die Arbeit fertig machen. American and Nutshell. Ein bisschen, ne? Mit Senf? Heilige Wimberkette. Nein. Nein, nein, nein. Ähm. Oh, da war's. Okay, okay, okay. Wer hat den Laserdisc-Ständer angemalt? Jemand hat den Laserdisc-Ständer angemalt? Das würde ich nie wagen. Lol, ich bin nicht sauer, der Scheiß ist großartig. Was steht drauf? Ich zeig's dir, wenn du es nächstes Mal im Laden bist. Ist perfekt. Es ist mir gerade aufgefallen und ich hab mich vor Lachten fast in die Hose gemacht. War nicht ich, war nicht ich. Du weißt, ich würde den Ruhm einheimsen. Ich hab zu viel Graffiti auf Wanderpfaden weggeschrubbt. Die Schuld würde mich umbringen. Tja, du bist geheimnisvoll still. Lang lebe Laserdruck. Äh, Laserdug. Entschuldigung. Laserdruck. Hä? Wie is sie? Hey, hi. Deine Nummer ist nicht mehr geblockt. Das sehe ich, lol. Haha, äh, das habe ich gerade gefunden und ich dachte, vielleicht willst du es. Oh, wow. Das ist ein echt gutes Bild von uns. Wo ist es? Lol, ja, oder? Ich sehe heiß aus. Lol, das tust du echt. Mann, was für ein toller Tag, oder? Ja, jedenfalls melde dich, wenn du mal wieder ins Ziertel bist. Mach ich. Rad muss mit. Nee, 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 immer mit Ketchup. Entschuldigung. Gott, gott. Gott, zwinkers, mal lieb. Wehen, wenn nicht in dieser einen Stadt gibt es mehr unerforschte Gebäude als in allen Kampagnen aus unserer Schulzeit zusammen. Klar, aber Ellermann bricht nicht in jedes Farmhaus ein, um nach Beute zu suchen. Ich meine, die Gebäude unter der Erde. Es gibt etwas im Untergrund. Oh Mann, da wir gerade beim Thema sind, werde ich Olberon in mehr als einer Form bekämpfen oder würde die ganze Zeit dein Kind bleiben? Ich verrate nichts über den letzten Kampf. Hast du sie noch alle? Ich will nur wissen, ob er sich am Ende in eine Spinne mit tausend Mäulern verwandelt. Für meine geistige Gesundheits-Dev. Ich verrate nichts. Also eine Spinne mit tausend Mäulern. Wie ist das Leben in der Einöde? Denkst du immer noch darüber nach abzuhauen? Ich weiß nicht, nicht in naher Zukunft. Haven ist okay. Ich kann mir nicht vorstellen, mich hier zur Ruhe zu setzen, aber im Moment gefällt es mir hier. Wie ich da wüssten kann. Tom, das erinnert mich nicht dran. Und in dem du dich heilen und erholen kannst, bevor du wieder rausgehst und Zombie den Schädel einschlägst? Lol. Ich nehme dich beim Wort. Ist nicht mein Genre. Ich denke, das ist Haven Springs für mich. Nachladen, heilen und dann wieder raus in die große gefährliche Welt. Viel Glück beim Heilen. Ich will nicht der erste Zombie sein, dem du begegnest, wenn es so weit ist. So glaube ich, sollte das sein, ne? Ethan. Oh Gott. Die neue Ausgabe ist fertig. Mega. Wann bekomme ich Kopien für den Laden? Ich kann vermutlich morgen, welche vorbeibringen. Hell ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wo sind denn meine Anzeigen? Hä? Mein innerer Tyler Durden hasst diesen Teil des Jobs. Aber meiner inneren Werbeagentin gefällt es. The Black Lantern. So wüsste Party 2019. Gratis Champagner, Tombola mit Preisen von Char, Illinois, etc. Fassabend. Lässt er Donners im Monat, neues Bier, Fässer und Trinkstum. Was Dings im Sonderangebot? Was denn Dings? Die Musik ist immer so laut. Gerade Champagner, Tombola, Fassabend. Ja, mal gucken. Ich rück das schon hin, ne? Äh, warte hier. KRCT wird euch präsentiert von der Black Lantern, in der genau in diesem Moment eine abgefahrene Silvesterparty läuft. Ihr habt immer noch Zeit, Einen der Tombola-Preise zu gewinnen, die von lokalen Künstlern gestiftet wurden. Außerdem ist jeden letzten Donnerstag im Monat Ausdrinkabend. Die Black Lantern bietet Drinks im Sonderangebot. Drinks im Sonderangebot an, damit ihr alles ausprobieren könnt, ohne pleite zu gehen. Frohes Neues von der Black Lantern, dem Bier getränkten Herzen von Hazen Springs. Okay, Gabe. Was hast du da draußen für mich hinterlassen? Ich hab noch nicht gelesen. Hör auf zu spoilern, Uschi. Ey, hast du dich heute schon bei der Vordertür im Laden umgesehen? Für sowas wie, ich weiß nicht, Überraschungen, die dir von deinen liebenden, hilfreichen Freunden hinterlassen wurden? Nee, ich muss das anzeigen. Mein innerer Tyler Durden hasst diesen Teil des Doms. Aber meine inneren Werbeagenda muss selbst. Ich denke, wir sind halt eine Partnerschaft, wir dienen der Gemeinde, von Hazen Springs seit 13 Jahren, falls du mir die genaue Zahl wissen möchtest. Anwendig den Feierwinter geöffnet wird mir selbst geschenkt, das sichern, zumalessigen Fahren. Okay, kriegen wir hin. Hey, wir haben heute einen wiederkehrenden Sponsor. Grimleys Autowerkstatt. Nein, Dings. Nein, Dings. Immer da für Haven Springs. Sein Emo die Welt beherrscht. Seit 2005, bevor einige Zuhörer hier geboren waren. Und falls ihr dazugehört, denkt dran, nur coole Kids bleiben lange auf und hören sich lokale Sender an. Grimleys hat an jedem Feiertag im Winter geöffnet. Falls ihr also eine Rentier anfahrt, mit eurem Auto versehentlich eines der Rentiere des Weihnachtsmanns gerahmt habt, sind sie für euch da. Nochmal, Grimleys Autowerkstatt. Eure besten und öligsten Nachbarn. Es war ein bisschen makaber, oder? Mein innerer Tyler Durden hasst diesen Teil des Jobs. Aber meiner inneren Werbeagentin gefällt es. Spams, Lebensmittel. Hey, Steph, ich liebe deine Show. Wir haben einiges an Lagerbeständen. Von den Feiertagen. Also hilft uns alles, was du tun kannst, um Leute in den Laden zu bringen. Feiertagsessen im Angebot, ausgewachsene Truthähne, Räucherschinken, frische Cranberry-Soße. Ausverkauf für Feiertagsdeko noch vor Jahresende. Das war ein Neujahrsvorsatz freundlichen Lebensmitteln. Okay. Mal gucken. Vermisst ihr den Winter jetzt schon? Fragt ihr euch, wie ihr die lange, feiertagslose Zeit bis Valentinstag überleben sollt? Keine Sorge, Spams Lebensmittel versorgt euch. Lasst die Winterstimmung weiterleben mit Angeboten auf eure liebsten Festtagsspeisen. Gönnt euch eine riesige Zuckerstange mit Rabatt. Aber diesmal ohne Abfall. Ausrede. Und während wir unsere Vorsätze fürs neue Jahr festlegen, ist Spams die Anlaufstelle für fade Lebensmittel. Gesunde Lebensmittel für die zwei Wochen, in denen ihr tatsächlich ins Fitnessstudio geht. Frohes Neues von Spams. Trauriger Barat. Viel länger halten Vorsätze nicht, ne? Nehmen zwei Arten, wo man sich bei der Vordertführung. Ja. Kicker Siege. Es wird gleich eh wieder jemand anrufen, wenn ich gerade draußen bin. Ist noch lang? Ach, geht. Was passt unter einer Vordertür durch? Jetzt klingt das Telefon. Habe ich auch gesagt. Die Violett. Oh Gott, die Violett, ne? Oh Gott. Äh, also, ähm, hey. Heilige Scheiße, hey. Wie geht's dir? Gut, du weißt schon. Es ist Touristensaison. Ja, und dann wimmelt es vor Skifahrern. Wie geht's dir? Nicht schlecht. Ich wurde gefragt, ob ich die M4 in Lab sein will. Haha, natürlich wurdest du das. Ich hab viel darüber nachgedacht, wie es zwischen uns geändert hat. War irgendwie scheiße, oder? Ah, ich mein, es hätte viel schlimmer sein können. Ja, ich schätze es schon. Ich geh seit kurzem mit jemandem aus. Es läuft echt gut und ich mag sie so sehr, aber ich weiß nicht. Du und ich hatten so viel Spaß. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Wollen wir Kumpel sein? Was für eine Lesbe wäre ich, wenn meine Freundin nicht hauptsächlich Ex-Freundin wären? Guter Punkt. Nebenbei Glückwunsch und Verdienstes glücklich zu sein. Wie läuft es so für dich? Was? Dating? Ich denke, ich nehme mich vom Markt. Zumindest für den Moment. Vielleicht ist das wirklich gut für dich. Ich bekomme definitiv mehr geschafft, wenn ich nicht den ganzen Tag auf diese App starre. Das ist mal sicher. Hey, ich bin froh, dass wir jetzt Kumpel sind. Ich auch. Es ist Neujahr, Alter. Zeit, deinen Vorsatz zu teilen. Violett, ich schwöre auf einen Stapel Bibeln, bis Ende nächsten Jahres wird Valkyrie mich lieben. Uff, bist du sicher, dass du nicht etwas wählen willst, das erreichbarer ist? Nicht dieses Mal. Ich habe große Träume. Egal, wie sieht's aus bei dir. Oh, Alter, ich hab so viele. Als erstes, ich muss aus Tally verschwinden. Bin mir nicht sicher, wie weit weg von Tally, aber ich bin bereit für das Leben in der Stadt. Danach, ich will eine Ausstellung haben, Leuten meine Videokollagen zeigen und mich vielleicht etwas weniger intensiv verknallen. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Oh, hey, am 12. findet ein Konzert in Boulder statt. Cannibal Cervix Passive Agrippa Willst du mit? Werde ich dein neues Mädel kennenlernen? Doofe Frage. Verflucht, ja, ich bin dabei. Hell yeah, und wie? Schön. So. Oh Gott. Rita hat auch geschrieben. Ach so, das war sie, genau. Hey, hey, ich muss absagen, es ist nichts persönliches, es tut mir leid, alles okay? Ich hab keinen Plan, sorry, es ist einfach nur eine echt schlechte Idee. Ich sollte nach Hause gehen. Hey, ist eine Weile her. Ha, ja, ich schätze, das könnte man sagen. Wie geht es dir? Besser. Rita Lynn? Rita Ora. Besser als damals, als wir uns zuletzt unterhalten haben. Abgesehen davon ist die Antwort unklar. Versuch später nochmal. Egal, wie komme ich zu diesem Vergnügen. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Ich weiß, ich war ein Miststück, als wir uns unterhalten haben. Ich hatte eine Seite zu allen ein Miststückphase. Aber ich weiß, dass du einiges durchgemacht hast. Ich bin zu weit gegangen und ich schulde dir eine Entschuldigung. Angenommen. Ich bin mal nicht so, ne? Ausnahmsweise bin ich mal nett. Danke, Entschuldigung, angenommen. Was hat sich verändert? Anfangs nicht viel. Ich war weiter in einem Miststück, bis mir klar wurde, dass ich mich deswegen nicht besser fühle. Und dann habe ich mir einen Therapeuten gesucht. Wurde auch Zeit. Gut, das freut mich wirklich sehr für dich. Also, gehst du im Moment mit jemandem aus? Im Moment nicht, aber das passt mir eigentlich. Was komisch ist, vor nicht allzu langer Zeit hat es mir gar nicht gepasst. Gut für dich. Viel Glück da draußen, Steph. Dir auch, Rita. Alter, Fiona, jetzt auch mal. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich nicht so geil drauf. Vielleicht sollte ich ihr sagen, dass es mir gut geht. Ich melde mich. Hey, ich bin okay. Wollte ich nur sagen. Himmel, das ist eine merkwürdige Nacht, nachdem ich mich mit Hey schon dazu verpflichtet habe. Ich wollte nur, dass du weißt, dass es mir gut geht oder sowas in der Art. Lol. Hey. Es ist echt gut, von dir zu hören. Und es ist echt gut zu hören, dass es dir gut geht. Schauspieler hast du noch? Wie erinnerst du dich an die Aufführung von eine Weihnachtsgeschichte, von der ich dir erzählt habe? Wir hatten gerade unsere letzte Aufführung. Oh cool, welcher Geist warst du? Gar keiner. Ich war Scrooge. Madame Scrooge, was kommt als nächstes? Also, äh, dazu. Ich habe etwas nachgedacht und ich weiß nicht. Uff, das ist hart. Ich meine, kein Tannenbaum. Alter, nicht die Bäume unterschätzen. Ist okay, kein Druck. Lass dir Zeit. Ich glaube, ich bin ein Mann. Oder ich will ein Mann sein. Oder ist das vielleicht dasselbe? Heilige Scheiße, das ist ein mega verdammt Glückwunsch. Ich freue mich sehr für dich. Hä, für was denn? Sie weiß es doch noch gar nicht. Haha, danke. Du bist die dritte Person, die ich erzähle. Welche Pronomen soll ich benutzen? Er ihm als Pronomen? Ich glaube schon. Ich habe wegen sie ihn überlegt und es fühlt sich besser an als sie ihr, aber nicht so gut wie er ihm. Hey, hey, Leute, seid wieder bereit. Der Sub ist da und das Bla hier schreit. War Dominik ist das beste Pferd hier im Stall. Rufe es hinaus bis raus ins All. An alle anderen, ihr seid echt nett. Lege mich nun aber mal ins Bett. Bloss Island, der Wahnsinn. Also diese lyrische Expertise, also Wahnsinn. So spät noch, puh. Dankeschön, Bloss Island für 13 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön dir. Und hallo und gute Nacht, schlaf gut, träumen was schönes und komm gut ins Wochenende. Ach nein, du sagst ja immer, oh Gott. Doch. Lege mich nun. Siehst du, lege mich nun. Ich dachte gerade, ich habe schon wieder gute Nacht verwechselt, aber habe ich gar nicht. Du hast wirklich gesagt, du gehst ins Bett. Gute Nacht, Bloss Island. Träumen was schönes. Oh. Puh. Und danke nochmal. Besser Baum als Graschen. Ah, geht. Du bist ein Mann. Glückwunsch, Außen. Ich bin safe. Puh. Ach, schaff. Schlaf gut. Ich habe immer schönes. Mega, also eher ihm. Und wie ist es bei dir? Was passiert so? Ich weiß nicht, wie ich das deiner Meinung nach toppen soll, aber lol. Ich gewöhne mich an Haven. Gehe nicht nach Oregon, du bist tot. Ich habe endlich angefangen herauszufinden, wie ich hier reinpasse, was gut ist. Das ist gut. Was hat sich geändert? Ganz ehrlich, nichts. Jedenfalls nichts an der Stadt. Und die Dating-App, wie läuft es damit? Ha, gar nicht. Die habe ich bis heute monatelang nicht angefasst. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich mein Profil lösche. Oh scheiße, ich komme zu spät zur Arbeit. Hey, ich bin echt froh, dass du dich gemeldet hast. Ich auch. Sollen wir mal wieder zusammen abhängen? Ganz sicher. Wir müssen uns unbedingt nochmal sehen. Richtig, Dominik. Drei Jahre keine Nachricht. Genau, Kika wollte ich machen. Was für Kratzbaum. Valkyrie benutzt den immer nur, wenn ich nicht hinsehe. Das verletzt meine Gefühle überhaupt nicht. Wehe, Valkyrie ist nicht dankbar. Das hat mich ganze drei Dollar gekostet. Außerdem, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil du den Bauch der Schwangeren rausstreichelst, weil da gerade ein Baby drin ist. Wenn du sagst, Mann, Penis streichel, dann müsstest du Frau Vagina sagen. Das ist gleich, Dominik. Wo ist denn jetzt sie? Ist sie da hinten drin? Gott, wer bist du denn? Misty! Misty sieht ein bisschen creepy aus, aber wenn man sie erst mal richtig kennenlernt, ist sie völlig armlos. Pilot hat sich den auf unserem zweiten Date geliehen. Der Kleine ist echt immer kalt. Mega geil, dass wir noch Freunde sind bei. Dieser Witz. Ich bin froh, dass Fiona nicht wieder Kontakt haben. Und ehrlich gesagt war ich diejenige, die klarkommen musste. Steph, ich wollte nie eine deiner Grenzen überschreiten, aber ich weiß, dass das, was ich getan habe, nicht zu entschuldigen ist. Und ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Ich muss echt darüber nachdenken, wie ich andere behandle. Es tut mir so leid, Fiona. Wie es aussieht, waren alle Platten, die ich für mich selbst zurückgelegt hatte, perfekte Geschenke für meine Freunde. Das hole ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder raus. Ich will auch eine gruselige Heuwagenfahrt. Verdammt, Ryan. Ich habe versucht, dir zu helfen. Mission Ryan und an die Frau bringen. Äh, Ryan an die Frau bringen. Mission Ryan eine nette, nicht bedrohliche Smolder-Bio schreiben. Natur Adonis sucht Komplizin. Bin mir nicht sicher, was Komplizin angeht. Amateurvogelbeobachter. Sei meine Turteltaube. Tauben sind nervig und dreckig. Wie wäre es mit Sei mein Nymphensittig? Weißt du nach einem Colorado Himbo mit einem Herz aus Gold suchst? Bist du hier richtig? Was ist ein Himbo? Heterosexueller sucht andere Heterosexuelle für heterosexuelle Aktivitäten. Okay, jetzt versuchst du es nicht mal. Dominik, du hast den besten Witz verpasst. Falls ich dieses Jahr mehr CDs mit Vogelrufen verkauft habe als Punkplatten, verpasse ich Ryan eine Brennnessel. Nee, Orson, du streichest schon den Bauch, weil da das Baby drin ist. Also, es stimmt schon. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel, jetzt erhältlich, nur 9,99 dir. Liebe Grüße, Ryan. Mann, Mikey, wann bist du nur so erwachsen geworden? Steff, ich dachte, du möchtest vielleicht eine Erinnerung daran, wie weit du es gebracht hast. M. Mein bester Fund im Second-Hand-Laden. Potthässlich, irrebequem und wahrscheinlich sogar ohne Bettwanzen. Sorry, Riley, das Pferd musste einfach weg. Liebe Steff, vielen, vielen Dank für das wunderschöne altmodische Karussellpferd. Es ist einfach wundervoll. Riley meinte, es sei gruselig und entfernt es ständig aus dem Laden, aber wir werden sehen, wer hier das letzte Wort hat. Alles Liebe, Eleanor. Karussellpferd, okay? Ich meine, jeder hat andere Sachen, die er mag. extrem Regenbogen, extrem Derb, genau wie Violet es versprochen hat. Der Schuh ist doch super. Finde ich auch. Zeit für Valkyries Neujahrsleckerli. Warte, Neujahr? Ich habe Valkyrie noch nicht ihr Neujahrsleckerli gegeben. Lachs. Die werte Dame weiß zu speisen. Nur der beste geräucherte Lachs für mein kleines Biest. Silvester ist doch dafür gemacht, sich mit Junkfood vollzustopfen. Cape hat sich vollgemault, als er mich auf dem Fahrrad zum Lachen bringen wollte. Mission erfüllt. 15 Dollar pro Monat ist echt viel. Außerdem habe ich keine professionelle Bearbeitung gebraucht, um meinen Song in Form zu bringen. Polyrhythm, wo Künstler leben? Basismitgliedschaft immer gratis, lade bis zu 5 Stunden Audio hoch, greife jederzeit auf dein Archiv zu, Pro-Mitgliedschaft 14,99 Euro pro Monat. Lade unbegrenzt Audio hoch, greife jederzeit auf dein Archiv zu. Toolsuit für, äh, 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 Toolsuit für editieren und Produktion. Dein Werk wird auf der Homepage angezeigt, verbinde dich auf einem exklusiven Server mit anderen Probenutzern rund um die Uhr technischer Support. The Rocky Mountain Gazette Online Die schwarze Bestie von Haven Fakt und Fiktion von Jessica oder Jessica Martinez Es bin nicht abergläubisch, sagt der langjährige Typhon-Mitarbeiter Jim Williams, der im Oktober sein 10-jähriges Jubiläum im Unternehmen feierte. Aber ich weiß, was ich gesehen habe und es war nicht normal. Jung und alt in Haven kennen die Erzählung der schwarzen Bestie, einer örtlichen Legende mit rechtmäßigen Wurzeln in unserer Geschichte. Sie begann im Juli 1944 nach einem schrecklichen Vorfall in P. Orleys, reisendem Zirkus, in welchem ein Panther mindestens zwei Darsteller tötete, bevor er in die Berge entkam. Und obwohl die schwarze Bestie im Mittelpunkt vieler Lagerfeuergeschichten und Wetten auf Spielplätzen ist, hat sich die Anzahl an Sichtungen eines gefährlichen Tieres in der Umgebung in den letzten Jahren so stark erhöht, dass es Besorgnis erregt. Danke für die Vorwarnung, Kasia. Ich hatte einen Fallschmecker. Wer nicht... Toll, danke für die... Das ist aber nicht gut übersetzt. Naja, an Steph, ne? Nö. Als wir vor neun Monaten angefangen haben, hätte ich nie gedacht, dass die Kampagne so lang geht und so krass Bock macht. Verdammt, Mikey. Olberons führender Offizier hat Elamon echt vermöbelt. Und er ist noch nicht mal in der Wolkenkammer über dem Turm. Elamon-Status sag gerade schon. Okay. Der letzte Kampf, der große Bösewicht. Was sonst? Lakaien. Level 10, Ministranten fünfmal. Level 7, Ätherhunde dreimal. Fallen. Siegel der Versteinerung im Zentrum des Raumes. Schnappmesser in den Ecken, verwelken der Nebel rund um den Bösewicht. Mehr Unsinn auszudenken und dann zu sehen, wie Mikey ihn zum Leben erweckt, wird echt nie langweilig. Sein Name ist Olberon. Doch lass dich nicht von seiner Jugend täuschen. Er ist hier gerade mal fünf Jahre alt, aber er hat in anderen Dimensionen bereits Jahrhunderte verlebt. Er hält die Bürger von Neu-Eden mit mächtiger Magie gefangen und hat die einst grandiose Stadt in eine Seelenfarm verwandelt, um von ihr zu zehren. Wenn du mich fragst, sollte das Kind längst im Bett sein. Mikey zeichnet immer seinen Lieblingsmoment aus jeder Session. Echt mega. Der Henker Priester singt. Blut zu Öl, Atem zu Dampf. Blut zu Öl, Atem zu Dampf. Elamon hält seinen Bogen bereit, feuert aber noch nicht. Wir bieten dir diese Gaben, allmächtiger Kindsgott Olberon. Feuer! Kritischer Treffer. Der Pfeil durchbohrt den Hals des Priesters und nagelt ihn an den Altar. Ja! Moment. Kindsgott? Mann, ich muss den Fiona unbedingt zurückgeben. Das ist ein krasser Charakter. Da steht nicht mal was! Da steht nichts und sie sagt, das ist ein krasser Charakter. Wow! Echt! Alter! Ich muss echt mehr T-Shirts bestellen. Ich glaube, ich habe unsere Kunden endlich durchschaut. Also Charlotte wird mir immer unsympathisch. Aber ganz ehrlich, das Ding war davor cool! Das Ergebnis eines Abends mit Charlotte und viel Wein, falls ich mich recht erinnere. Wie könnte man das ja besser einläuten, als künstlerisch von einem Zehnjährigen bloßgestellt zu werden? Muss ich nichts mehr dazu machen? Nö, tatsächlich nicht. Aber wo... Ah, da! Ich muss das letzte Match noch eintragen. Aber dann kann ich ja gar nicht gewinnen. Ein würdiges Match zum Jahresende. Also, deine Grundlagen sind gut, aber dein Trash-Talk musst du noch üben. Du bist ab sofort in Professor Gabe Chans Universität für Trash-Talk eingeschrieben. Verdammt, Mann! Klingt renommiert. Okay, Professor. Bring's mir bei. Lektion 1. Du musst deinen Gegnern unter die Haut gehen. Rücksichtslos sein. Ihre Unsicherheiten gegen sie einsetzen. Oh, sorry. Ich hab nur grad an das Bild von deiner Theaterphase gedacht, das Charlotte mir gezeigt hat. Oh, fick dich. Und... Bitte was? Ist es schwer zu kickern, wenn einem der freshe Pony die Sicht blockiert? Das waren die 2000er, okay? Okay. Weiter zu Lektion 2. Du musst vor deinem Gegner so richtig flexen. Einfach ein Gitarren-Solo abziehen. In your face. Danke für die Lektion, Professor. Wie hab ich mich gemacht? Ich hab dir alles beigebracht, was ich kann. Der Schüler ist zum Meister geworden. Ähm, war zu schnell, glaub ich. ein Gewinner. Er cheatet doch. Der Ferdings-Song, der war einmal noch da hinten, ne? Ist doch Champagner da. Braucht keine Nachhilfe. Nö! War er auch nicht. Wie kann Ducky nur all dieses Zeug herstellen, wenn er jede Minute seines Lebens in der Bar verbringt? Bestimmt Zeitreisen. Hätte mir jemand an meinem ersten Tag bei diesem Random-Job gesagt, dass wir irgendwann sogar mal Merchandise verkaufen, hätte ich ihn ausgelacht. What the mighty nine? Also, nine wie nine? Ich hab's echt geschafft, diese Woche dreimal spätabends zu üben. Es macht sogar echt Spaß, in einem leeren Laden zu spielen. Hätte mir jemand den ersten Tag bei diesem Random-Job gesagt. Ich hoffe, ich hab mich als würdig erwiesen. Alter. Oh Gott, was? Ich hoffe, ich hab mich als würdig erwiesen. Alter. Hatten wir Spaß an dem Tag. Das ist also Izzy. War das wirklich 1999 wert? Ja. Ich bin oben ohne Weihnachtsmann, euer Erz. Charlotte und ich sind anscheinend nicht fürs Meditieren geschaffen. Hä, wo ist denn die Musik? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Ameisen fressen meine Beine. Hä, wo ist denn... Das Death Metal Feiertagsalbum, das ich rausgelegt habe, wird ja nicht oft gespielt. Ich frag mich echt, warum. Sehr dezent. Dekorationslevel, Charlie Brown. Hä, wo ist denn jetzt ihre Musik? Ach hier? Oh mein Gott. Ich hab viel an meinem Song gearbeitet. Ich denke, er ist endlich fertig. Boah, das Poster ist cool. Ach, jetzt ist es die Gitarrenhymne, oder was? Dafür haben sie halt die große Entscheidung am Anfang kaputt gemacht. Aber hey, hey, immerhin ist der Pop raus. I was afraid this would happen Well, not then this But something unknown As my spring colors were blackening Couldn't you see But I had to go Nur gelb. Ich hab gelb kein einziges Mal gesehen. Reicht. Krass, dass meine kleine Idee zu diesem Song geworden ist. Vielleicht sollte ich ihn jemandem zeigen. Hey, KRCT-Zuhörer. Hier was Besonderes für euch. Hier ist die Weltpremiere einer talentierten Newcomerin, die vielleicht endlich mal auf ihr Leben klarkommt. Also ich bin selten gespannt, was ihr denn... Talentierte Newcomerin zu bezeichnen, ist nicht so geil. Ich spiele gerade meinen Song, Mann. Ach, gut. Frohes Neues. Du redest mit Steph. Oh, wow. Hi. Ich hab ein großes Problem und bräuchte deinen Rat. Ein junger Zuhörer mit äußerst großen Problemen. Lass hören. Schuldiger Teenager. Es geht um ein Weihnachtsgeschenk von diesem Jahr. Von meiner Oma. Omis Geschenke sind der Shit. Sie ziehen alle Register. Ja, ähm, deswegen rufe ich an. Meine Oma hat mir eine 4000 Dollar Kamera plus Beleuchtung gekauft. Wow. Ich weiß. Ich will nicht, dass sie das bezahlt. Sie ist eine pensionierte Lebensmittelhändlerin. Aber es geht nicht nur um die Kosten. Ich wollte mal Regisseur werden und Oma hat sich total reingesteigert. DVDs, Bücher übers Filme machen, Online-Kurse und jetzt das. Ich nehme an, du stehst nicht mehr so aufs Filme machen. Ehrlich gesagt, je mehr ich über die Branche lerne, desto mehr frage ich mich, ob das... Ah, ja, Regisseure sind schwierig. Was, was soll ich machen? Gebe ich die Kamera zurück und überfahre ihre Gefühle mit einer Walze? Ich werde den Kosmos konsultieren. Eine Zwölf sagt mir nicht viel. Du bist besser als Hälfte. Was macht man mit einem überteuerten Geschenk? Stream oder YouTube-Bakten? Der Kosmos wurde konsultiert. Okay, ich bin bereit. Du gibst das Wahnsinnsgeschenk zurück und bist nach Jahren voller Geschenke-Fails kompromisslos ehrlich zu deiner Oma. Ach, Mann, ich krieg grad voll Magenschmerzen. Es ist eine schwierige Unterhaltung, die durch Omas selbstgemachte Himbeertorte nicht einfacher wird. Es ist kein gestrickter Pulli. Obwohl es ihr peinlich ist, ist sie dankbar, dass du ehrlich warst. Es zeigt, dass du sie wirklich schätzt. Das ist eine mega Erleichterung. Ich finde es schön. Ich kann Entscheidungen treffen und die Auswirkungen auch. Jedes Jahr ein Weihnachtspulli mit Rudolf als Ferienjobber im Sommer. Okay. Gärtner, Rettungsschwimmer, Eiswagenfahrer, Saisonarbeiter auf der Obstplantage. Sowas halt. Ist das vielleicht Trolling? Wer weiß das schon. Ha. Doch du lernst dabei etwas Wichtiges. Gib nie ein Geschenk von Oma zurück. Ganz gleich, was auch passiert. Es gibt nichts, was du sagen oder tun kannst, das dazu führt, dass Oma aufhört, dich zu lieben. Und je mehr du von der Welt siehst, je mehr Leute du triffst, desto mehr wird dir klar, wie selten und besonders das ist. Danke, Steph. Das bedeutet mir echt viel. Kein Ding. Bitteschön. Was für ein Jahr. Wir müssen noch einen Anruf... Achso, wir haben noch nicht das Geschenk angeguckt. Quatsch mal kurz rein. Silvesterwerte Zuhörer in Haven. Und das bedeutet feiern, Küsse um Mitternacht und gute Vorsätze. Erzählt mir eure Vorsätze fürs neue Jahr und Havens beste und einzige Hellseherin wird euch sagen, wie lange sie halten. Mit Oma die Quedung aufkommen, auf jeden Fall. Natürlich hat Oma das. Das ist eine Oma, die machen sowas. So, jetzt gucken wir mal an, was der da durchgeschmissen hat, ne? Oh, Salz. Also, tötet er seine eigene Art? What the fuck? Ja, das ist normal. Hm, verdächtig. Eine fucking Schnitzeljagd zu Silvester? Meine Freunde sind Weirdos. Steph, was war das? Deine Freunde haben eine Überraschungsschnitzeljagd für dich? Und das hier ist der erste Hinweis. Du hast echt tolle Freunde. Steph ist gewitzt, mutig und amüsant, aber sie gibt auch einen tollen Zuhörer ab. PS, wir fangen mit etwas einfach an. Du musst nicht lange suchen. G-C-C-H-R-L. Ach so. Gabe, Charlotte, Brian. Aber ich habe noch ein Telefonat zu führen. Ich muss noch ein Telefonat zu führen. Die Katze wieder. Ich will den nochmal hören. Okay, lassen wir das. Aber ich will, dass die Musik halt im Hintergrund ein bisschen leiser wird. Ich muss die neuen Angestellten im Auge behalten. Falls wir je welche bekommen. An die Angestellten. Alle potenziellen Hinzufügungen zum Stickerbiken müssen von Steph abgesegnet werden. Abhängig davon, wie cool sie im Vergleich zu existierenden Stickern sind. Ich will eigentlich lieber erstmal den Anruf haben. Nicht, dass ich dann keinen Anruf mehr kriege. Warum immer Totenköpfe? Ja, Tobi, auf jeden Fall hat sie das noch. Auf jeden Fall hat die Oma noch. 19, 47er Sachen. Ich bin froh, dass Fiona und ich wieder Kontakt haben. Und ehrlich gesagt war ich diejenige, die klarkommen musste. Falls ich dieses Jahr mehr CDs mit Vogelrufen verkauft habe als Punkplatten, verpasse ich Ryan eine Brennnessel. Komm, jetzt warte mal der Anruf rein. Ich kann mir halt nicht mal was angucken, wirklich. Ich hab halt hier alles schon gemacht. Charlotte und ich sind anscheinend nicht fürs Meditieren geschaffen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Ameisen fressen meine Beine. Ich den jetzt einfach für ihn Jahre gucke, ne? Eine fucking Schnitzeljagd zu Silvester? Meine Freunde sind Weirdos. Ich brauch noch einen Anruf. Ich hab meine Schicht noch nicht fertig. Warte, Schaufel. Ich hab Schnee nie gehasst. Es ist mein Job, wurde ihn zu räumen. Naja, vielleicht... Ich mein, ein Hinweis zu suchen ist er... Ganz schön schmalzig. Selbst für Gabe. Vor einem Jahr hat uns dies zusammengebracht. Unsere Herzen schlagen im Takt. Aber lustig, ich laufe die ganze Zeit rum und die Hinweise finde ich erst dann, wenn sie gefunden werden wollen. Typisch Ryan. Geht immer auf Nummer sicher, dass ich's auch verstehe. Seit du den Weg in unsere Zukunft beleuchtest, ist deine Show ein Glanzstück. Für uns alle. Du lässt Haven wirklich bestrahlen. Ja, ja, Anruf, Anruf. Moment. Die Oma. Oh, danke, dass ich für dir 4.000 Dollar gespart hab. Hey, hey, du redest mit Steph? Hallo, Stephanie. Bist du das, Ducky? In der Tat. Ich rufe wegen einer Frage über meine Zukunft an. Ich bin ehrlich geschmeichelt. Ich frage bezüglich meiner Sterblichkeitswette unter uns, Gentleman. Sorry, deine was? Vor vielen Jahren vergruben meine Freunde und ich eine Truhe mit einigem Wert tief in der Wüste Nevadas. Wir vereinbarten, dass der letzte Überlebende von uns die Truhe ausgaben und ihren Inhalt für sich beanspruchen darf. Es ist eine Art Vereinbarung, die in der heutigen Zeit etwas in Unglade gefallen und auch nicht mehr ganz legal ist. Du kennst sie vielleicht als Tontine. Wie viele von euch sind übrig? Drei. Plus ich macht vier. Für den Moment. Ich befrage das Schicksal und bin gleich zurück. Ich bin so froh, dass der W20 entscheidet und nicht ich. Komm, gelatte 20. Auf geht's. 17. Der Würfel ist einfach verschwunden. Also. Ducky ist Tontine. Ducky? Ich bin zurück. Freundschaft gewinnen. Der will einfach nur seine Dings. Der hat genug Freunde. Ich habe gute Neuigkeiten, die aber auch schlechte Neuigkeiten sind. Du gewinnst dieses Jahr die Tontine. Das sind in der Tat gute und schlechte Neuigkeiten. Der ist ein trauriger Tag, als dein letzter Freund stirbt. Doch dann denkst du daran, was du mit dem Gewinn anstellen kannst. Du nutzt den Gewinn, um einfach mal in den Bergen zu sein, die du dein Zuhause nennst. Dafür mussten zwar alle deine drei verbliebenen Freunde sterben, aber hey. Ich wollte schon Lande der Snowboarden ausprobieren. Okay. Du gehst snowboarden. Du nimmst beim ersten Mal den Lift bis ganz nach oben und landest versehentlich auf einer schwarzen Piste. Es ist ein Erlebnis, das furchteinflößend wäre. Wenn du nicht so ein unfassbar guter Snowboarder wärst. An diesem Tag wird ein neuer Ducky geboren. Vielleicht erkennst du, dass Todespakte eigentlich das Leben feiern sollen. Genießt du dein Leben, ehrst du die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Stephanie. Das war äußerst amüsant. Weil ich vom Tod deiner Freunde gesprochen habe, gern geschehen. Ich würde gern die Soundeffekte einmal ausprobieren, ne? Jetzt sollten wir ja alles durch haben. Das ist lustig. Ich weiß, also, ich habe mir aber echt Mühe gegeben. Okay. Erleuchten. Ich muss weitersuchen. Wo ist der nächste Hinweis? Haben wir hier eine Lampe gehabt? Ich weiß noch gar nichts mehr. Erinnerung hatten wir schon, ne? Habe ich die Karte schon? Hundert Stockwerke über der Stadt schaust du nach unten und bemerkst Tausende, nein Millionen von blauen Fäden, die von über dir bis hinunter zur Stadt reichen. Ich beginne zu glauben, dass die Bürgermeisterin nicht ganz ehrlich war. Dies ist das Seelennetz. Eine ganze Stadt, verwoben in ewiger Gefangenschaft. Und du stehst in seinem Mittelpunkt. Cool. Die letzte Session war mega. Aber Elamon hat ordentlich kassiert. Ich fürchte aber, dass er den Bossfight gegen den Kinsgott Olveron nicht überleben wird. Ich will Mikey zeigen, wie viel mir diese Kampagne bedeutet. Indem ich ihm das epische Finale gebe, das er verdient. Soll ich Elamon mit wehenden Fahnen untergehen lassen? Oder soll ich den Bösewicht abschwächen und ihm eine Chance geben? Ich muss weitersuchen. Olverons führender Offizier hat Elamon echt vermöbelt. Und er ist noch nicht mal in der Wolkenkammer über dem Turm. Es würde keinen Spaß machen, wenn Olveron Mikey einfach platt macht. Ich könnte es ja etwas fairer machen. Ich kann nicht vernichten, sonst mag er mich nicht mehr. Erleuchten. Er hat nur nirgendwo irgendwas mit... Ja, jetzt kann ich auch so viele Sachen angucken. Ich habe religiöse Musik nie als Inspiration aufgefasst. Aber dann habe ich gesehen, wie viel diese Bands verdienen. Die Leute, die Rap-Alben auf Schallplatte kaufen, sind eine besondere Gruppe. So cool möchte ich auch mal sein. Komm, wenn du ihm seine Freundin ausspannst. Meine lieben, wertvollen Kinder. Niemand wird euch hier wehtun. Sicher? Was zum Teufel hat Ducky vor? What's spectacular season? Fledermausgeräusche und Rufe anderer nachtaktiver Tiere. Have a merry Halloween. Bitte was? Ducky, was ist mit dir los? Richten. Nein, ich wollte das schwarze Brett. Das hat man, glaube ich, auch nicht. Okay. Morgen werde ich das abnehmen. Neues Jahr. Neues schwarzes Brett. Darf ich dich eigentlich irgendwann hier aus dem Laden rausnähe, oder? Typisch Ryan. Geht immer auf Nummer sicher, dass ich's auch verstehe. Ich versteh's aber nicht. Beleuchtest, Glanzstück erstrahlen. Was ist das denn? Ich wüsste nichts, was hier erstrahlt. Beleuchtest. Der Baum, nee, da war nix. Kann das hier, die... Aber ich glaub nicht, dass in der Kabine was ist, oder? Ich dachte, also ich hab eigentlich die Leuchtlampe angeguckt, aber die kann ich nur angucken, wenn ich rede. Deswegen... Vielleicht ist hier irgendwas drin. Ich weiß, ich sage das... Das ist jedes Silvester. Wähle Elements Schicksal. Hab ich das nicht gerade gewählt? Aber das war echt ein crazy Jahr. Wusstet ihr, dass 80% aller Neujahrsvorsätze nicht eingehalten werden? Genau wie mein Vorsatz aufzuhören, Statistiken zu erfinden. Also beim Baum war echt... Vielleicht finde ich hier noch nicht, weil das Elements noch nicht zählt. Aber hab ich das nicht gerade gemacht? Ich glaub, das Spiel will ein wenig, dass ich hier rauskomme. Jetzt. Wo ist der nächste Hinweis? Ich muss erstmal Elements hier. Ja, aber hab ich doch jetzt. Hab ich noch nicht. Wähle Elements Schicksal. Warum denn? Hab ich doch gemacht. Und bemerkst Tausende... Nein, Millionen von blauen Fäden. Die von über dir bis hinunter zur Stadt reichen. Ich beginne zu glauben, dass die Bürgermeisterin nicht ganz ehrlich war. Dies ist das Seelennetz. Eine ganze Stadt, verwoben in ewiger Gefangenschaft. Und du stehst in seinem Mittelpunkt. Cool. Die letzte Session war mega. Aber Elamon hat ordentlich kassiert. Ich fürchte aber, dass er den Bossfight gegen den Kinsgott Olberon nicht überleben wird. Ich will Mikey zeigen, wie viel mir diese Kampagne bedeutet. Indem ich ihm das epische Finale gebe, das er verdient. Soll ich Elamon mit wehenden Fahnen untergehen lassen? Oder soll ich den Bösewicht abschwächen und ihm eine Chance geben? Ich muss weitersuchen. Wo ist der nächste Hinweis? Ich kann aber nichts machen. Das ist jetzt gemein, Mann. Irgendwie, also das DLC ist wirklich so lieblos, ne? Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ich für meinen Teil bin sowas von ready für Laser Duck. Also, ich bin ganz ehrlich, ich... Also... Mann, Mikey. Ach ja, das war's genau. Wann bist du nur so erwachsen geworden? Ja, aber da ist ja auch nix. Hier. Kleine Tanne ist nix. Leuchten. Hell. Erleuchten. Strahlen. Okay, Ryan redet von einer Art Licht. Hm? Echt? Wahnsinn. Da wäre ich aber nie drauf gekommen. Oh, hier. Nee. Ich dachte, wir können das Happy New Year anmachen oder so. Ich bin auch noch nicht sicher, dass ich's auch verstehe. Oh, Charlotte. Ich hab das nicht gesehen, weil es da so hell war. Du hast einen riesigen Sprung gewagt und bist in eine fremde Stadt gezogen, in der du dir ein krasses, kreatives Leben geschaffen hast. Ich bin in den nächsten Hinweis bei dem Plattenbereich, der dich beschreibt. Ey, 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 also Rap. Einordentlich Rap hier. Die Rap-Alben auf Schallplatte kaufen sind eine besondere Gruppe. Meine lieben wertvollen Kinder. Niemand wird euch hier wehtun. Nicht? Inspiration. Was? Danke, dass du meine Comics verkaufst. Da rufen alle super. Schaltpult. Schaltpult ist schon das... Meint er damit... Er meint schon damit mein Ding, ne? Okay, der Hinweis muss hier irgendwo sein. Siehst du, Valkyrie? Wir sind beste Freunde. So steht es hier. Deine beste Freundin ist eindeutig sie. Sich was vorzumachen hilft nie. Ich hab's versucht und unterlag. Ihr seid ein teuflisches Paar. Da rauf ich mir das Haar. Echt, noch weiter? Ach, komm schon. Ich hab's Schnitzeljagd. Können wir auch mit Schnitzeljagd. Hallo, Marginio. Ja, eigentlich ungewollt. Ich hab's, sieh, 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 dauern nicht so lange. Du hast die Schnitzeljagd abgeschlossen. Deinen Preis findest du auf dem Regal hinten. Welchem Regal? Wo hinten? Da? Hier? Nein? Hier sind mehr Regale als nur eins. Wie es aussieht, waren alle Platten, die ich für mich selbst zurückgelegt hatte, perfekte Geschenke für meine Freunde. Wer immer hier sitzt, tut dies dank der Freigebigkeit von Steph Gingrich, Stammgast der Black Lantern und Wahrzeichen der Gemeinde von Haven. Und muss seinen Platz aufgeben, wenn sie darum bittet. Ihr seid ein wunderbarer Haufen absoluter Nerds. Steph freut mich, Marginio. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Du hast aber nicht lang geschlafen. Steph, es wird Zeit, dass ich dich offiziell aus deinem Kicker-Schwur entlasse. Falls oder wenn du bereit bist, Haven zu verlassen, bekomme ich keinen Anfall. Versprochen. Aber andererseits, vielleicht sind dir die kleinen Tafeln aufgefallen, die man in gediegenen alten Tavernen in einigen Barhockern findet. Diese Hocker sind für Mitglieder der Gemeinde reserviert, egal wie weit sie reisen oder wie lange sie fortbleiben. Sie werden immer einen Platz am Tresen haben, wenn sie zurückkehren. Nun, du bist jetzt eine davon. Du hast es dir verdient. Danke für ein tolles Jahr. Wir haben dich lieb. Gabe, Ryan, Charlotte. PS, komm morgen vorbei und such dir einen Hocker aus. Ich schaue mal in mein Notizbuch und entscheide, wie der letzte Kampf aussehen soll. Aha, okay, ist noch was Zusätzliches. Zeit, das letzte Kapitel zu schreiben. Olberons führender Offiz... Immer noch ein würdiger Kampf. Olberons führender Offizier hat Elamon echt vermöbelt. Immer noch ein würdiger Kampf. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Bug. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich einen Bug. Ich wüsste nicht, was sonst... Ich raste aus, wenn wir nicht nach Neu-Eden zurückkehren. Ich habe echt zu lange an dieser Monsterkarte gesessen. Ich habe keine Lust, das noch. Ich schaue mal in mein Notizbuch und entscheide, wie der letzte Kampf aussehen soll. Zeit, das letzte Kapitel zu schreiben. Olberons führender Offizier... Immer noch ein würdiger Kampf. Ich habe... Ich habe... Ich probiere mal kurz, das neu zu laden. Oh, schon fast zwei. Oh Gott. Ich glaube, wenn nicht das ist, was hilft. Oh, das ist richtig... Oh, das ist richtig ärgerlich. Oh, das wäre richtig ärgerlich. Ganz ehrlich. Ich schaue mal in mein Notizbuch und entscheide, wie der letzte Kampf aussehen soll. Ich mache nochmal alles durch. Der Henker-Priester singt. Blut zu Öl, Atem zu Dampf. Blut zu Öl, Atem zu Dampf. Elamon hält seinen Bogen bereit, feuert aber noch nicht. Wir bieten dir diese Gaben, allmächtiger Kindsgott Olberon. Feuer! Kritischer Treffer. Der Pfeil durchbohrt den Hals des Priesters und nagelt ihn an den Altar. Ja! Moment. Kindsgott? Die letzte Session war mega. Aber Elamon hat ordentlich kassiert. Ich fürchte aber, dass er den Bossfight gegen den Kindsgott Olberon nicht überleben wird. Ich will Mikey zeigen, wie viel mir diese Kampagne bedeutet. Indem ich ihm das epische Finale gebe, das er verdient. Soll ich Elamon mit wehenden Fahnen untergehen lassen? Oder soll ich den Bösewicht abschwächen und ihm eine Chance geben? Okay. Ich denke, es wird Zeit, den Champagner aufzumachen. Oh, Gott sei Dank. Warum auch immer. Aber warum hat es das getriggert? Okay, egal. Egal. Telefon. Oh, Gott sei Dank. Boah. Ich hatte echt Panik. Ich muss gleich so schnell ausmachen. Obwohl, ich renne einfach bei den Credits kurz aufs Klo. Du musst ja Pipi. Schicht vorbei. Gerade rechtzeitig. Ja, ruf dir mal an, da gehst du dran. Hallo, Anrufer. Wie kann ich dir heute Abend helfen? Oh, hey. Ja. Kann ich bitte eine große Pizza mit Paprika und... Wer mag denn Paprika? Ich glaube, hier gibt es keine Pizza. Oh, shit. Habt ihr nichts mehr da? Alter. Das passiert mir ständig. Das hier ist eine Hellseher-Radio-Show und du bist gerade live auf Sendung. Genau jetzt. Dein Ernst? Klar, Mann. Kannst du vielleicht eine Fake-Vorhersage gebrauchen? Oh. Oh. Okay. Ähm. Bekomme ich meine Pizza heute noch? Ich werde meine Vorhersage formulieren. Ich glaube, er kriegt seine Pizza. Echt hoher Wurf für einen Anrufer, der echt high ist. Was bedeutet das? Bist du noch dran? Auf jeden, Alter. Ich geh nur... Auf jeden. Ich hab gute Neuigkeiten. Du bekommst deine Pizza heute. Ist ja sick. Aber nicht nur eine Pizza. Nein. Du bekommst eine Extra-Pizza. Mehr Pizza, als du dir vorstellen kannst. Ich weiß ja nicht. Ich kann mir eine ganze Menge Pizza vorstellen. Deine Pizza kommt in einem kampferprobten Pizza-Panzer an. Pizza-Panzer. Ein Werbegeschenk für den besten Stammkunden des Ladens. Krass. Ich bin ihr bester Kunde? Der Beste. Und der Transportbehälter ist beheizt, damit deine Pizza knusprig und heiß bleibt. Und der Panzer kommt mit gratis Champagner. Ohne Frage ist dein nächtliches Verlangen befriedigt. Es mangelt dir nie wieder an Pizza. Und so wurden lebend glücklich gemacht. Ich rufe da sofort an. Los, schnapp sie dir. Ich hab heute Abend genug gearbeitet. Es ist gleich an der Zeit, den Champagner aufzumachen. All I want is Champagne. Ja. Okay. Ich denke, es wird seit dem Champagner... Ja, ja, ja. Okay, Jet. Was hast du mir da gegeben? Champagner. Passt schon. Oh. Frohes Neues, Valkyrie. Wo immer du bist. Au. Jetzt warte ab, Tobi. Wir haben noch nicht zwölf Uhr. Ich muss pipi. Ist das jetzt, wo Dings kommt? Alex? Grüße an alle, die bei der Bridge mitgesungen haben. Ihr seid der Hammer. Neue Releases kommen in einer Minute, aber erst seid ihr dran. Hey, du bist live auf KRCT. Wie geht's so? Hey, Steph. Ich hab gehört, dass du keine Vorhersagen mehr machst. Könntest du eine Ausnahme machen? Sorry, aber diese Tage sind vorbei. Aber warum? Ist etwas passiert? Eigentlich nicht. Ich denke nur, dass das Leben interessanter ist, wenn man nicht versucht, alles vorherzusagen. Es ist wirklich nur eine winzige Frage. Ich will bloß wissen, mit welchem Freund ich... Dem Größeren. Danke für deinen Anruf. Wie unhöflich sie ist. Eine Frage von Richelle in Colorado Springs. Wie geht's Valkyrie? Val geht es blendend. Sie ist komplett eingezogen, schläft gerne auf meinem Schoß, kratzt alle Kunden. Ich bin im Himmel. Okay, hier ist der neue Release von The Wednesday. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich hab wenigstens kurz Ryan sehen dürfen. Ja, Alex. Ich wusste es, dass es der Tag war. Ich wusste es, weil Valkyrie nämlich auf diesem blöden Pappzettel da rumliegt. Hallo, Alex. Einhorn! Einhorn! Das war die erste Entscheidung, die man im Laden treffen musste. Also, es war ganz nett. Es war ganz nett. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, Gott sei Dank habe ich das DLC gespielt. Wenn ich das verpasst hätte, hätte mein Leben keinen Sinn mehr gemacht. Ich bin ganz ehrlich. Ich meine, es war ja so ein bisschen schön und so, aber... Ja, richtig. Richtig, Tobi. So, dass nicht mal irgendwie... Weißt du, ich hätte mir halt jetzt gewünscht, dass so das Ende ist. Die Leute kommen so, ja, hey, dachtest du, wir lassen dich da allein versauern. Und dann kommen die halt mit einem Champagner und dann schleusen sie weg und sagen, ja, hey, sorry, Freunde, aber das Radio muss für heute aus sein. Ihr kriegt nur noch Musik, weil, ganz ehrlich, wir können sie nicht allein feiern lassen. So, das hätte ich mir gewünscht. Dann wäre es wenigstens ein bisschen... Weil, so ein bisschen halt emotionales Ende. Aber so war es halt nur so... So blubber, blubber. Also, sagen wir mal so, man hätte es nicht gebraucht unbedingt. Es ist schön, dass es da war, aber es ist jetzt nicht so, dass es unbedingt nötig gewesen wäre. Und vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen angepisst, weil das Spiel abgeschmiert ist und meine Entscheidung vom Anfang einfach... Das Spiel hat einfach Chloe getötet. Ich wäre fast so pissig gewesen, dass ich nicht weitergespielt hätte, ne? Wirklich. Wirklich. Dieser Hinzug, ja, ja, finde ich auch. Also, so ein, zwei Radiostationstage hätten auch gereicht. Und dann vielleicht, dann lieber, oh, mit Gabe dann doch in der Wohnung gespielt und nicht in Erinnerung mit Gabe gespielt. Es ist halt wirklich so low effort gewesen. So, okay, Zeit und Länge des DLCs. Wie können wir das am einfachsten erreichen? So, da hätte ich mir gewünscht, okay, dann vielleicht ein Drittel weniger Zeit und dafür ein bisschen mehr, aber hey. Naja. Weil, also, True Carlos war für mich ja vor allem dieses Start, dieses Feeling in der Stadt, dieses Gemeinschaftssingen, diese Ruhe, diese Schönheit. Und dann ist man einfach die ganze Zeit im Plattenladen gefangen und sieht keiner Menschenseele. So, es ist halt, das war ein bisschen traurig. Plattenladensimulade, ja, leider wirklich. Und zwar nicht mal ein guter, guter. Weil du nämlich die MCA-Musik hast und die nicht spielen kannst, weil du sonst nämlich keine Musik hast. Ja, ne? Han Soto? Das ist wie Han Solo. Willst du mich verarschen? Han Soto? Han Solo? Ja, irgendwelche Menschen halt. Es war einfach so, ja, ich hätte auch auf einem einsamen Planeten sein können. Ja, ich glaube, die hatten einfach echt keine Zeit. Also, ich glaube wirklich, dass denen die Zeit komplett ausging. Man hat ja nicht mal die Katze. Doch, am Ende hat man sie kurz gesehen, da wo die Szene aus dem ersten Spiel kommt. Naja. 90% Storytelling bis Ende, ja. Und ich finde halt, also, ich habe kein Problem mit Handy-Storytelling-Games, aber dann würde ich gerne wissen, dass ich so einspiele und nicht Life is Strange. Okay, das Loch in der Wand kenne ich nicht. Hallo, Jane. Du kommst aber zum Ende, ne? Sorry. Wir machen gleich aus. Ich muss pipi und hab Hunger. Ich muss noch eine Semmel essen. Ah. Ah. Meine Ruken. Was? Lowell Glowski flirten Toffee? Du kommst genau richtig, richtig. Du siehst ja hier. Ach, Gabes wahre Liebe. Der Bär. Hatschi. Hatschi. Entschuldigung. Ich meine, rein theoretisch sind doch bestimmt mit die gleichen Leute, die auch beim Original waren, oder? Rollerfamilien und ein Lebenszeichen gesendet, dass du noch lebst. Sehr schön. Sehr schön. Was? Brand Video created? Lucy Hale? Das ist aber, das ist aber nicht die Lucy Hale, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, ist eine andere. Okay, gut. Gut, ich dachte, ich war es schon. Hatschi. Wat Walker Walter. Okay, gut. Katharina Klampt. Dankeschön. Auch wenn du das eine... Stopp, Stopp, Beschwerde, die Katharina Klampt, die hat, die hat ja eine E-Mail vergessen. Obwohl, vielleicht hat sie sie übersetzt und die anderen haben sie vergessen, ihn zu implementieren. Es tut mir leid, aber ich bin so müde. Ich habe so Hunger und ich muss so pipi. Ich muss pipi. Ich meine, ich überspringe es ja nicht, ne? Wir machen es so ein bisschen schneller. So ab und zu mal. Fitzgerald. Natürlich muss ein Fitzgerald dabei sein. Stubberfield. Das klingt ja süß. Ich habe pipi und Hunger. Ich habe pipi und muss Hunger. Laura Disney. Hä, vor allem, das sind... Alter, das sind die Szenen. Das ist doch nicht nur das DLC. Das ist doch schon wieder das Komplette, oder nicht? Ich will auch Disney heißen. Ich muss dringend pipi und habe Hunger und bin ein bisschen müde. Aber sonst geht es mir gut. Und dir, Jade? Komm schon. Bitte lass mich pipi machen gehen. Oh, toll. Es geht schon. Man muss nur schnell lesen, ne? Du lebst noch, das freut mich. Das freut mich. Also, Entschuldigung, kannst du mir nicht sagen, dass an einem DLC das alles war. Das ist doch die normale Credit-Ding. Also, nie im Leben haben so viele am DLC gearbeitet. Ganz ehrlich. Ja, das freut mich auch, Jane. Wenn du nicht leben würdest, wäre es ein bisschen traurig. Also, bitte mal schneller, das ist blöd. Ich hätte gerne die Geschwindigkeit normal. Jetzt mal ganz anders, ob die da alle mitgearbeitet haben. Wie gesagt, am Hauptspiel, ja, okay, aber nicht am DLC. Niemals. Das gab es ja alles schon. Außer den Lagerraum. Na doch, Tobi, außer die am Anfang, die aber mir weggenommen wurde, weil das Spiel abgeschmiert ist und dann einfach gesagt hast, okay, wir nehmen jetzt die andere Sache. So, deine Entscheidung ist mir egal. Aber schon war das eine Entscheidung von früher. Ja, vom ersten Teil. Boah, da bin ich immer noch pissig. Boah, ich bin so sauer. Ich bin so salty. Was da, das, das war, also, oh. Ja, Hinami, du war, also, normalerweise würde ich dir zustimmen, aber ich habe vorhin gesehen, dass du im, ähm, in Extras kannst du die Staff DLC-Credits abspielen. Deswegen gibt es was anderes. Boilert das DLC, das Hauptspiel? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht, gar nichts. Also, die, die Story überhaupt nicht. Weil das DLC ist davor. Also, das ist, spielt ein Jahr früher. Es hört genau mit dem Anfang vom Hauptspiel auf. Irgendwann existiert und einfach rausgeschnitten. Okay, kann auch sein. Och. Also, das DLC hat leider wirklich eigentlich keine Stories. Es ist nur Hintergrund von einem Charakter. Hier, guck, ich kann nämlich Wavelength mitwirkende. Und mitwirkende. Also, es gibt, keine Ahnung. Aber hier, wisst ihr, was ich gesehen habe? Ich muss echt dringend Pipi, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich muss wirklich dringend Pipi. Also, falls ich mir gleich in die Hose mache, ihr seid schuld, ne? Also, das ist euch hoffentlich bewusst. Wollte ich mich verarschen? Ich hasse alles, wir gehen jetzt. Das ist schön, aber nein. So, wo ist Thorin? Hier, Thorin. Ich mache jetzt schnell. Ich muss echt Pipi. Hey, warum ist das denn schon wieder weg? Ich hasse alles. Blöden Dashboard. Also, danke euch fürs dabei sein. Danke fürs... Auch wenn es nicht ganz so spannend war, dass DLC durchhalten... Es kriegt auf jeden Fall keinen Titel für das beste DLC. Schade, aber ist leider so. Also, zumindest in meinen Augen. Aber hey. Wie kann du das DLC runterladen? Du musst im Shop nach Wavelength suchen. Und das dann runterladen. Bei mir stand auch da, dass ich das installiert habe, aber... War nicht so. Also, war schon so wahrscheinlich, aber ich konnte es nicht starten. Du brauchst die explizite Anwendung, damit du es dann im Spiel starten kannst. Naja. Also, danke euch fürs dabei sein. Schlaf gut träumen für schönes. Bis später, beziehungsweise morgen Freitag. Nicht wahr? Danke fürs dabei sein. Danke fürs Übertreiber, Lies. Und schlaf gut. Freuen wir was Schönes. Und danke euch fürs dabei sein. Danke euch. Gute Nacht. Godd du hast. Tag her. Und du hast vorbei. Vergangen Willens. Im Moment. B � for großartig board. Stoß in berhet. Geist hier.